Es war der Kuss vor Weihnachten, Liebe in Christmas Mountain, Buch 2. Von Susan Hatler Prolog Vergangene Weihnachten Während ich im Gemeindezentrum von Christmas Mountain in meinem rot-weißen Kostüm und dazu passender Weihnachtsmannmütze über die Bühne tanzte, konnte ich nicht umhin, zu denken, dass derjenige, der The Show Must Go On gesagt hatte, auch einen Rat hätte geben sollen, was zu tun ist, sobald die Show zu Ende ist. Wäre das zu viel verlangt gewesen? Ich meine, lass mich einfach hängen, warum nicht? Ich war unerwartet in meine Heimatstadt Christmas Mountain in Montana zurückgekehrt, eine kleine Stadt, die vor über 100 Jahren von Siedlern errichtet worden war, die an Weihnachten angekommen waren und entschieden hatten, hier ihr Zuhause einzurichten, daher der Name des Berges und der Stadt. Ich war in dieser malerischen Gegend in der Nähe des Glacier-Nationalparks aufgewachsen, mit seinen Bergen, Seen, Kiefern und Tannen, dann wegen des Colleges weggezogen und nie zurückgekehrt, lange Geschichte, bis meine Chorleiterin und Mentorin aus der Kindheit, Melody King, gefragt hatte, ob ich zurückkommen würde, um im Weihnachtsspektakel aufzutreten, einer jährlichen Veranstaltung. MS King informierte mich darüber, dass sie unheilbar an Nierenkrebs erkrankt war und ihr letzter Wunsch darin bestand, dass mein alter Kinderchor, wir sieben waren absolut beste Freundinnen gewesen, unsere I'll be home for Christmas, Nummer ein letztes Mal für sie aufführt. Meine Augen wurden feucht, als ich über die Bühne blickte und sie dabei entdeckte, wie sie uns dirigierte, den Taktstock in der Hand. Ihr silberfarbenes Haar war aus ihrem Gesicht gekämmt, sah aber nicht so glänzend aus, wie es einmal gewesen war, und unter ihren Augen lagen dunkle Ringe. Ihr Blick traf auf meinen und sie lächelte mich an, was für den Bruchteil dieser Sekunde alles besser machte. MS King hatte nie geheiratet oder Kinder bekommen, und in meinem Herzen wusste ich, dass sie das Gefühl hatte, als wären Ashley, Lexi, Morgan, Emma, Joy, Carol und ich wie ihre eigenen Kinder. Wir hatten diese Nummer von der Mittelstufe bis zur Oberstufe jedes Jahr zu Weihnachten aufgeführt, und ich fühlte mich geehrt, dass sie es noch ein letztes Mal von uns sehen wollte. Joy schob sich ihre Weihnachtsmannmütze aus den Augen, legte ihre Finger auf die schwarzen und weißen Tasten des Klaviers und begann, die ersten Töne von I'll Be Home for Christmas zu spielen. Der Rest von uns verteilte sich mit seinen Weihnachtsmannmützen auf der Bühne, und ich konnte nicht anders, als daran zu denken, wie wir uns nach der Hicks-Schul alle sieben so weit im Land verteilt und teilweise sogar den Kontakt verloren hatten. Aber nicht einer von uns hatte MS Kings bitte abgelehnt. Wie konnten wir das auch, nach all dem, was sie über die Jahre für uns getan hatte? In Washington schien mein Chef diese Begründung nicht zu verstehen und weigerte sich, mir Urlaub zu geben, um herzukommen, nicht einmal, nachdem ich ihm erzählt hatte, dass meine liebe Freundin bald sterben würde und das alles war, worum sie mich je gebeten hatte. Nein, er sagte, die Feiertage wären zu geschäftig. Ich war mir ziemlich sicher, dass er die Bedeutung von Weihnachten nicht verstand. Also hatte ich vor drei Wochen meinen Job gekündigt, meine Sachen gepackt und war zurück nach Christmas Mountain gezogen. Meine Eltern hatten sich scheiden lassen und waren weggezogen, während ich auf dem College gewesen war, also hatte es bisher keinen Grund für eine Rückkehr gegeben. Dad lebte mit seiner neuen Frau in Palm Springs. Mom lebte mit ihrem neuen Mann in Florida. Und anstatt zu entscheiden, mit welchem Elternteil ich dieses Jahr Weihnachten verbringen sollte, war ich bei MS King. Vor diesem Monat hatte ich MS King nicht mehr persönlich gesehen, seit ich auf die Universität von Washington gegangen war, um einen Abschluss in Soziologie zu machen. Die Beendigung meines Studiums hatte sechs Jahre gedauert, die Scheidung meiner Eltern hatte mich schwer getroffen, worunter wiederum meine Lernmotivation litt. Nach dem Abschluss arbeitete ich zwei Jahre bei der Pistenwache und als Skilehrerin im Skiort Crystal Mountain, was ich sehr genossen hatte, bis mein Manager zu einem herzlosen Ekel wurde. Jetzt war mein Zeug eingelagert und ich wohnte seitdem im Gasthaus zur Zuckerfee, mit einem großen Rabatt, da es den Eltern einer Freundin gehörte. Obwohl meine mageren Ersparnisse fast aufgebraucht waren, würde ich für MS King da sein, egal, was es mich kostete. Die Show würde weitergehen. Ich schmetterte den Text für I'll Be Home for Christmas mit meinen Freundinnen, während ich dachte, ja, ich bin für Weihnachten zu Hause. Aber was jetzt? Ich brauchte einen Job, ein Einkommen und ich hatte keinerlei Aussichten. Tiefe Atemzüge, Faith. Tiefe Atemzüge. I'll be home for Christmas if only in my dreams, sang ich und warf MS King nach dem letzten Ton eine Kusshand zu, während ich versuchte, nicht durch den Stress ohnmächtig zu werden, nur 47 Dollar auf dem Konto und einen Stapel Absageschreiben auf die Lebensläufe zu haben, die ich verschickt hatte. Applaus ertönte im Gemeindezentrum, als wir uns verbeugten und dann lostansten, um uns hinter der Bühne wieder neu zu formieren. Es war wie damals, sagte Ashley, wobei sie in die Hände klatschte. Wenn es wie damals wäre, dann würde Brent Donnelly jetzt nicht draußen auf dich warten, scherzte Emma und zog Ash in ihre Arme. Ich freue mich so für euch beide. Lexi und Kevin schienen vor dem Auftritt auch sehr vertraut miteinander zu sein, sagte Carol, woraufhin sich ein Lächeln auf Lexis Gesicht ausbreitete. Ich habe auch Dallas Parker im Publikum gesehen, bemerkte Joy, wobei sie einen Arm um Morgan legte. Ich wusste schon immer, dass Morgan und Dallas eines Tages zusammenkommen würden. Wie hättest du es wissen können, obwohl nicht einmal ich es wusste, lachte Morgan und schüttelte den Kopf, während sie Joy drückte, bevor sie sie losließ. Ich bin mir sicher, dass niemand von euch überrascht sein wird, zu erfahren, dass Emma's King ihre Finger dabei im Spiel hatte, dass ich wieder auf Dallas treffe. Was meinst du, fragte ich an Morgan gewandt. Ich dachte, ihr zwei hättet euch wieder getroffen, da Coraline aus Versehen dieselben Geschäftsräume an dich und Dallas vermietet hatte. Es stellte sich heraus, dass es kein Versehen war, sagte Morgan, wobei ihre grünen Augen zu strahlen begannen. M.S. King hat Coraline erzählt, dass Dallas und ich einen kleinen Stoß in eine gewisse Richtung bräuchten, und so kam das Versehen zustande. M.S. King hat Kupplerin gespielt, ich lachte und richtete meine Weihnachtsmannmütze, sodass sie mir nicht vom Kopf fallen würde. Warum bin ich nicht überrascht? Weil du unsere Chorleiterin genauso gut kennst wie wir, Faith, antwortete Morgan und hakte ihren Arm bei mir ein. Gott sei Dank gibt es M.S. a King, sagte ich, und mein Lächeln verblasste, als wir alle verstummten. Ich wusste, was alle dachten, auch wenn es keiner von uns laut aussprach, was werden wir ohne sie tun? A streckte als erste ihr Handgelenk nach vorn, um das verblasste, pinkfarbene Freundschaftsarmband zu zeigen, das sie nach all den Jahren immer noch trug. Dann legte Lexi ihr Handgelenk über Aß, um auch ihr Armband zu zeigen. Morgan tat es ihr gleich, dann ich, Emma, Joy und Carol. Wir hatten diese Freundschaftsarmbänder nach unserer ersten I'll be home for Christmas, Nummer in der sechsten Klasse geknüpft und untereinander getauscht, als M.S. King uns zu einem besonderen Platz an den Weihnachtsfällen gebracht und uns erzählt hatte, wie sie in unserem Alter mit ihren Freundinnen Armbänder ausgetauscht hatte. Wir sieben wollten auch solche Freundinnen sein. Also hatten wir die Armbänder einander an das Handgelenk gebunden, versprochen, dass wir immer füreinander da sein würden und gewusst, dass wir für immer beste Freundinnen sein würden. Ich erinnere mich an diesen Abend an den Wasserfällen, sagte M.S. King und erschreckte mich, als sie hinter uns erschien. Ihr wart damals junge Mädchen und jetzt seid ihr Frauen. Ich bin so stolz auf jede einzelne von euch. Meine Augen wurden feucht und mein Herz warm. Danke, M.S. King. Unsere Arme legten sich in einer Gruppenumarmung um sie, die mir das Gefühl gab, wieder elf Jahre alt zu sein, eine Zeit, in der meine Eltern verheiratet und Geldsorgen kein Begriff für mich gewesen waren. Als wir uns daraus lösten, unterhielten wir uns über den Auftritt, bevor wir getrennte Wege gingen. Allein hinter der Bühne zog ich meine Weihnachtsmannmütze aus, spähte in den Spiegel in Form eines Weihnachtsbaumes an der Wand, glättete mein dunkles Haar mit den Händen und sah die Verzweiflung in meinen mandelbraunen Augen, die meinen Blick erwiderte. Tränen traten mir in die Augen, meine Kehle schnürte sich zu und meine Nase voller Sommersprossen wurde pink. Ich hatte keine andere Wahl gehabt, als meinen Job zu kündigen, aber ich war bei der Pistenwache und als Skilehrerin nicht gerade reich geworden. Meine Ersparnisse hatten nur gereicht, um mich hierher und über die vergangenen drei Wochen zu bringen. Die Show musste weitergehen. Aber wie? Faith Sterling ertönte die Stimme eines Mannes hinter mir. Oh, meine Hand landete auf meiner Brust und ich drehte mich um, woraufhin ich dem fröhlichsten Mann gegenüberstand, den ich je gesehen hatte. Er hatte weißes Haar, einen großen, bauschigen, weißen Bart und eisblaue Augen mit Lachfalten an jeder Seite. Seine Wangen waren rosig und pink, als er mich anlächelte. Ja, ich bin Faith, sagte ich. Larry Klein stellte er sich vor, wobei er eine weißbehandschute Hand ausstreckte. Sie haben heute Abend einen wundervollen Auftritt abgeliefert. Danke, sagte ich und drückte seine Hand. Ich mochte vielleicht pleite sein, aber hey, wenigstens war ich gut aufgetreten. Kennen wir uns? Sie kommen mir bekannt vor. Pohoho, er lachte vergnügt. Vielleicht waren Sie im Weihnachtsdorf? Dort finden meine Auftritte statt. Oh, ja, natürlich, sagte ich, als ich mich daran erinnerte, wo ich ihn zuvor gesehen hatte. Ich hatte vor ein paar Tagen die große Tour am Fuß des Christmas Melden gemacht. Eine Welle der Freude durchströmte meine Brust. Sie sind der Weihnachtsmann. Eigentlich bin ich der Besitzer von Silver Bells Luxustouren, sagte er, wobei er sich auf einen Nasenflügel tippte. Was Weihnachtsdorf ist unsere beliebteste Tour, besonders im Dezember. Aber wir veranstalten das ganze Jahr über Luxustouren und ich werde nicht jünger. Ein Freund hat vorgeschlagen, dass ich jemanden als Hilfe in meinem Büro einstelle. Eine Zuckerstange hat mir zugezwischert, dass Sie auf der Suche nach einem Job sind. Ja, Mr. Kleene, antwortete ich, ergriff erneut seine Hand und schüttelte sie, während mich Hoffnung durchströmte. Das bin ich allerdings. Er lachte, wobei sein Bauch leicht bebte und beugte sich zu mir. Dann sind Sie eingestellt. Ich bin eingestellt? fragte ich mit Tränen in den Augen. Aber dann zog sich mein Bauch zusammen. Brauchen Sie keinen Lebenslauf? Kein Vorstellungsgespräch? Müssen Sie nicht meinen vorherigen Arbeitgeber anrufen? Er schüttelte den Kopf. Ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass Sie genau die Richtige für Silver Bells sind. Wir sehen uns am Montag, Faith. Danke, Mr. Kleene, sagte ich und sah ihm zu, wie er durch die Tür verschwand, die nach draußen in den Zuschauerraum führte. Mir fiel die Kinnlade herunter, ich verschränkte meine Finger und richtete den Blick zur Decke, um meinen Glückszuckerstangen zu danken, dass ich wieder einen Job hatte. Und genau zum richtigen Zeitpunkt. Aber, Moment. Warum hatte er mich einfach so eingestellt? Er hatte gesagt, dass er eine zuverlässige Quelle hatte, dass ich gut hineinpassen würde. Mein Blick flog zu der Tür, durch die er soeben verschwunden war, und ich sah, wie er eine Frau umarmte, bevor er ihr zunickte und ging. Die Frau wandte sich mir zu. Ihr silbernes Haar war ihr aus dem Gesicht gestrichen, die dunklen Ringe unter ihren Augen sahen größer aus als zuvor. Sie wackelte auf ihren Füßen, hielt sich an der Stuhllehne fest und richtete sich auf. Ihr Blick landete auf mir und sie warf mir einen Luftkuss zu. Danke, sagte ich, wobei ich eine Hand auf mein Herz legte. Gern geschehen, erwiderte sie. M.S. King hatte mir den Weihnachtsmann gebracht, der mir wiederum einen Job gegeben hatte. Ich hätte nicht überrascht sein sollen, sie hinter meinem Glück zu finden. Obwohl sie kaum stehen konnte, war sie ein Engel, der sich immer noch um seine Mädchen kümmerte. Mein Herz zog sich in meiner Brust zusammen. Ich konnte nur hoffen, dass wir ihr über die Jahre so viel Freude beschert hatten wie sie uns. Kapitel 1 1. Dezember in der Gegenwart Als ich die Eingangstür von Silverbelts Luxustouren öffnete, wo ich arbeitete, führte ich einen kleinen Freudentanz auf, um die Ankunft des Weihnachtsmannes in der Stadt zu feiern. Okay, ich glaubte nicht wirklich, dass der Weihnachtsmann selbst in die Stadt kam. Ich war 27, nicht 12. Aber das Lied ertönte durch die Lautsprecher und ich hatte bereits auf dem Bürgersteig begonnen, zu singen und zu tanzen und, naja, bildlich gesprochen kam der Weihnachtsmann tatsächlich in die Stadt, in Form von Adam Klein. Und er kam auch genau zum richtigen Zeitpunkt. Guten Morgen, Faith, sagte Harmony Harris und winkte mir von der Rezeption aus zu, als ich die Lobby betrat. Ihr fröhliches Lächeln war im vergangenen Jahr der perfekte Start meiner Arbeitstage gewesen und ich war mehr als etwas besorgt, dass diese Tage ihr Ende finden würden. Aber jetzt, wo der Weihnachtsmann äh, Adam, ankam, würden wir gerettet werden. Heute ist der Tag, sagte sie. Ja, allerdings, erwiderte ich. Sie zog eine Augenbraue hoch. Hast du dir wieder Wiederholungen von Friends angesehen? Es ist verlässlicher, fröhlicher Spaß, ich zuckte die Achseln und stampfte den Schnee von meinen Stiefeln auf den eleganten Fußabstreifer, bevor ich auf den handgeschraubten Holzfußboden trat. Ich ging zu Harmonis Rezeption, wobei ich meinen Mantel aufknüpfte. Heute ist ein umwerfender Tag in Christmas Mountain. Die Sonne scheint, es ist kalt und klar und kein Wölkchen am Himmel. Wie oft passiert das in Montana im frühen Dezember? Das ist ein Zeichen, ich sage es dir. Du bist überzeugt, dass dieses Treffen mit Adam gut laufen wird, oder, Harmony lachte und presste ihre Hände in betender Haltung zusammen. Als die Rezeptionistin für Silver Bells war sie der erste Eindruck, den unsere Gäste beim Eintreten bekamen, weshalb sie immer ein Lächeln auf den Lippen trug. Also schockierte es mich, als sie ihre Mundwinkel nach unten und die Augenbrauen zusammenzog. Oh, Faith! Setzen wir zu viel Hoffnung in dieses Treffen? Keine Sorge, sagte ich, im Versuch, fröhlich und positiv zu bleiben. Ich liebte meinen Job hier bei Silver Bells Luxustouren, und wer hatte, bis auf den Weihnachtsmann und seine Elfen, die Chance, die Weihnachtsträume der Menschen wahr werden zu lassen? Als ich vergangenes Jahr begonnen hatte, hier zu arbeiten, hatte ich Harmonies Job gemacht und schnell weitere Pflichten übernommen. Jetzt verwaltete ich die geschäftliche Seite und half den Kunden dabei, unsere einzigartigen Luxusausflüge für ihren Urlaub zu buchen. Einheimische bekamen einen Rabatt und wir hatten Gäste, die jedes Jahr mit ihren Freunden und ihrer Familie zurückkehrten. Diese Touren vermischten luxuriöse Outdoor-Abenteuer mit dem Zauber des Weihnachtsfestes. Es war der perfekte Job für mich. Ich hoffte nur, dass ich ihn würde behalten können. Irgendwelche Änderungen im heutigen Terminplan? Nein, Harmony schüttelte den Kopf, wobei ihr blondes Haar ihre Schultern umspielte. Dann wandte sie sich wieder dem Tippen auf ihrem Computer zu. Ich zog meinen Mantel aus und schüttelte mein langes, dunkles Haar aus, bevor ich die Pumps anzog, die ich hinter der Rezeption aufbewahrte. Mit einem Blick über Harmonies Schulter betrachtete ich den Kalender. 10 Uhr, Adam Klein. Die Uhr auf ihrem Computer zeigte Viertel vor zehn an. Wenn Adam Klein wie sein Vater Larry Klein war, dann würde er ungefähr 20 Minuten zu spät zu unserem Treffen kommen, mit einem Lächeln im Gesicht und einer Geschichte darüber hereinschlendern, dass er mit einem Kind im Schnee gesessen hatte, das behauptet hatte, nicht an den Weihnachtsmann zu glauben. Natürlich würde er oder sie keinerlei Zweifel mehr daran haben, dass der Weihnachtsmann echt war, sobald mein alter Chef mit dem Kind fertig war. Ähnlich wie der Weihnachtsmann selbst, war Mr. Klein ein großer Mann mit ebenso großem Herzen und einem weißen Bart gewesen, von dem ich annahm, dass er ihn bewusst hatte wachsen lassen, sodass er die Rolle perfekt spielen konnte. Wir buchten das ganze Jahr über Outdoor-Ausflüge, aber mehrere der besonderen Touren taten sich besonders während der Feiertage hervor. Sobald der Dezember kam, zog Larry seine roten Pullover an und spielte nicht einmal mit dem Gedanken, vor dem 25. Dezember eine andere Farbe zu tragen. So hatte ich es jedenfalls von den anderen Angestellten gehört. Das war das erste Jahr, seit Larry die Firma gegründet hatte, dass er nicht hier sein würde. Tatsächlich würde er nie wieder hier sein. Er war im letzten Frühling nach einem Herzinfarkt plötzlich verstorben. Er hatte das Geschäft seinem Sohn aus der Stadt hinterlassen, der in einer PR-Firma in New York City arbeitete. Ich hatte noch nie direkt von Larrys Sohn gehört, nicht einmal, als ich ihm von dem örtlichen Gedenkgottesdienst erzählt hatte, den wir seinem Vater zu Ehren abgehalten hatten. Stattdessen hatte ich E-Mails mit der Assistentin des neuen Besitzers ausgetauscht und die Verantwortung des tagtäglichen Geschäfts war auf mich gefallen. Leider war es dem Geschäft ohne Larrys Vermarktungsfähigkeit nicht sehr gut ergangen. Entschuldigen Sie, M.S. Sterling, fragte eine tiefe männliche Stimme. Arg, ich sprang mit hämmerndem Herzen zurück, zum Teil, weil ich tief in Gedanken verloren gewesen war, und zum Teil, weil ich nicht erwartet hatte, meinen Namen zu hören, aber überwiegend, weil die Stimme genauso klang, wie die von Mr. Klein es getan hatte, tief und gefühlvoll. Was zum? Ich wollte Sie nicht erschrecken. Ich bin Adam Klein. Der neue Besitzer von Silver Bells Luxustouren? Mir wurde gesagt, Sie würden mich erwarten. Ja, natürlich, ich drehte mich um, betrachtete Adam Kleene und vergaß sofort, was ich sagen wollte. Mir stockte der Atem. Dieser Mann war mehr als gut aussehend. Er trug einen dunklen Geschäftsanzug, der perfekt zu seinem athletischen Körper passte. Seine Lippen waren voll und gerade so weit geöffnet, dass sie eine Reihe gerader, weißer Zähne zeigten. Seine kantige Kieferpartie war glatt rasiert und sein kurzes, dunkles Haar war nach hinten gekämmt. Aber seine Augen waren das, was mich wirklich faszinierte. Zwei eisblaue Meerestiefen umrahmt von dicken, schwarzen Wimpern. Oh, du meine Güte. Harmony stieß mich an und warf mir einen bedeutungsvollen Blick zu. A. M. S. Sterling, fragte er, wobei er seine Hand ausstreckte. Bitte, nennen Sie mich Faith, sagte ich, im Versuch, mich zu erholen und hoffentlich professionell zu klingen. Ich ergriff die Hand, die er mir anbot, und als seine Finger meine umschlossen, wurden meine Knie weich. Keine gute Reaktion darauf, meinen neuen Chef kennenzulernen. Überhaupt nicht gut. Es tut mir leid. Es ist nur, dass ihre Stimme, ich verstummte und biss mir auf die Unterlippe. Wie die meines Vaters klingt? Ja, das höre ich oft. Beziehungsweise, das habe ich oft gehört, sagte er, wobei sich ein undurchdringlicher Ausdruck auf sein Gesicht legte. Es tut mir leid, erwiderte ich, mit dem Gedanken, dass dies das unangenehmste Treffen der ganzen Geschichte sein musste. Ich blickte zu Harmony, die unserer Interaktion interessiert zuzuschauen schien. Als Adam sich bückte, um seinen Aktenkoffer in die Hand zu nehmen, zwinkerte sie mir zu und mimte einer rein mit der Ägeste mit ihrem Ellbogen. Ich schaffte es, ihren Ellbogen festzuhalten, gerade als Adam sich wieder aufrichtete. Sollen wir mit einer Tour beginnen, schlug er vor, wobei er zur Seite trat und mir Platz machte, um hinter Harmonis Rezeption herauskommen zu können. Natürlich, sagte ich, gesellte mich neben ihn und bedankte mich innerlich beim Universum, dass ich meine Pumps angezogen hatte und trotz meiner seltsamen Begrüßung wenigstens wie eine Geschäftsführerin aussah. Ich würde gern damit beginnen, mir das Gelände anzusehen, wenn das in Ordnung ist. Es ist genug Zeit, um später eine Tour durch das Büro und den Laden zu machen, aber ich würde mich gern um draußen kümmern, solange es noch hell ist, sagte er, wobei er auf seiner Armbanduhr sah, als wären wir bereits spät dran und als wollte er los, aber Dalli. In Ordnung, sagte ich, in dem Wunsch, Adam hätte es nicht eilig. Silver Bells hatte so viel zu bieten, dass es Tage dauern würde, meinem neuen Chef all die Vorzüge zu zeigen und ich wollte, dass er alles genoss und sich sofort in den Ort verliebte. Besorgen wir Ihnen etwas Outdoor-Kleidung. Ich führte ihn zum Materialraum und bat Tim, der dafür zuständig war, Skier, Schneeanzüge und die ganze andere lustige Ausstattung zu verleihen, darum, Adam einzukleiden, während ich in mein Büro ging, um meine Schneestiefel und meine warme Mütze anzuziehen. Ich wartete draußen auf Adam und fragte mich, wie ihm nach all diesen Jahren die Montana-Kleidung gefallen würde. Ich war es gewöhnt, mich für das kalte Bergwetter zu kleiden, aber Adam hatte in Manhattan gelebt, so dass er wohl daran gewöhnt war, sich für das Leben in der Stadt zu kleiden. Als er sich mir allerdings draußen anschloss, sah er wie ein erfahrener Naturbursche aus, mit seiner dunkelblauen Winterjacke, die seine Augen noch mehr heraustechen ließ, als er sie gegen die grelle Sonne zusammenkniff. Er klatschte in seine behandschuten Hände. Sollen wir anfangen? Unsere Mitfahrgelegenheit fährt gerade vor, ich lächelte, als ein von Pferden gezogener Schlitten hinter den Stellen erschien, begleitet von dem Geräusch klimpernder Glückchen und trempelnder Hufe. Das ist unsere Mitfahrgelegenheit, Adam blickte von dem Schlitten zu mir, dann wieder zurück zum Schlitten, während er die Augenbrauen hochzog. Ich nickte und er bot mir seine Hand an, um mir hinaufzuhelfen, bevor ich hineinkletterte. Er setzte sich neben mich und breitete die rote Samtdecke über unseren Beinen aus, eine Geste, die ich bis zu diesem Moment nie als intim empfunden hatte. Der Kutscher auf dem Sitz vor uns gab den Pferden ein Signal, die daraufhin durch den Schnee zu laufen begannen, während ich Adam verschiedene Dinge zeigte. Sehen Sie diesen Baum dort drüben? Dort hat ihr Vater immer gesessen und Holzautos für den Spielzeugschlitten des Weihnachtsmannes geschnitzt. Und sehen Sie diesen Stall dort rechts? Er sagte, dass er dort geschlafen hat, wann immer sein Lieblingspferd krank war. Wie war nochmal sein Name? Blitzen, Adam starrte das Holzgebäude an, als wir langsam daran vorbeifuhren. Ich erinnere mich an das Pferd aus der Zeit, bevor ich nach New York gezogen bin. Er hat es nach dem Rentier benannt. Er wollte es nicht Rudolf nennen, da er sagte, das sei zu offensichtlich, erklärte Adam mit leiser und trauriger Stimme, fast so, als würde er mit sich selbst reden. Ich berührte seinen Arm. Das mit ihrem Vater tut mir leid, Adam. Er war ein wundervoller Mann, so nett und großzügig, und er hat Weihnachten geliebt. Als wir ihn verloren haben, war es, als wäre eines der Lichter bei Silver Bells erloschen. Aber jetzt, wo sie hier sind. Adam öffnete seinen Mund, um etwas zu sagen, schloss ihn aber wieder, während sein Blick über mein Gesicht wanderte und meine Haut auf seinem Weg erhitzte. Wenn das ein Liebesfilm wäre, würde er sich jetzt zu mir lehnen und sanft seine Lippen auf meine Pressen, meine Augen würden sie schließen, während ich ihn küsste. Er räusperte sich. Sie sehen aus, als würden sie gleich in Ohnmacht fallen. Ist alles in Ordnung? Ja, sagte ich, als ich realisierte, dass meine Gedanken eindeutig zu einem Ort gewandert waren, den seine nicht besucht hatte. Ich verdrehte innerlich die Augen und verfluchte meine überaktive Fantasie. Es geht mir gut, danke. Ich hatte nur etwas im Auge, sagte ich, im Versuch, das zu verbergen, was ich für einen Moment zwischen uns gehalten hatte. Ich erinnerte mich daran, dass ich bei der Arbeit und meinem neuen Chef war und betrachtete unsere Umgebung. Das Hauptgebäude lag jetzt weit hinter uns, als wir den Wald aus verschneiten Tannenbäumen erreichten. Wir sind fast da. Wir kamen an einem Holzschild vorbei, das an einen der Bäume am Wegesrand gehämmert worden war und auf dem Weihnachtsdorf stand. Adam holte ein Notizbuch heraus, zog sich den Handschuh mit den Zähnen aus und schrieb etwas auf. Dieses Schild muss neu gestrichen werden. Können Sie den Hausmeister darum bitten, es gleich morgen früh zu machen? fragte er. Neu streichen, ich betrachtete das Schild, das erste von vielen rustikalen, altmodischen Schildern, die den Weg zur ureigenen Hütte des Weihnachtsmanns der Silverbells Luxustouren wiesen. Ja, je früher, desto besser. Adam, das Schild wurde vor über zehn Jahren von ihrem Vater gefertigt, als er Silverbells gegründet hat, erklärte ich, und meine Stimme wurde höher, als ich auf den Baum zeigte, den wir passiert hatten. Er hat mir gesagt, dass er dieses Schild geschnitzt hat, während er unter diesem Baum dort saß. Ihr Vater hat nie etwas verändert und das Weihnachtsdorf genauso gelassen, wie er es gebaut hat, weshalb es jetzt Teil der Geschichte von Christmas Mountain ist. Adam runzelte die Stirn, während er zuhörte, und einen Moment lang fragte ich mich, ob ich zu schroff gewesen war. Immerhin war er mein Chef, und auch wenn ich dieses Geschäft praktisch führte, war ich trotzdem nur eine Angestellte. Es tut mir leid, ich wollte nicht so bestürzt klingen. Der historische Charme ist ein Teil dessen, was wir an den Schildern lieben. Er schrieb etwas auf, während ich sprach, dann hielt er inne. Wie viele Schilder gibt es zwischen hier und dem Weihnachtsdorf? Ich zählte es an meinen Fingern ab, als ich den Weg geistig abging und lächelte, als ich an das kleine Dorf dachte, das im Wald lag. Fünf, glaube ich, oder vielleicht sechs? Er nickte, unterstrich etwas in seinem Notizbuch und schlug es dann zu, als der Schlitten zum Stehen kam. Sie haben Recht. Habe ich, fragte ich, mit dem Gedanken, dass das leicht war. Ein siegreiches Seufzen entwich mir, als ich auf den verschneiten Boden trat und mich umdrehte, um den Laden von Silver Bells Luxustoren in der Ferne zu sehen, mit seinen goldenen Buchstaben im Schaufenster. Die Arbeit für heute ist geschafft, wieder was verdient, Mr. Kleene, sagte ich, wobei ich das wiederholte, was ich immer zu meinem Chef gesagt hatte, als wäre der Laden der Mann selbst. Adam kam neben mich. Etwas zu verdienen wird in diesem Markt schwierig sein, und deshalb. Was zum, ich sprang zurück und drehte mich, in der Absicht, Adam anzusehen, trat aber stattdessen auf ein Stück Eis und rutschte aus, woraufhin ich in Richtung des Bürgersteigs unter mir fiel. Und was sagten mir meine brillanten Instinkte? Sagten sie mir, dass ich versuchen sollte, das Gleichgewicht wiederzulangen? Schlugen sie vor, dass ich die Arme ausstreckte, um meinen Sturz abzudämpfen? Nein, natürlich nicht. Das hätte Sinn ergeben. Stattdessen stieß ich einen schrillen Schrei aus und kniff die Augen zusammen, als könnte mich die Unfähigkeit zu sehen vor dem Schmerz beschützen, den ich gleich erfahren würde. Nur erfuhr ich nie Schmerzen. Jemand fing mich. Als ich die Augen öffnete, lag ich sicher in einem Paar starker Arme und meine Nase war auf gleicher Höhe mit der Brust meines Retters, als dieser mich wieder aufrichtete. Zitternd und mit glühenden Wangen trat ich zurück, wobei ich darauf achtete, die vereiste Fläche zu meiden, und blickte zu Adam auf. Mir stockte der Atem, als seine eisblauen Augen intensiv in meine sahen. Wenn mein Herz durch den Beinasturz nicht bereits galoppiert wäre, dann wäre es in dem Moment schneller geworden, indem ich ihm in die Augen sah. Seine Lippen verzogen sich zu einem Lächeln, was zwei tiefe Grübchen in seinen Wangen sichtbar werden ließ, die ihn noch ansprechender aussehen ließen. Für einen flüchtigen Moment musste ich wirklich innehalten und überlegen, ob ich nicht doch hingefallen war, mir den Kopf auf dem Boden angeschlagen hatte und daher träumte, dass ich mich in einem Liebesfilm befand. Eine dieser kitschigen Weihnachtsversionen, die ich mir an jedem Dezember Wochenende mit einem Becher Eiscreme und heißem Apfelwein ununterbrochen ansah. Aber nein, diese Szene war nicht wirklich. Der Moment, in dem ich das erkannte, war ebenfalls der Moment, in dem ich erkannte, dass ich Adam seit mindestens 30 Sekunden mit einem recht dümmlichen Gesichtsausdruck anstarrte. Worte Ich musste Worte formen. Äh, danke. Vielen Dank, sagte ich und schob mir die Hände in die Jackentaschen. Ich bin normalerweise nicht so tollpatschig. Kein Problem, erwiderte er. Seine Stimme war tief und sinnlich, sein Gesicht war meinem immer noch nah. Er hielt weiterhin meinen Ellbogen fest, als wäre er besorgt, dass ich erneut stürzen würde. Ich strich mir eine Haarsträhne zurück, die mir ins Gesicht gefallen war, bevor ich ihm ein Lächeln schenkte. Was hatten sie gesagt, bevor ich mich blamiert habe? Er blinzelte einmal, als versuchte er, sich daran zu erinnern. Oh, richtig. Ich habe gesagt, dass es keinen Sinn macht, die Schilder zu reparieren, wenn sie doch sowieso weggeworfen werden. Es sei denn, sie würden gern eines als Andenken behalten. Ich zog die Augenbrauen zusammen, als mir ein schreckliches Gefühl den Rücken hoch wanderte. Ein Andenken? Woran? Entschuldigen Sie, ich weiß nicht, was Sie meinen. Ein Andenken an Silver Bells, um sich daran zu erinnern. Sie scheinen diesen Ort zu lieben, Faith. Also hätten Sie vielleicht gern ein Andenken, bevor die neuen Besitzer übernehmen. Was? fragte ich mit hoher Stimme, ohne mich darum zu scheren. Ich nahm an, sie wüsten das, er warf mir einen Seitenblick zu, in dem die Neugier durchschimmerte. Ich bin nur drei Wochen in schnell wie möglich wieder zurück nach Manhattan. Meine Lippen bewegten sich, aber es kam nichts heraus. Adam Klein war sowas von nicht der Weihnachtsmann. Eigentlich war er viel eher der Anti-Weihnachtsmann, bereit dazu, Weihnachten für alle in Christmas Mountain, mich eingeschlossen, zu ruinieren, indem er Silver Bells verkaufte und sich überhaupt nicht darum zu scheren schien. Naja, nicht, wenn ich es verhindern konnte. Larry hat und ich weiß, dass er gern sehen würde, wie sie es weiter führen. Er hat immer davon gesprochen, wie sehr er wollte, dass sie zu Besuch kommen. Er würde wollen, dass sie Silver Bells haben. In dem Moment, in dem die Worte meinen Mund verlassen hatten, wünschte ich, ich könnte sie zurücknehmen. Die Atmosphäre veränderte sich und bekam eine Steifheit, die zuvor nicht da gewesen war. Adam nahm seine Hand von meinem Ellbogen und kratzte sich im Nacken, während sein Blick zu Boden fiel. Seine Mundwinkel zeigten nach unten. Zwischen uns legte sich Stille, und während ich mich nur entschuldigen wollte, so persönlich geworden zu sein, konnte ich nichts anderes tun, als mir auf die Lippe zu beißen und darauf zu warten, dass er mich wieder ansah. Das Klingeln seines Handys durchbrach die Stille und erholte es aus seiner Tasche, um auf den Bildschirm zu sehen. Da sollte ich rangehen. Wir sehen uns morgen im Büro, um die Bücher durchzugehen. Nett, sie kennengelernt zu haben, Faith, sagte er. Seine Stimme war immer noch freundlich, aber der Anflug von Intimität, der mir noch vor einer Minute die Knie hatte weich werden lassen, war von einem geschäftlichen Unterton ersetzt worden. Ja, erwiderte ich, etwas eifriger als beabsichtigt. Dann, ey, halten wir das so fest. Ich seufzte, unfähig, zu glauben, dass ich einen so schlechten Witz gemacht hatte, nachdem ich so ins Fettnäpfchen getreten war. Ich schlug mir auf die Stirn. Diese Tour mit meinem neuen Chef war nicht gerade so allerdings nur ein paar Sekunden, bis ich meine Selbstzweifel abschüttelte und meine Schultern zurückzog, als ich mich erneut umdrehte, um Silver Bells Luxustouren zu betrachten. Adam wäre für drei Wochen in der Stadt, was bedeutete, dass ich drei Wochen hatte, um ihn davon zu überzeugen, das Geschäft seines Vaters nicht zu verkaufen. Sein Vater war ihm sehr wichtig, was durch seine Reaktion, als ich Larry erwähnt hatte, offensichtlich geworden war. Das musste bedeuten, dass die Chance bestand. Wenn er das Geschäft verkaufte, hatte ich keinerlei Zweifel, dass er es letztendlich bereuen würde, und das würde ich nicht zulassen. Ich werde das in Ordnung bringen, Mr. Kleene, sagte ich zu dem Namen auf dem Schaufenster. Versprochen. Larry Klein hatte mir einen Job angeboten, als ich ihn am meisten gebraucht hatte, also war es ausgeschlossen, dass ich das Geschäft aufgeben würde, in das er sein Herz und seine Seele gesteckt hatte. Egal, was nötig war, ich würde einen Weg finden, seinen Traum am Leben zu erhalten, indem ich seinen Sohn davon überzeugte, niemals Silver Belz Luxustouren zu verkaufen. Kapitel 2 Am nächsten Morgen kam Adam Klein wieder zum Laden von Silver Belz Luxustouren und sah noch besser aus, als ich es in der vergangenen Nacht mit diesen vollen Lippen und unglaublichen Augen geträumt hatte. HMPF, warum fantasierte ich über meinen neuen Chef? Ich erinnerte mich daran, dass er der Kerl war, der das Geschäft verkaufen wollte, das mir so viel bedeutete. Er war ebenfalls der Kerl, den ich umstimmen musste. Ich bezweifelte, dass ich das erreichen konnte, indem ich mit ihm ausging. Obwohl ein großer Teil von mir kein Problem damit hätte, es auszuprobieren. Mein Liebesleben war in letzter Zeit sowieso nicht allzu überragend gewesen. Ich verspürte keinerlei Bedürfnis, es noch weiter abzufackeln. Ehrlich gesagt war es bereits seit mehreren Jahren nicht mehr gut. Mein letzter Freund war so genervt gewesen, als ich mich von ihm trennte, dass er mich unabhängig herzlos genannt hatte. Ey, was sollte denn das bedeuten? Nicht gerade ein Kompliment, dass meine Zuneigung zurückgewinnen sollte. Aber, was auch immer. Ich hatte vier Monate meines Lebens mit ihm verschwendet und war über diese Beziehung hinweg gekommen, indem ich einen Weg um den Mount Renier gewandert war. Ah, Glückseligkeit und keine Beschimpfungen. Meine Eltern waren sehr ordentliche Menschen und konnten ihre Ehe auch nicht reparieren. Also warum sollte mein Liebesleben anders sein? Das Einzige, worauf ich zählen konnte, waren meine Freunde, die Berge, diese charmante Stadt und mein Job. Nur, dass Adam mir meinen Job nehmen würde, wenn er das Geschäft verkaufte. Hark! Na ja, ausgeschlossen. Das wird nicht passieren, Kumpel. Guten Morgen, Faith, sagte Adam von der Tür aus, die zum Hinterzimmer des Ladens führte. Ich brauche etwas von ihnen. Den Namen meines Lieblingsrestaurants, meiner Lieblingsblume oder meines Lieblingsweins? Wie wäre es mit meiner Meinung, wo wir für unser erstes Date hingehen sollten? Ich schüttelte den Kopf. Reiß dich zusammen, Faith. Ich musste wirklich anfangen, mir vor dem Zubettgehen weniger romantische Meditationsmusik anzuhören. Sie brauchen etwas, fragte ich, mit dem Gedanken, dass ich auch etwas von ihm brauchte. Meinen Job, kein Date. Ich schob den Stuhl zurück, auf dem ich saß und stand auf. Der hintere Teil des Bürobereiches war zweckmäßig und langweilig. In dem schlichten Raum befand sich nichts außer zwei Tischen, Schränken, Computern und Klebezetteln. Ich muss mir vorn ein paar Dinge ansehen. Können wir uns im Laufen unterhalten? Ich besitze dieses Talent, ja, sagte er und wartete darauf, dass ich zuerst durchging. Als ich an ihm vorbeikam, roch ich den leichten Duft seines würzigen Eau de Cologne, der in mir den Drang auslöste, meine Nase in seinem Kragen zu vergraben. Oh Mann! Ich musste wirklich damit aufhören, über meinen Chef zu fantasieren. Naja, meinen baldigen Ex-Chef, wenn ich meine Trümpfe nicht richtig ausspielte. Ich ging durch die Tür zwischen den Büros und dem Laden, wobei ich in einer oder an luxuriösen, naturreichen Spaß trat. Wer sagte, dass man die Berge nicht stillvoll genießen kann? Wir nicht. Schneeschuhe hingen von riesigen Fischernetzen, die an der Decke befestigt waren. Schier und die dazugehörigen Stöcke waren so aufgebaut, dass es aussah, als würden sie jede Sekunde von selbst durch die Tür fliegen. Es gab teure Outfits für Männer und Frauen, die an Schaufensterpuppen ausgestellt wurden. Lange Kleiderständer standen unter Regalbrettern, die Fotos früherer Tourgruppen und Mr. Klein zeigten, wie er das tat, was er am besten konnte, den Menschen einen luxuriösen Ausflug in die Wildnis bescheren. Einige gut platzierte Regale boten Souvenirs an, aber nichts zu kitschiges. Meine Favoriten waren die Christmas Mountain Schneekugeln, die eine perfekte Nachbildung des Liebesbaumes zeigten, der in all seiner Schönheit geschmückt war. Diese waren meine Idee gewesen. Wenn sie sich nur besser verkaufen würden. Unter einem aufgehängten Kajak war hochwertige Angelausrüstung ordentlich aufgereiht. Eine kleine Nische, die sich auf einer Seite befand, beherbergte eine Kaffeebar für unsere Kunden und üblicherweise einige der berühmten Zimtschnecken der Jingle Belzbäckerei. Diese Gebäckwaren konnten selbst den schlimmsten Tag besser machen. Was sich in diesem Moment für eine Zimtschnecke geben würde. Oder 5. Die großen Fenster boten einen hervorragenden Blick auf die idyllische, niedliche Hauptstraße in der Stadt unterhalb. Und es gab Fotos von Mr. Klein, wie er mit unseren Gästen wanderte, angelte, Ski lief, eine Schneeschuh Wanderung machte, kämpfte und eine Tour zum Weihnachtsdorf machte. Ich schnipste mit den Fingern und zeigte dann auf die Fotos. Übrigens, ich sollte sie fragen, was sie mit diesen Fotos machen wollen. Der neue Besitzer wird sie vermutlich nicht wollen. Adams Blick wanderte zu den Fotos und er erstarrte. Zwischen seinen Augenbrauen bildete sich eine Falte. Um das Überqueren dieser Brücke kümmern wir uns, wenn es soweit ist. Sie sind sich bewusst, dass dies der schlechteste Weg ist, den sie in diesem Geschäft gehen können, oder? Ich bin nicht in diesem Geschäft. Ich bin hier, um es zu verkaufen. Das wissen sie, Faith. Weshalb sie nicht wissen, dass man eine Brücke nie überquert, ohne all die Risiken in Erwägung zu ziehen. Lektion Nummer eins, sagte ich, wobei meine Stimme mehr humorvoll als herrisch herüberkam. Trotzdem war ich mir ziemlich sicher, dass ich keinen Erfolg hatte. Ich brauche keine Lektion, erwiderte er, und seine tiefe Baritonstimme ließ mich zittern. Dieses Kribbeln wurde noch Ich habe nur drei Wochen. Was ich brauche, sind die Daten. Sie meinen die geschäftliche Seite? Gewinn und Verlust, Buchhaltung, Lieferanten, all das, fragte ich, wobei ich meine Hand auf seinen Unterarm legte, als wären wir beste Freunde. Hitze erwärmte meine Handfläche durch den Ärmel des Hemdes, für das er vermutlich viel zu viel Geld ausgegeben hatte. Ich untersuchte den Ausdruck Er wäre der perfekte Kandidat für eine unserer Touren gewesen. Genau, sagte er, und sein Blick wurde wieder warm, als er lächelte. Zahlen, die mich wissen lassen, was ich für dieses Geschäft verlangen kann. Verstanden, ich hob einen Finger, als mich die Inspiration traf. Adam wusste nicht viel über dieses Geschäft und musste wissen, warum dieser Laden so wichtig war. Nicht nur mir, sondern auch Mr. Klein. Sie werden den Wert dieses Geschäfts nie verstehen, wenn sie nur die Abrechnungsbügen lesen. Sein Lächeln erstarb. Da bin ich anderer Ansicht. Man kann anhand der Buchhaltung viel über ein Geschäft verstehen. Er meinte Gewinne, von denen es nur wenige kostbare gab. Nein, ich schüttelte den Kopf. Ich meine, ja, aber ein Großteil des Wertes in diesem Geschäft liegt am Faktor der zurückkehrenden Gäste und der Gäste, die eine Beziehung zu den Menschen aufbauen, die mit ihnen auf die Touren gehen, üblicherweise Familie, und dass sie sich finden. Sich herausfordern, etwas zu tun, das sie zu Hause in der Stadt nicht tun können und für das sie vielleicht nie wieder die Chance bekommen. Sein Lächeln kehrte zurück. So ähnlich wie bei der Löffelliste? Ja, genauso. Es geht darum, da hinaus zu gehen und Dinge einfach zu tun. Und sie denken, dass sich davon nichts weiß? Ich zuckte die Achseln. Wenn sie wissen möchten, warum dieses Geschäft so großartig ist, dann müssen sie einen tiefen Einblick nehmen. Er trat zurück, wobei sein Blick zu den Fotos wanderte. Was ich tun muss, ist einen Pitch zusammen zu stellen, und zwar schnell. Einen was? Einen Pitch. Eine Produktpräsentation. Etwas, das erklären würde, warum die Käufer dieses Geschäft wollen sollten und würden. Mann, das klang so emotionslos. Zuerst müssen sie eine Tour machen. Sie müssen erfahren, was wir tun, wir. Es gab kein wir mehr. Mr. Klein war tot und Adam wollte alles verkaufen. Würde es verkaufen, sofern ich er umzustimmen war. Er trat zurück. Sie denken, auf eine Tour zu gehen wird mir Erkenntnisse bringen, die mir beim Verkauf helfen? Manchmal kann man eine gute alte Lüge rechtfertigen. Ja. Gut. Ich werde es tun. Ich blinzelte. Moment. Was war soeben passiert? Hatte er ja gesagt, oder war das nur Wunschdenken? Sie wollen auf eine Tour gehen? Er nickte. Wenn es helfen wird, das Geschäft zu verkaufen. Darauf können sie wetten. Juchu ho. Frohe Weihnachten für mich. Ich werde es einrichten. Sie werden es lieben, sagte ich und rieb mir die Hände, als ich mich daran machte, einige Anrufe zu tätigen. Er musste die Tour so sehr genießen, dass er sich in Silver Bells verliebte. Das musste er einfach. Ich konnte Mr. Klein nicht enttäuschen. Ich konnte Adam Klein das Geschäft nicht verkaufen lassen, wodurch er mir das Weihnachtsfest ruinierte und mein Leben. Kapitel 3 Das Lied Have yourself a merry little Christmas ertönte durch die Lautsprecher des CM Friseursalons, wo ich mir von meiner guten Freundin Morgan Reed die Haare schneiden ließ. Sie hatte diesen Salon im vergangenen Winter eröffnet und ich hatte noch für keine ihrer Dienstleistungen etwas bezahlen müssen, trotz meiner Proteste und mehrfachen Ansätze, meine Kreditkarte auf die Ladentheke zu klatschen, und so hatte ich nachgegeben, indem ich lächerlich hohe Trinkgelder zurückließ. Eine rot-grüne Lichterkette blinkte rund um den Spiegel herum, in den ich hineinstarte, und ein würziger Apfelduft lag in der Luft, während das Weihnachtslied behauptete, dass all meine Probleme meilenweit entfernt liegen, wenn das nur die Wahrheit wäre. Ich konnte nur an den Job denken, der kurz davor war, mir entrissen zu werden. Okay, erzähl schon, forderte Morgan mich auf, die einen Kamm in der einen und eine Schere in der anderen Hand hielt, während sie mein Spiegelbild ansah. Ich blinzelte ein paar Mal. Was erzählen? Was auch immer du auf dem Herzen hast, sagte sie, wobei sie auf den Stuhl deutete, in dem ich saß. Du wackelst die ganze Zeit herum, was dir gar nicht ähnlich sieht. Ich würde behaupten, es sei das Lied, aber es ist nicht gerade Tanzmusik. Außerdem siehst du aus, als wärst du gedanklich völlig woanders. Irgendetwas stimmt nicht. Also erzähl schon. Ich warnt mich noch etwas mehr. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Morgan warf mir einen Blick zu. Fang am Anfang an. Ich bin letztens in die Arme eines wirklich heißen Kerls gefallen, erklärte ich und erinnerte mich an das warme Gefühl von Adams Armen, die mich festhielten. Vielleicht haben wir auch ein wenig geflirtet. Jedenfalls das Klimpern von Wimpern meiner Sides. Jetzt gehe ich mit ihm auf eine Tour. Klingt vielversprechend, sagte Morgan mit geschürzten Lippen. Du brauchst nicht nur einen Haarschnitt. Du brauchst einen Blowout, gefolgt von einem vielleicht noch ein paar Wimpern Verlängerungen, wenn wir schon dabei sind. Ich könnte eine Augenbrauen Behandlung brauchen, erwiderte ich, wobei ich mich mit zusammengekniffenen Augen im Spiegel betrachtete. Aber kein Blowout und keine Verlängerungen. Ich versuche nicht, diesen Kerl zu beeindrucken. Wem versuchst du, etwas vorzumachen? Du hast eben von Wimpern Klimpern gesprochen, und so bist du Seite eines heißen Kerls warst. Außerdem liebst du es, dich schick zu machen, und du gehst mit ihm auf ein Date. Es ist kein Date, es ist eine Tour. Morgan fuhr mit dem Kamm durch mein Haar und Schnitt etwas davon ab. Date, Tour, wen interessiert's? Das ist deine Chance, den Kerl zu beeindrucken, an dem du eindeutig interessiert bist, und wir wissen beide, wie wählerisch du bist. Du solltest es tun. Außerdem bist du für die nächste Stunde meine einzige Kundin, und wenn du gehst, dürfe ich einer Frau das Haarsilber färben, und zwar Lamettasilber. Du machst Witze. Nein. Manche Leute gehen zu Weihnachten aufs Ganze. Ich dachte darüber nach, wie mein dunkles Haar in Silber aussehen würde, und schüttelte den Kopf. Er ist attraktiv, nett und hinter seinem geschützten Äußeren lauert eindeutig etwas Süßes, aber er ist nicht mein Typ. Er ist der ernste Geschäftskerl, der jahrelang keinen Urlaub macht. Sein Handy ist an seiner Hand fest gewachsen, wenn du weißt, was ich meine. So, oh, tut mir leid, da muss ich rangehen. Ich versuche sowieso nicht, mit ihm auszugehen. Ich versuche, Silver Bells zu retten und meinen Job zu behalten. Morgens Augenbrauen schossen in die Höhe. Wie bitte? Der Kerl ist Adam Kleene. Larry Clines lange verschollener Sohn? Ich nickte. Er wird das Geschäft verkaufen, es sei denn, ich kann eine Möglichkeit finden, ihn davon abzuhalten, meine Finger trommelten auf der Stuhllehne. Deshalb machen wir die Tour. Und du denkst, dass eine Tour ausreichen wird, um ihn davon zu überzeugen, nicht zu verkaufen? Die Idee klang in meinem Kopf wesentlich plausibler, gab ich zu, wobei ich erneut herumwackelte. Morgan erstarrte, die Schere angriffsbereit über meinem Kopf. Faith, wenn du nicht diesen Pony willst, den ich dir in der sechsten Klasse verpasst habe, dann musst du still halten. Ich zwang mich dazu, völlig still zu sitzen. Aber vielleicht wird eine Tour für ihn ausreichen, um zu sehen, wie besonders Silver Bells Luxustouren ist. Er muss es sehen, Morgan, sonst weiß ich nicht, was ich tun soll. Sie machte ein zustimmendes Geräusch. Ich glaube, du musst dir von mir alles machen lassen. Eine kosmetische Gesichtsbehandlung, Augenbrauen, Blowaut, vielleicht sogar eine Maniküre, oh, und wir sollten definitiv eine Lippenbehandlung Lass uns diese Lippen schön und weich zum Küssen machen. Ich funkelte sie an. Meine Lippen sind in Ordnung. Ich benutze viel Lippenpflege. Und ich habe keinerlei Pläne, Adam Klein zu küssen, vielen Dank auch. Genau. Okay, das war eine Lüge gewesen. Adam Klein zu küssen war etwas, woran ich seit unserem ersten Treffen sehr oft gedacht hatte. Seine Lippen luden immerhin sehr zum Küssen ein. Außerdem will ich, dass er sich die Landschaft und die anderen Menschen auf der Tour ansieht, nicht mich. Das ist seine Chance, eine Seite seines Vaters kennenzulernen, die er vor dessen Tod nicht sehen konnte. Morgan schnitt weitere Strähnen meines dunklen Haars ab. Ich dachte, du hättest gesagt, dass ihr zwei nicht gut zusammen währt, selbst nicht auf einem Date. Ich das wären wir nicht. Warum interessierst du dich dann dafür, ob er diese Seite seines Vaters kennenlernt oder nicht? Ich meine, die meisten Angestellten scheren sich nicht um die Gefühle ihres Chefs. Es sei denn, besagte Angestellte ist an besagtem Chef interessiert, in welchem Fall wir von einer völlig anderen Geschichte sprechen. Ich bin interessiert, gab ich Kerl interessiert, der dich davor gerettet hat, auf dein Gesicht zu fallen? An dem heißen Kerl, mit dem du geflirtet hast, wobei du mit deinen Wimpern geklimpert hast, wie ich es dich in den 16 Jahren, die ich dich bereits kenne, nie habe tun sehen. HMPF, ich warf die Hände in die Luft. Okay, meinetwegen. Ich habe an ihn gedacht, und vielleicht war ich interessiert, bis er begonnen hat, so zu tun, als sei sein Handy sein persönliches lebensrettendes Gerät. Der Kerl ist ein Workaholic, Mr. Clines Sohn, und versucht, mein ganzes Leben zu zerstören, indem er Silver Bells verkauft. Und ich habe so viele Ideen, um das Geschäft zu verbessern. Ich weiß, dass ich helfen könnte, es wieder auf die Spur zu bringen, es wirklich profitabel zu machen, wenn er mich nur anhören würde. Morgan trat zur Seite und legte die Schere weg. Dann bring ihn dazu, dir zuzuhören. Ich zog die Augenbrauen zusammen. Ich versuche, ihn dazu zu bringen, mir zuzuhören, aber die einzige Möglichkeit, ihn verstehen zu lassen, weshalb das Geschäft so fantastisch ist, besteht darin, es direkt zu erleben, was genau das ist, was wir tun, sagte ich, erschöpft davon, an Adam Klein zu denken. Mein Leben hatte so einfach gewirkt, bis er in die Stadt gekommen war. Ich musste das Thema wechseln. Wie läuft es mit dir und Dallas? Sie warf mir einen abgelenkten Blick zu. Die Feiertage sind hart für ihn. Seine Beziehung zu seinem Vater ist wegen dessen Alkoholabhängigkeit angespannt. Ich wünschte, um zu helfen. Ich empfand Mitgefühl. Ich sitze in einem ähnlichen Boot. Ich wünschte, ich wüsste, wie ich zu Adam durchdringen könnte. Morgan streckte sich und nahm den mit Nelken gespickten Apfel in die Hand. Sie hielt ihn sich unter die Nase, um tief einzuatmen. Der Duft trieb auch zu mir herüber und ich schnipste mit den Fingern. Jetzt erinnere ich mich daran, wer diese Dinger geliebt hat. M.S. King sagten wir gleichzeitig. Trauer bahnte sich ihren Weg in mein Herz. Unsere Chorleiterin und Mentorin zu verlieren war für uns alle hart gewesen. Mr. Clines positive Einstellung hatte geholfen, aber jetzt war auch er nicht mehr da. Ich wünschte, M.S. King wäre hier. Sie würde wissen, was zu tun ist. Morgan hängte den Apfel wieder auf. Sie würde es wissen und sie würde auch sagen, dass sie es weiß. Ich vermisse sie, sagte ich. Ich auch, stimmte sie zu, wobei sie mir einen verständnisvollen Blick zuwarf. Wenn M.S. a King hier wäre, dann würde sie mir sagen, dass ich mir das holen sollte, was ich wollte. Entschlossenheit erfüllte mich. Adam Klein würde von seiner anstehenden Tour so aus den Socken gehauen werden, dass er Silverbells niemals verkaufen konnte. Und die Rettung des Geschäfts war natürlich alles, woran ich dachte, als ich mich morgen zuwandte. Okay, lass uns die Wimpernverlängerungen machen. Kapitel 4 Am nächsten Abend kam ich in den Laden von Silverbells Luxustouren und entdeckte mein Spiegelbild im Schaufenster. Die Wimpernverlängerungen und der wasserfeste Eyeliner auf meinen oberen Augenlidern betonten meine mandelbraunen Augen wirklich. Ich hatte mein Haar zu einem Knoten gedreht, der sowohl elegant als auch funktional war. Mein Outfit, eng geschnittene Hosen mit warmem Futterstoff, ein roter Kaschmir-Pullover unter einer schwarzen, hochwertigen Steppweste mit einem Daunenmantel darüber, Wanderstiefel, die für steiniges Gelände gemacht waren und dabei auch noch gut aussahen. Alles war perfekt, um die Luxustour zu beginnen, die Adam hoffentlich überzeugen würde. Ich schloss die Eingangstür auf und schlüpfte hinein, begierig darauf, die Tour zu beginnen. Ich ging zur Kaffeebar und begann, alles sorgfältig zu ordnen. Kein Staubkorn, keine Kaffeebohne oder Zuckerkorn, um die Perfektion der Luxuserfahrung der Gäste zu beeinträchtigen. Ich legte die Prallen, mit Zuckerguss bestrichenen Zimtschnecken von der Jingle-Belz-Bäckerei auf einen Porzellanteller und ließ mir den dekadenten Duft richtiger Butter, Vanille und süßer Gebäckwaren in die Nase steigen. Lecker! Meine Finger zuckten in Richtung der Schnecken. Das Wasser lief mir im Mund zusammen, als ich die Stoffservietten, die Porzellantassen und das Silberbesteck sortierte. Als nächstes tippte ich auf das Tablet, das sich in der Hand hielt, und sorgte dafür, dass alles eingerichtet und bereit war und keine Verzögerungen in Sicht waren. Es war alles fertig. Die Tür öffnete sich und die Glocke klingelte, als die Tourgruppe eilig hereinkam. Ich ging mit einem Lächeln auf sie zu. Diane Burkhardt trug ein stylisches Outfit, das meinem ähnlich war. Ihr aschblondes Haar war zu einem eleganten Pferdeschwanz gebunden und ihre Lippen waren mit glänzendem Lipgloss überzogen. Wie Diane trug Mr. Burkhardt Ausrüstung aus dem Laden. Wo war Adam? Er musste unsere glücklichen Gäste sehen, die Kleidung aus dem Laden gekauft hatten und dadurch die Einnahmen noch über die Tour hinaus vergrößerten. Eine ältere Frau namens Sharon Straw lächelte mich an. Sie trug weniger moderne Ausrüstung und ihre alten Wanderstiefel drückten aus, dass sie es ernst meinte und Erfahrung mit dem Wandern hatte, auch wenn sie von einem einst knalligen und mittlerweile verblassten Pink waren, anstatt des üblichen Sand- oder Dunkelbrauns. Trevor Peake kam als nächstes. Es gibt doch diese älteren Männer, die diese robuste Cowboy-Aura ausstrahlen, oder? Trevor war einer von ihnen, und das aus gutem Grund. Er hatte in mehreren bekannten Hollywood-Filmen einen Cowboy gespielt. Er hatte sich bereits vor Jahren aus dem Filmgeschäft zurückgezogen und war nach Christmas Mountain gezogen, sah aber immer noch nach der Rolle aus, die er gespielt hatte. Er nickte mir zur Begrüßung zu, was ich erwiderte. Es ist ein wunderbarer Abend, oder nicht? Sharon trat nach vorn zu dem Teller mit Gebäck, das sich ordentlich ausgebreitet hatte. Und ist das Zimt, den ich da rieche? Ja, Mrs. Straw. Wir haben die weltberühmten Zimtschnecken der Jingle-Bels-Bäckerei als Snack für sie an der Kaffeebar. Bitte bedienen sie sich. Die Gruppe machte sich auf den Weg, um sich Zimtschnecken und Kaffee zu holen. Ich sah auf die Uhr. Wo war Adam? Hatte er mich sitzen lassen? Hatte er entschieden, dass eine Tour das letzte war, was er brauchte? Mein Magen Das würde er nicht wagen. Oder? Gerade, als ich mir sicher war, dass er sich gegen die Tour entschieden hatte, wurde die Tür geöffnet und er kam herein. Er schien an seinem Handy festgeklebt zu sein, auf dem er wild herumtippte. Das Handy in seiner Hand piepste und zwitscherte immer wieder, wodurch er so beansprucht wurde, dass er nicht einmal den Blick hob, bis er direkt in eine Schaufensterpuppe in Skikleidung hineinlief, die daraufhin zu Boden fiel. Sharon trat neben mich. Oh! Er ist nicht unser Tourguide, oder? Nein, er macht die Tour mit, versicherte ich ihr, während ich ein Lachen unterdrückte. Ich eilte zu Adam herüber, der das Handy in einer Hand behielt, während er die Puppe an einem ihrer Arme hochzog. Keine gute Idee. Der Arm löste sich und die Schaufensterpuppe stürzte mit einem würdelosen Platschen erneut zu Boden. Adam stand da, hielt den Plastikarm in einer Hand und verzog das Gesicht. Trotz des Dramas und der einarmigen Skifahrerin schaffte er es irgendwie, gleichzeitig unglaublich süß und heiß auszusehen. Ich nahm ihm den Arm ab. Guten Abend, Adam. Lassen Sie Schaufensterpuppe sah erbärmlich aus, wie sie da auf dem Boden lag, also lehnte ich sie an einen Campingstuhl, der mit Becherhalterungen, USB-Ladestation und Sitzheizung ausgestattet war. Dann legte ich ihr den Arm auf den Schoß. Ich werde einen der Hausmeister später die Operation durchführen lassen. Danke, sagte Adam grinsend. Ich wusste nicht, dass gleichzeitiges Tippen und Laufen gefährlich sein kann. Gut, dass sie nicht mit einem Puma im Wald waren, scherzte ich, wobei ich mich fragte, ob ein wildes Tier nötig wäre, um ihn von seinem Handy zu lösen. Sie rutschen auf dem Eis aus und ich breche einen Arm ab, sagte er und schüttelte den Kopf, während seine Mundwinkel zuckten. Was für ein Paar wir sind, was? Ja, absolut, erwiderte ich mit heißen Wangen. Es war irgendwie reizvoll, als Paar bezeichnet zu werden. Ich war froh, dass Morgan nicht hier war, um meiner Reaktion beizuwohnen, da sie mich endlos aufgezogen hätte. Ich räusperte mich und versuchte, mich auf die Arbeit zu konzentrieren, indem ich mich der Gruppe zuwandte. Danke, dass Sie Tour wird uns zum Christmas Mountain und dann wieder zurück in den Laden führen. Auf dem Weg werden Sie den Liebesbaum, die Weihnachtsfälle, die Bank der Küsse und vieles mehr sehen. Wir werden ein köstliches Abendessen auf der Spitze des Berges zu uns nehmen, sehr komfortabel, das verspreche ich. Die Burkhards lachten. Trevor lehnte sich, ganz der Cowboy, an die Wand. Sharon strahlte. Adam sah unbeeindruckt was der Moment war, in dem ich seine Kleidung bemerkte, ein teuer aussehender Wollmantel, ein Designerschal, der in den Mantel gesteckt war, Lederhandschuhe und italienische Lederstiefel für die Stadt, keine wetterfesten Wanderschuhe. Adam fragte, haben Sie etwas im Auge? Was, fragte ich, als ich realisierte, dass ich die Augen zusammengekniffen hatte, während ich sein Outfit musterte. Ups! Ich rieb mir mit einem Finger unter dem Auge. Ey, ja! Ich glaube, ich habe es. Draußen war das Klingeln von Glocken zu hören, was mir mitteilte, dass unsere Mitfahrgelegenheit angekommen war. Ich neigte den Kopf. Ich höre Schlittenglocken. Das ist unser Einsatz. Wir gingen hinaus und entdeckten Pferde, die einen riesigen Schlitten zogen. Drei Sitzreihen, die mit rotem Samt bezogen waren, befanden sich unter dem schwarzen Verdeck, das etwas Schutz vor den Elementen bot, den Gästen aber ermöglichte, durch die offenen Seiten die Landschaft zu bewundern. Oh, wie reizend! Ist es bequem? fragte Dian. Weich und bequem, versicherte ich ihr. Es sind Handyladegeräte im Schlitten und ein Solarpanel auf dem Verdeck, das, auch wenn sie es nicht sehen können, die Sitze beheizt. Dian klatschte in die Hände. Fantastisch! Wie lange werden wir im Schlitten sein? Bis wir den Liebesbaum erreichen. Es sind auch Pelzreisedecken und heiße Schokolade an Bord. Sind alle bereit? Adam warf mir einen Blick zu, der mir sagte, dass er alles andere als bereit hierfür war, und sah auf sein Handy. Die anderen drückten jedoch ihre Begeisterung aus. Das reichte mir aus. Der Kutscher trug einen langen schwarzen Mantel über einer Winterhose und festen Stiefeln und stieg ab, um uns in den Schlitten zu helfen. Die weichen Pelze waren der Inbegriff von Luxus, und die heiße Schokolade, die sich in silbernen Thermoskannen befand, wurde in vorgewärmten Bechern ausgeteilt. Einen Moment später zogen die Pferde an und wir fuhren mit klingenden Glückchen und den begeisterten Worten meiner Gruppe über die Fahrt, die Pferde und die umwerfende Landschaft los, und Adam, der mit leiser Stimme in sein Handy sprach. Enttäuschung machte sich in mir breit. Er musste sich von seinem Handy lösen, sonst würde er sich nie in die Tour und Silverbells verlieben. Sollte ich das Handy nehmen und aus dem Schlitten werfen? Vermutlich war es nicht angemessen, das seinem Chef anzutun, also entschied ich mich für eine weniger invasive Taktik. Ich lehnte mich zu ihm und flüsterte, Adam, Sie müssen sich mit der Tour verbinden, dem Geschäft zuliebe. Wenn Sie an Ihrem Handy sind, dann wird das auch der Rest der Gäste tun wollen. In der Natur geht es darum, die Technik beiseite zu lassen und die Umgebung zu erfahren. Er hob einen Finger. Eine Minute. Okay, sagte ich und zählte bis 20. Viermal. Dann stieß ich ihn mit dem Ellbogen an. Er schenkte mir ein verlegenes Grinsen, schob das Handy aber in seine Tasche, als es sofort wieder zu klingeln begann. Frustration machte sich breit und ich versuchte, das Klingeln zu ignorieren, indem ich auf die Sehenswürdigkeiten deutete, während wir um den hinteren Teil der Stadt fuhren, sodass wir in die Hauptstraße kommen konnten, um all die niedlichen Lädchen zu sehen, schöne Naturabenteuertouren, unser neuester Konkurrent, die Jingle Belzbäckerei, das Schlittencafé, den Buchladen Rudolfs Bücher, den CM-Friseursalon Parkers Möbelladen. Dann kamen wir am riesigen Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz vorbei, gefolgt vom Gerichtsgebäude, Pranzers-Pankake-Haus, dem Gasthaus zur Zuckerfee und dem Gemeindezentrum, wo meine besten Freundinnen und ich vergangene Weihnachten für MS-King aufgetreten waren. Das Rauschen der Weihnachtsfälle wurde lauter, als wir ihnen näher kamen, die saubere Luft einatmeten, den Himmel in der Abenddämmerung und den Anblick des verschneiten Bergs über uns betrachteten. Ich warf einen Blick auf Adam, um seine Reaktion zu sehen, fand ihn allerdings vornüber gebeugt vor, während seine Finger über die Tastatur seines Handys flogen. Vielleicht war er die Sache, die ich aus dem Schlitten werfen sollte. Sein Oberschenkel streifte meinen und Hitze drang in jede Faser meines Körpers. Adam? Sie verpassen es, ich musterte sein Profil. Angespannt. Konzentriert. Warum konnte er sich nicht so auf diese Tour konzentrieren? Ich stieß mit meinem Bein an seines, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Was? Er blickte zu mir herüber, sah meinen Gesichtsausdruck und verstaute sein Handy erneut. Entschuldigung, eine Arbeitsangelegenheit in New York. Sharon saß vor uns neben Trevor und drehte sich um, um mich über ihre Schulter hinweg anzusehen. Oh, ich wünschte, mein Mann wäre noch hier, sie warf Adam einen Blick zu. Er war ein solcher Workaholic. Ich habe ihn wirklich geliebt, aber es konnte anstrengend sein, mit diesem Mann in Urlaub zu fahren. Der nicht allzu subtile Wink blieb auch Adam nicht verborgen, dessen Handy ein weiteres Mal klingelte. Er lächelte peinlich berührt, während seine Finger in seiner Tasche verschwanden. Das Handy verstummte. Ich schenkte Sharon ein dankbares Lächeln. Der Weihnachtsfloß schlängelte sich um den Fuß des Berges, wie ein wunderschönes dunkelblaues Band. Die Weihnachtsfälle, 25 Meter hoch und schäumend, strömten über die kleinen Klippen über uns und fielen auf eine wirbelnde, fantastische Art nach unten, die aus weißem Schaum, flüssigem Blau und Erhabenheit bestand. Ich hatte die Weihnachtsfälle schon immer geliebt und ihre Schönheit verzauberte mich immer wieder aufs Neue. Der Schlitten hielt an und wir stiegen alle aus, um die Treppe zu den Fällen hinauf zu gehen. Ist das der Liebesbaum? fragte Sharon. Ja, sagte ich und ging zu dem großen Baum voran, der mit bunten Lichterketten geschmückt war und dessen Baumschmuck im Wind tanzte. Die Luft hier oben war kälter und das Tosen der Fälle lauter. Ich hob meine Stimme und sagte, jeden Dezember kommen Pärchen hierher, um Baumschmuck aufzuhängen und sich ihre Liebe zu versprechen, ich warf den Burgharz einen bedeutungsvollen Blick zu. Und andere hängen Baumschmuck als Andenken auf. Andenken? fragte Sharon. An die, die wir verloren haben, sagte ich, mit Gedanken an MS, King und Mr. Kleene. Ich öffnete ein schwarzes Samtsäckchen und holte den Überraschungsbaumschmuck heraus, den ich für die Gäste dieser Touren immer mitbrachte. Ich habe Baumschmuck, falls jemand etwas aufhängen möchte? Oh, wie aufmerksam, Faith, Sharon nahm sich einen Anhänger heraus. Ich werde einen meinem Mann zu Ehren aufhängen. Ich werde einen für meine Frau nehmen, sagte Trevor mit seiner kratzigen, gedehnten Stimme. Danke, Faith. Die Burgharz sahen einander an, bevor sie den Herzanhänger nahmen, der an meinen Fingern baumelte. Den letzten streckte ich Adam entgegen. Vielleicht möchten sie. Nein, danke, er wandte sich von mir ab, zog sich seinen Schal fester um den Hals und sah zu, wie die anderen ihren Baumschmuck aufhängten. Ich zog die Augenbrauen zusammen, als ihr Lachen und ihre leisen Worte durch den Wind zu uns getragen wurden. Er nickte in ihre Richtung. Die Gäste scheinen Spaß zu haben. Übrigens war die heiße Schokolade köstlich. Danke, erwiderte ich, ein wenig schockiert von seiner Reaktion nach dem Ablehnen der Dekoration. Er hatte einmal hier gewohnt, also kannte er die Tradition. Ich konnte nicht glauben, dass er nicht als Andenken an seinen Vater etwas aufhängen wollte. Ich plante, eine Dekoration für MS King aufzuhängen, aber nicht heute Abend während der Tour. Das wollte ich privat tun, und ich nahm an, dass das vielleicht auch auf Adam zutraf. Ich ging zum Geländer und blickte zu den Fällen auf, als Adam neben mich kam. Er sah mich an. Haben Sie die heiße Schokolade gemacht? Nein, aber es war meine Idee, sie den Gästen zu servieren. Ihr Vater war großartig darin, sich Dinge wie den Schlitten auszudenken, aber sobald die Gäste darin waren, war es wie ein Abwarten, bis wir dort ankommen. Er starrte mich einen Moment lang an. Sie geben die kleinen Feinheiten hinzu, die die Tour persönlicher machen. Ist das ein Kompliment? fragte ich. Seine Mundwinkel zuckten. Das Beste. Ich trat etwas näher. Der Wind wehte ihm durchs Haar und zerzauste es. Ich wollte meine Hand ausstrecken und es in Ordnung bringen, oder es einfach nur berühren, um die Beschaffenheit zu fühlen. Sein Blick fixierte sich auf mich. Mein Herz wurde etwas schneller. Ich musste mich daran erinnern, dass er mein Chef war, Mr. Clines Sohn, und dass er versuchte, das Geschäft zu verkaufen, das ich retten wollte. Ganz zu schweigen davon, dass er ein absoluter Stadtmensch war, während ich hier in den Bergen aufblühte. Gegensätze mochten sich vielleicht anziehen, aber unsere Ziele waren verschieden. Nach ungefähr 20 Minuten fuhr ein Luxus-SUV am Fuß der Treppe vor, um uns zum nächsten Halt unserer Tour zu bringen. Adam schob seine Hände in die Jackentaschen. Ist das ein Cadillac-Eskalade? Ist es, bestätigte ich und führte die Gruppe zu unserem luxuriösen fahrbaren Untersatz. Wir stiegen ein und fuhren den Berg hinauf. Ich sah Adam von der Seite an. Wie konnte ich ihn verstehen lassen, wie viel Silverbells mir bedeutete, den Menschen, die zum Einkaufen in den Laden kamen, den Gästen, die die Touren unternahmen, die ihnen die besonderen Momente bescherten, die wir in diesem Moment erlebten? Warum konnte Adam nicht sehen, dass es im Leben um solche Momente ging? Kleine und große, und dass wir sie dann ergreifen mussten, wenn sie kamen, sie erschaffen mussten, wenn sie das nicht taten. Ich könnte ein wenig Hilfe gebrauchen, Mr. Kleene, flüsterte ich. Und einfach so gingen die Lichter an. Nicht in meinem Kopf. Auf dem Berg. Die alte Skistation von hier aus geht es nur noch bergab hatte Lichterketten über ihre Hütte und die Bäume gezogen. Der Schimmer, weiß und glitzernd, ließ die Bäume aussehen, als wären sie in einen Mantel aus Sternen gehüllt. Weitere Lichter umrahmten das rot-goldene Rundzelt, auf das wir zufuhren und das sich in der leichten Brise aufblähte. Adams Mund öffnete sich. Meiner verzog sich zu einem Lächeln. Ich lehnte mich zu ihm und flüsterte, erwischt. Die anderen starrten, lachten und freuten sich. Adam sah sie an und wieder zurück zu mir, als wir zum Stehen kamen. Die Türen wurden von unserem Fahrer geöffnet. Wir traten in die frische Luft hinaus. Ich wandte mich der Gruppe zu. Bitte folgen Sie mir. Wir gingen einen Pfad entlang, der von weiteren Lichtern beleuchtet wurde. Die Kiefern verströmten ihren würzig-süßen Duft. Die Aussicht war fantastisch. Unter uns lag unser charmantes Städtchen, ein funkelndes Meer aus bunten Lichtern. Die Weihnachtsfälle strömten bergab und der Fluss war ein langer Silberstreifen. Die Seite des Berges war mit kleineren Bäumen gespickt, welche meinen Blick wieder auf den Liebesbaum zogen. Wir gingen zu dem Rundzelt. Im Inneren wehte uns der süße, aber große Holzofen warme Luft entgegen. Das Innere des Zeltes war rot und gold, mit einer hohen, spitz zulaufenden Decke und einem Gerüst, an dem die blinkende Weihnachtsbelüchtung befestigt war. Gingo Belrock ertönte durch die verborgenen Lautsprecher. Der Tisch, der bei den Polstersitzen stand, war mit silberfarbenem und blauem Stoff bedeckt. Ein Chefkoch, der eine Schürze und eine Kochmütze trug, stand bereit und mit einem Lächeln im Gesicht da. Adamsbein berührte meines, als wir uns hinsetzten. Mein Bein kribbelte dort, wo sein Oberschenkel meinen gestreift hatte. Das Essen war köstlich. Roter Wildlachs, sehr dünn geschnitten und geräuchert, serviert mit Stücken seltenen und ebenso zarten Wildfleisches. Perfektes Risotto mit einem Hauch von Käse. Eleganter Salat, im italienischen Stil, mit Mozzarella, frischen Tomaten und Basilikum, der direkt von der Pflanze des Kochs kam, zusammen mit etwas Öl und Essig. Guter Wein, köstliches Brot, fantastische Gesellschaft. Was konnte man sich bei einer Silver Bells Luxustour noch wünschen? Wir verließen das Zelt rechtzeitig, um uns die Sternenkonstellationen durch die Teleskope anzusehen, auch wenn diese in einer so klaren Nacht gar nicht nötig waren. Auf dem Weg den Berg hinunter sangen wir Weihnachtslieder. Als wir mit einem fertig waren, wandte Sharon sich mir zu. Sie sind ein Chormädchen, oder nicht? Meine Wangen wurden warm. Das war ich einmal. Woher wussten Sie das? Ich habe früher eine Chor geleitet, sie tippte sich ans Ohr und lächelte. Ich erkenne Chorsänger immer. Ich lächelte, an MS, King erinnert, als wir langsam die Hauptstraße entlang fuhren. Die idyllischen und reizenden Lädchen waren jetzt überwiegend geschlossen, aber sie sahen immer noch wunderschön aus, mit ihren langen Rechtecken goldenen Lichts, die wie ein Korridor auf die Straße schienen. Als wir wieder im Laden von Silver Bells Luxustouren ankamen, bedankten sich alle bei mir, gaben mir großzügige Trinkgelder und verabschiedeten sich. Der Eskalade fuhr weg. Ich stand da und starrte Adam an. Und? Was denken Sie? Die Sterngucker-Tour ist eine der fantastischsten Erfahrungen, die ich je gemacht habe, sagte er, wobei er mir direkt in die Augen sah. Mein Herz wurde schneller. Er verstand es. Endlich verstand er, wie besonders Silver Bells war. Meine Brust erfüllte sich mit Freude und ich öffnete den Mund, um zu sprechen. Sie hatten Recht. Ich musste es selbst erleben, um wirklich zu verstehen, was es so großartig macht, sagte er und lächelte. Jetzt weiß ich genau, wie ich dieses Geschäft anpreisen werde. Und ich kenne einen Mann, der so etwas vielleicht kaufen würde. Und einfach so rutschte mir das Herz in die Hose. Kapitel 5 Der Gang zurück ins Büro am vergangenen Abend war schmerzhaft unangenehm gewesen. Adam merkte vermutlich, wie am Boden zerstört ich darüber war, dass er das Geschäft immer noch verkaufen wollte, anstatt den Traum seines Vaters zu ehren, indem er Silver Bells weiterführte. All die Dinge, die ich ihm hatte zeigen wollen, waren vergessen gewesen, als ich darum gekämpft hatte, die Tränen zurückzuhalten, die mir in den Augen brannten. Als Adam für den nächsten Tag ein gemeinsames Mittagessen vorgeschlagen hatte, um die Dinge zu besprechen, hatte ich keine andere Wahl gehabt, als ja zu sagen, da er immer noch mein Chef war, auch wenn ich nicht wusste, für wie lange noch. Um 12 Uhr am nächsten Tag fand ich mich ihm gegenüber an einem Tisch im Barbecue wieder, einem Lieblingsplatz der Einheimischen. Obwohl der Tourismus dieses Jahr etwas stärker war als im Jahr zuvor, war das Restaurant nicht allzu voll. Pippa, die Kellnerin, hatte einen Blick auf sein hübsches Gesicht geworfen und es geschafft, uns einen Tisch für zwei in einer versteckten Ecke zu finden. Ich hatte nicht die Energie, ihr zu sagen, dass es ein geschäftliches Essen war. Ich fragte mich, ob er wegen seines Aussehens immer eine besondere Behandlung genoss, dann fühlte ich mich jedoch unverschämt, da er aufrichtig bestürzt darüber ausgesehen hatte, wie sich die Dinge am vergangenen Abend entwickelt hatten. In seinem üblichen Geschäftsanzug wirkte er im Barbecue-Fail am Platz, aber wenn nicht der besorgte Ausdruck in seinem Gesicht gewesen wäre, dann hätte er in dieser zwanglosen Umgebung beinahe entspannt gewirkt. Ein knisterndes Holzfeuer brannte im Kamin und erhitzte mein bereits gerötetes Gesicht noch mehr. Faith, es tut mir so leid, dass Sie das so schwer nehmen. Ich dachte, dass mein Vater, oder zumindest sein Anwalt, mit Ihnen über die Tatsache gesprochen hat, dass ich plane, das Geschäft zu verkaufen. Ich kann nicht in Christmas Mountain bleiben, es ist nicht mein Zuhause. Mir war danach, meine Unterlippe nach vorn zu schieben, wie ich es als schmollender Teenager getan hatte, zwang mich aber dazu, aufrecht zu sitzen und einen professionellen Gesichtsausdruck zu wahren. Aber es war einmal ihr Zuhause. Warum kann es das nicht wieder sein, fragte ich vernünftig. Adam trank einen Schluck seiner Limonade und stellte das Glas ab, bevor er sich vorbeugte. Faith, ich habe Christmas Mountain verlassen, als ich 16 war, was bedeutet, dass ich fast genauso viel Zeit fern von hier verbracht habe. Ich habe nur eine Handvoll Erinnerungen an meine Zeit hier. Er fuhr mit einem Finger über sein Glas und schuf damit einen Weg für den Kondensationstropfen, der ihm folgte. Es ist nicht mein Zuhause, wiederholte er, wobei er seine Mundwinkel nach unten zog. Ich empfand Mitgefühl für ihn, da er wirklich mitgenommen aussah. Ich kaute nachdenklich auf meinem Stück Rinderbrust herum und trank einen Schluck Wasser, bevor ich sprach. Warum sind Sie gegangen? Adam lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und schob seinen Teller weg, bevor er sich mit der anderen Hand durch die Haare fuhr. Ich versuchte, ein Lächeln zu unterdrücken. Sie haben da, Sie haben ein wenig. Barbecue-Soße im Haar. Er sah mich und dann seine Hand an, bevor er eine Serviette nahm, um sich damit die Stirn abzuwischen. Entschuldigung, ich bin heute völlig durcheinander. Sie haben es nicht erwischt, ich nahm ihm die Serviette aus der Hand und lehnte mich über den Tisch, um die Soße wegzuwischen, die er trotz mehrerer Versuche nicht getroffen hatte. Während ich dies tat, sah er mir in die Augen, ohne zu sprechen, und doch sagte er mir, dass er eine Welt des Schmerzes in seiner Seele hatte. Ich hatte nicht einmal realisiert, dass ich ihm immer noch über die Haut wischte, bis er meine Hand festhielt und auf den Tisch legte. Ups! Meine Eltern haben sich getrennt, als ich ein Teenager war, sagte er, wobei er in sein Glas starrte. Mein Vater hat mit meiner Mutter um das Sorgerecht gekämpft, aber sie sagte, dass diese Gegend kein guter Ort wäre, um ein Kind groß zu ziehen. Sie hat irgendeinen Spitzenanwalt gefunden, der den Fall gewonnen hat. Zu diesem Zeitpunkt war ich völlig im Teenager-Angstmodus und das Leben in New York klang cool. Ich nehme an, ich habe an den Traum der strahlenden Lichter, der großen Stadt geglaubt. Aber es war ein Fehler, drängte ich. Einen Moment lang war er still. Ich kann nicht sagen, dass es ein Fehler war. Ich habe Freunde gefunden, bin auf eine gute Higgs-Schul und dann auf das College gegangen. Meine Mutter hat einen reichen Kerl geheiratet, also hat es uns an nichts gemangelt. Es war ein gutes Leben. Ich wartete. Aber? Er sah zu mir auf. Kein Aber. Da war eindeutig ein Aber, Adam. Aber wenn Sie es mir nicht sagen wollen, ich wollte ihn zu mir drängen, aber er sah so verletzlich und traurig aus, dass ich das Thema wechselte. Die Wettervorhersage für morgen spricht von Schnee. Es hat etwas gefehlt. Ich blinzelte. Wie bitte? Aber, es hat etwas gefehlt, Adam sah mich an, und seine blauen Augen glänzten, als würde er Tränen zurückhalten. Trotz all des Geldes und der Privilegien, die wir hatten, hat etwas gefehlt, aber ich konnte mich nie dazu durchringen, es zuzugeben. Zumindest nicht laut. Sein Kopf fiel ein wenig und es brach mir das Herz, dass ein so wunderbarer Mann eine so gequälte Seele hatte. Aber insgeheim? fragte ich. Er setzte sich auf. Insgeheim habe ich meinen Vater vermisst, mit seinen verrückten Vorstellungen von Weihnachten, seinen handgeschnitzten Spielzeugen und seinen Träumen. All seine Charaktereigenschaften, die meine Mutter verrückt gemacht haben, waren das, was ich vermisst habe. Ich runzelte die Stirn, im Versuch, es zu verstehen. Warum sind sie nicht zurückgekommen? Als sie alt genug waren, meine ich. So wie ich das verstanden habe, hat ihr Vater sie besucht, aber sie haben ihn hier nicht besucht. Ich arbeite seit dem letzten Weihnachtsfest bei Silver Bells, und die einzigen Fotos, die ich je von ihnen gesehen habe, waren die, die ihr Vater auf seinem Tisch stehen hatte, auf denen sie ungefähr zehn Jahre alt sind. Er hatte Fotos von mir, fragte er heiser. Natürlich, erwiderte ich, wobei ich mich fragte, wie er das nicht wissen konnte. Er hat sie geliebt und den Leuten immer erzählt, wie stolz er auf seinen erfolgreichen Sohn ist. Wow, er nahm einen tiefen Atemzug und stützte sich auf seinen Unterarmen ab. Ich bin nie für Besuche hergekommen. Wie konnte ich auch? Ich hatte ihn zurückgelassen. Ich war zu beschämt, um an den Ort zurückzukehren, den ich einmal gelieh, er stoppte abrupt und senkte den Kopf. Ein Fünkchen Hoffnung wurde in meinem Herzen entfacht. Den Ort, den sie geliebt haben? Er atmete lautstark aus und nickte. Und dann, als ich älter wurde, gab es keinen Grund, zurückzukehren, bis er verstummte und suchte meinen Blick. Bis jetzt beendete ich den Satz für ihn und fühlte mich schrecklich, dass der Tod seines Vaters nötig gewesen war, um ihn in seine Heimatstadt zurückzubringen. Die Stille lag ein paar Sekunden lang schwer zwischen uns, bevor Adam sich räusperte. Wenn wir ins Büro zurückkehren, würden Sie dann bitte die Buchhaltungsunterlagen des letzten Jahres für mich besorgen? Meine Stirn legte sich in Falten. Wie konnte er davon, sich wirklich zu öffnen, wieder in diesen Geschäftsmodus zurückkehren? Natürlich kann ich das tun, aber die letzten zwölf Monate spiegeln das wahre Gewinnpotenzial von Silverbells nicht richtig wieder. Der Tourismus hat seit ein paar Jahren Probleme, und seit ihr Vater verstorben ist, war es irgendwie etwas ruhig bei uns, aber mit einem Cleaner am Steuer bin ich mir sicher. Bitte, hören Sie auf, er hob abrupt den Kopf und sah mich an. Ich verkaufe Silverbells, das wissen Sie. Tatsächlich habe ich potenzielle Käufer, die am Montag kommen, um sich alles anzusehen, und sie wollen die Buchhaltungsunterlagen der letzten zwölf Monate sehen. Mein Magen drehte sich. Vielleicht sollte ich auch unsere profitabelsten Jahre ausdrucken. Die Käufer sind nicht daran interessiert, was zuvor passiert ist, nur daran, was das Geschäft im Moment umsetzt. Wenn es keinen anständigen Gewinn abwirft, planen Sie, es zu schließen und ein Wellnessbad zu errichten. Ein Wellnessbad? fragte ich ungläubig. Ein neuer Besitzer hatte bereits traumatisierend genug geklungen. Sie würden an jemanden verkaufen, der plant, Silverbells vollständig zu schließen? Ich habe heute viel Arbeit zu erledigen, also werde ich nicht mehr ins Büro kommen. Er stand auf, und seine Stimme war eiskalt, als er seine Serviette auf den Tisch legte. Bitte nutzen Sie die Firmenkarte, um für das Mittagessen zu bezahlen. Sollen wir uns am Montag um, sagen wir 11.30 Uhr im Büro treffen? Sie sind der Chef, sagte ich, während ich mich fragte, wie unsere tiefgreifende Unterhaltung so falsch gelaufen war. Kapitel 6 Nach dem Aufruhr des Tages lud ich morgen zum Abendessen ein, damit wir etwas Zeit miteinander verbringen konnten. Ich war nicht nur traurig und enttäuscht, dass Adam Silverbells verkaufte, unsere Unterhaltung hatte in mir auch Zweifel daran geweckt, ob er sich mit seiner Entscheidung absolut sicher war. Die Schuldgefühle, die er in sich hatte, konnten ihm nicht erlauben, mit klarem Kopf zu denken. Außerdem hatte in der Art, wie er über Christmas Mountain geredet hatte, bevor er nach New York gezogen war, eine gewisse Nostalgie gelegen. Okay, ja, ich war ein wenig aufdringlich damit, das Geschäft nicht zu verkaufen, besonders, wenn man bedachte, dass ich die Angestellte und nicht die Chefin war. Aber wenn Adam es verkaufte und später bereute, wusste ich, dass ich mir Vorwürfe machen würde, dass ich ihm nicht geholfen hatte, um sicherzugehen, dass er die richtige Entscheidung traf, für ihn und für seinen Vater. Mr. Klein war ein wundervoller Chef gewesen und ich wollte mich ihm gegenüber anständig verhalten. Ich wischte mir mit dem Handrücken über die Augen und ging in die Küche, um nach dem Schmorbraten zu sehen, den ich zum Abendessen gemacht hatte. Ich hatte eine Flasche Bordeaux geöffnet, die auf dem Tisch atmete. Ich nahm ein paar Gläser aus dem Schrank und verzog das Gesicht, als ich die dünne Staubschicht auf den Stielen bemerkte. Ich neigte nicht dazu, allein zu trinken, also traten die Gläser nur in Erscheinung, wenn ich Gäste zu Besuch hatte. Neun von zehn Malen gingen meine Freunde und ich im Schlittenkaffee essen oder bei besonderen Anlässen im Steakhaus. Daher fanden meine Weingläser nicht oft Verwendung. Ich war gerade fertig damit, die Weingläser zu spülen und abzutrocknen, als es an der Tür klopfte. Hi, ich öffnete die Tür und zog meine Freundin in eine große Umarmung, wobei ich sie etwas länger festhielt als üblich. Was für ein Tag! Ich bin froh, dass du kommen konntest. Ich bin froh, dass du mich eingeladen hast, erwiderte sie, während sie ihre Winterjacke auszog und an dem Haken neben der Haustür aufhängte. Wo ist Ruby? Ich hatte auch morgens Mitbewohnerin Ruby eingeladen, deren Eltern das Gasthaus zur Zuckerfee gehörte. Wir alle waren seit der Grundschule befreundet. Ruby hatte eine Krise auf der Arbeit. Weiteres Drama im himmlischen Hunde-Wellness und Training? Warum bin ich nicht überrascht? Ich lachte. Es gibt ein Problem mit dem Outfit eines King Charles Spaniels für die Hundeparade dieses Jahr. Dort gibt es eine Hundekrise nach der anderen. Kann ich verstehen, sagte Morgan kopfschüttelnd. Nicht die Hundebesitzer-Probleme, aber ich habe vor Arbeit kein Bein mehr auf den Boden bekommen, da so viele Frauen in Christmas Mountain ihre Haare und Nägel für die Feiertage machen lassen wollen. Dein Geschäft läuft so gut, sagte ich, wobei ich einen stechenden Schmerz spürte, dass es dem einzigartigen Kline-Geschäft finanziell nicht so gut ging. Ich kann mich definitiv nicht beschweren. Dem Tourismus hier geht es etwas besser als letztes Jahr, aber es nicht nichts, worüber man jubeln müsste, also habe ich Glück. Was auch deinem Talent zu verdanken ist, ich goss den Wein in beide Gläser, von denen ich eines Morgan reichte. Das Abendessen ist fast fertig, ich warte nur darauf, dass das Gemüse gar wird. Komm und setz dich. Morgan setzte sich mir gegenüber auf die Couch, trank einen Schluck Wein und stellte ihr Glas auf den Kaffeetisch. Sie streckte ihre Hände genüsslich in Richtung des Kaminfeuers aus. Du hast den Kamin angemacht, was ist los? Ich lächelte. Morgan kannte mich zu gut. Ihre Worte erinnerten mich daran, dass ich den Kamin selten anfeuerte und mich stattdessen für die einfacheren Heizkörper in der Wohnung entschied. So sehr ich das Schimmern und Knistern eines richtigen Feuers auch genoss, war es wesentlich schneller und vor allem einfacher, für fast sofortige Wärme einen Schalter umzulegen. Aber nach dem Tag, den ich erlebt hatte, brauchte ich den Trost eines richtigen Feuers. Lass mich unsere Teller anrichten, dann erzähle ich es dir während des Abendessens. Während wir aßen, erzählte ich Morgan von der Tour und Adams' Plan, Silverbells weiterhin zu verkaufen. Sie stöhnte und seufzte in den richtigen Abständen, obwohl sie eine geschickte Geschäftsfrau war und wusste, dass Adams Plane finanziell gesehen Sinn ergaben, zumindest für ihn. Also, ich nehme an, die Wimpernverlängerungen haben ihn nicht davon überzeugt, Silverbells zu behalten und in Christmas Mountain zu bleiben, hm? Nicht einmal annähernd, ich schüttelte den Kopf und lächelte ein wenig über ihren Witz. Ernsthaft, Morgan, ich kann den Gedanken nicht ertragen, wie der Traum des alten Mr. Klein niedergerissen und zu einem Wellnessbad gemacht wird. Von denen findet man in jedem Skiort mindestens eines, aber man wird nie ein weiteres Silverbells finden. Ich meine, wo sonst kann man eine Schlittenfahrt zur Hütte des Weihnachtsmanns und durch das ganze Elfendorf machen, das im Wald versteckt ist? Ihre Lachfalten wurden sichtbar. Am Nordpol? Genau, ich stellte mein Glas etwas zu energisch ab, als ich mein Argument unterstrich, woraufhin der Wein auf den Tisch spritzte. Ich wischte die burgunderrote Pfütze auf, bevor ich mir den Finger ableckte. Das ist genau das, was Silverbells so besonders macht. Näher kommt man an die wahre Sache nicht heran, und es gibt keinen anderen Ort wie diesen. Es wäre ein Verbrechen, es zu zerstören. Morgan legte ihr Besteck auf den Teller und schob ihn von sich weg, bevor sie ihre Ellbogen auf dem Tisch abstützte. Meine Mutter würde mich dafür umbringen, so zu sitzen. Leg deine Ellbogen nicht auf den Tisch, Morgan, das ist nicht damenhaft, würde sie sagen. Es brachte mich immer zum Lachen, wenn Morgan ihre Mutter imitierte. Ich mochte Mrs. Reed, aber sie war das, was meine Mutter als die feine Gesellschaft bezeichnen würde, ihrer Art, um auszudrücken, dass sie Geld hatten, was sie natürlich hatten, wenn man bedachte, dass ihnen die Reedbank gehörte. Okay, also Adam will verkaufen, und du willst nicht, dass er verkauft, richtig, Morgan nahm die Flasche Wein und hielt sie mir entgegen, um mich zu fragen, ob ich noch etwas wollte. Ich nickte, woraufhin sie in jedes unserer Gläser einschenkte, bevor sie grinste. Morgan Reed, ich kenne dieses Lächeln. Du häckst einen Plan aus. Sie stellte die Flasche ab und beugte sich zu mir. Vielleicht könntest du dafür sorgen, dass er es nicht verkaufen kann. Zum Beispiel, indem du rohen Fisch in den Saum der Vorhänge nähst oder so. Wir haben Jalousien aus Holz, ich rümpfte die Nase, ein weiteres Ärgernis von Morgans Mutter, Runzeln bringt der Falten, Liebes, würde sie zu mir sagen. Außerdem, warum sollte ich Fisch mit in die Gleichung einbeziehen? Morgan verdrehte die Augen. Na ja, würdest du einen Laden kaufen, der wie ein verfaulender Teich riecht? Ich weiß, dass ich es nicht tun würde. Sie lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück, und ihre moosgrünen Augen funkelten vor Schalk, als sie mich über den Rand ihres Glases hinweg ansah. Steck einen Fisch in die Jalousien. Mach Silverbells unkaufbar. Ich nahm mein Glas und stand auf. Lass uns nach draußen gehen, es beginnt zu schneien. Morgan holte ein paar Decken von der Couch und folgte mir nach draußen auf meine Veranda, wo sie mir eine reichte und sich die andere um die Schultern legte. Das mit dem Fisch war ein Witz. Aber, ernsthaft, Faith, es gibt Dinge, die du tun könntest, um seine Pläne durcheinander zu bringen. Es wird dir zumindest Zeit kaufen, um Adam vom Charme von Silverbells zu überzeugen. Ich setzte mich in einen der Schaukelstühle, den meine Großmutter mir hinterlassen hatte, eine Erinnerung an meine Kindheit, als sie mich auf ihren Schoß gezogen und mir vor dem Zubettgehen Geschichten vorgelesen hatte. Okay, also streichen wir diese Fischsache, aber was könnten wir sonst noch tun? Morgan tippte sich einen Moment lang auf die Wange. Du könntest Stinkbumpen im Geschäft des alten Mr. Hardy kaufen und in den Laden tun? Oder ich könnte ich könnte die Schuhe der potenziellen Käufer aus der feinen Großstadt mit den Hinterlassenschaften von Rentieren füllen, während sie in Schneestiefeln umherstapfen, schlug ich vor, als ich mich regelrecht hineinsteigerte. Morgan schlug auf die Lehne des anderen Schaukelstuhls, da auch sie mit dem Thema warm wurde. Ich weiß, ich weiß, du könntest sie dazu bringen, über Nacht zu bleiben und dich dann in ihr Zimmer schleichen, da du einen Hauptschlüssel hast. Du könntest ein weißes Laken tragen und sie verjagen, indem du ihnen sagst, dass der ganze Ort von den Vorfahren der Klinis heimgesucht wird, die geschworen haben, jeden zu quälen, der droht, den Ort zu zerstören. So, ich zog mir die Decke über den Kopf, breitete die Arme aus und stand auf, um mich über Morgens Stuhl zu beugen, wobei ich geisterhaftes Geheul ausstieß. Sie kreischte. Ja, aber ohne die bunte Decke, Faith. Ein Regenbogengeist ist nicht gruselig, Morgan stand auf und legte ihre Decke über den Stuhl, den sie soeben verlassen hatte. Dir wird schon etwas einfallen, Faith, das tut es immer, sie küsste mich auf die Wange. Ich fange morgen früh an, also sollte ich gehen. Meine Mutter kommt, um sich ihre Haare machen zu lassen, sie täuschte einen schockierten Gesichtsausdruck vor, bevor sie sich zum Gehen wandte. Bis bald. Als ich hörte, wie die Tür ihres SUVs zufiel, lächelte ich und dachte über den Abend nach. Morgan und ihre albernen Sabotagepläne. Was dachte sie sich? Zu lustig. Aber als ich mich an das Verandageländer lehnte und die verschneite Landschaft betrachtete, die ich so sehr liebte, formte sich in meinem Kopf ein Plan. Potenzielle Käufer zu vergraulen wäre vielleicht doch keine so weit hergeholte Idee. Es war nicht so, als hätte ich andere Strategien im Ärmel meiner Winterjacke, und verzweifelte Situationen erforderten alles, was möglicherweise funktionieren konnte. Richtig? Ich hatte ein oder zwei Ideen, müsste aber einen gewissen jemand um Hilfe bitten. Da dies feststand, ging ich hinein, um einen Anruf zu tätigen. Kapitel 7 Am Montagmorgen kurz nach elf kam morgens älterer Bruder Connor Reed auf meine Bitte hin in den Laden von Silver Bells Luxustouren. Die Reed-Familie war eine angesehene Gruppe hier in Christmas Mountain, und Connor sah genauso aus. Er kümmerte sich um die Kreditabteilung der Reed-Bank, fuhr einen silbernen BMW und zog sich für die Arbeit an, als gehörte ihm die Bank selbst. Er hatte dieselben moosgrünen Augen wie Morgan, sein dunkles Haar war ordentlich nach hinten gekämmt und er trug einen Designer-Pullover, der perfekt auf seinen muskulösen Körperbau zugeschnitten war. Der Kerl war ein Fang, eindeutig. In der zehnten Klasse war ich mit Connor auf seinen Abschlussball gegangen. Wir waren mit seinem besten Freund Dallas und dessen D. Nina hingegangen, auf der Tanzfläche gewesen und hatten eine fantastische Zeit gehabt. Danach gab es Gerüchte darüber, dass wir ein Paar seien, aber es hatte nichts gegeben, das weiter von der Wahrheit hätte entfernt sein können. Mit Null Chemie zwischen uns waren wir Freunde geblieben, weshalb er diesem Gefallen zugestimmt hatte, um den ich ihn gebeten hatte. Als er auf mich zukam, richtete ich mich neben der reparierten Schaufensterpuppe auf, die jetzt wieder zwei Arme hatte, juhu. Sie ließ mich daran zurückdenken, wie süß Adam ausgesehen hatte, nachdem er sie vergangene Woche eines Armes beraubt hatte, woraufhin ich mich wegen meines Plans, seine potenziellen Käufer zu sabotieren, ein wenig schuldig fühlte. Aber ich erinnerte mich daran, dass es einem guten Zweck diente. Guten Morgen, Faith, Connors moosgrüne Augen funkelten mich an. Du weißt, dass du mir hierfür etwas schuldig bist. Jetzt sag mir, worin meine Rolle besteht. Halte dich einfach hier im Laden auf und TU so, als wäre es für dich normale Routine. Komm den potenziellen Käufern in die Quere. Sei eine Art Nervensäge, ich wrang die Hände. TU so, als wäre das hier für dich wie zu Hause und als wärst du dir nicht sicher darüber, dass sie hier sind, als seien sie der Sache nicht würdig. Er lachte. Was? Ich tätschelte seinen Arm. Mach einfach das, was ich sage, okay? Bitte. Er nickte. Geht klar. Ich denke, das schaffe ich. Fantastisch. Nur, ey, ich sah mich nach Harmony um, im Wissen, dass sie für mich die Papiere abliefern musste, die Adam wollte. Für dich wie zu Hause. In Ordnung, er ließ sich auf einen Campingstuhl fallen, als Harmony hereinkam. Ihre Augenbrauen schossen in die Höhe. Ich werde nicht fragen, warum du auf diesem Campingstuhl sitzt. Ich will es gar nicht wissen. Okay, vielleicht will ich es ein wenig wissen. Was tust du hier, Connor? Ich bin nur ein Kerl auf einem Campingstuhl. Er lehnte sich zurück und verschränkte die Hände hinter dem Kopf. Er legte einen bestiefelten Fuß auf einen Karton, in dem sich Dinge befanden, die noch in die Regale geräumt werden mussten. Er nutzte ihn als provisorischen Polsterhocker. Ich sagte mir, dass es in Ordnung war. Adam hat um diese Zahlen gebeten, wenn es dir nichts ausmachen würde, sie ihm zu bringen. Ich reichte Harmony die Papiere, die er für seine potenziellen Käufer wollte, und die Zahlen verhießen nichts Gutes dafür, Silver Bells davor zu bewahren, zu einem Wellnessbad zu werden, oh, der Schrecken. Mach ich, sagte Harmony, nickte und ging nach hinten in das Büro. Ich tauchte meinen Finger in eine Thermoskanne, die ich mit Schnee gefüllt hatte, und ließ kleine Schneeklumpen hier und da auf den Boden fallen, was ein paar Minuten dauerte, da ich meine Arbeit gründlich erledigte. Dann nahm ich ein Magazin und warf es Connor zu, gerade als sich die Tür öffnete und Adam mit den voraussichtigen Käufern hereinkam. Das Paar hinter ihm sah dem Cover eines Hochglanzmagazins würdig aus. Und damit meine ich perfekte Designerfrisuren, Designerklamotten, die aussahen, als kämen sie direkt von der Schiepiste in Aspen, wenn das funktionierte, musste ich diese Produktreihe in unser Sortiment aufnehmen, mit gebräunten Gesichtern und strahlender Haut. Ihr Lächeln? Das nächste Mal, wenn der Strom ausfiel, wollte ich jemanden mit so großen, weißen und perfekten Zähnen in meiner Nähe haben. Aber wer war der Mann hinter ihnen? Der trottelige jüngere Bruder des Paares, den sie mitnehmen mussten? Der junge Mann trug einen zerknitterten Anzug, eine Brille mit Drahtgestell und sein Mantel sah aus, als hätte er ihn sich eilig übergeworfen. Außerdem wirkte er, als wäre er zwei Nummern zu groß. Adam kam auf mich zu. Faith, da sind sie. Wer ist der Kerl? flüsterte ich. Ein weiterer Käufer, erwiderte er mit aufgerissenen Augen. Sie zeigen es mehreren Käufern gleichzeitig, fragte ich, da ich es für einen unklugen Zug hielt, gleichzeitig aber dachte, dass ich vielleicht nicht viel sabotieren musste, um diese potenziellen Geschäfte zu verhindern. Nicht beabsichtigt, flüsterte er, wobei er übertrieben meine Hand schüttelte, vermutlich, um den Käufern vorzugaukeln, dass wir berufliche Informationen austauschten, aber in Wirklichkeit sorgte seine Berührung nur dafür, dass mein Bauch einen Salto schlug. Der Kerl hinter ihnen ist unangekündigt aufgetaucht und hat darauf bestanden, mitzukommen. Er ist aus New York und sollte eigentlich am Mittwoch kommen. Ich bin nicht glücklich, kann aber nicht viel unternehmen. Ich würde ihre Hilfe zu schätzen wissen. Natürlich, ich verzog das Gesicht und erinnerte mich an meine Unterhaltung mit Harmony heute Morgen und daran, dass dieser Kerl aus New York derjenige war, der das Geschäft in ein Wellnessbad verwandeln wollte, wenn es nicht profitabel war. Ich würde wirklich dafür sorgen müssen, dass Connor diesen Trottel verjagte. Adam stellte mir zuerst das Pärchen vor, Mr. und Mrs. Johnson. Er war im Finanzwesen, sie liebten Ferienstädte und waren über die Jahre oft in Christmas Mountain gewesen. Der andere Kerl war Miles Wilson aus New York. Faith ist unsere Managerin und kann ihnen bei allem helfen, was sie brauchen, sagte Adam, wodurch ich mich besonders und geschätzt fühlte, bis ich daran dachte, dass er von mir erwartete, gegen die Interessen von Silver Bells zu arbeiten. Nett, sie kennenzulernen, sagte ich und er zwang ein Lächeln, als ich ihnen die Hände schüttelte. Connor sah von seinem Magazin auf, als Harmony mit zwei Schachteln voller Zimtschnecken hereinkam. Bitte bedienen Sie sich an unseren wundervollen Kaffeebar, es gibt auch heiße Schokolade. Die Gebäckwaren sind frisch aus der Yingle Bells Bäckerei, erklärte ich. Lecker, Connor sprang auf die Füße und stieß die Johnsons förmlich aus dem Weg, als er sich eine Zimtrolle schnappte. Dann goss er sich einen großen Kaffee ein, kehrte zu seinem Stuhl zurück und ließ sich hineinfallen. Ich biss mir auf die Oberlippe, im Versuch, das Gelächter zu unterdrücken, das zu herauszuplatzen drohte. Alle Blicke waren auf Connor gerichtet, als dieser einen großzügigen Bissen und einen noch großzügigeren Schluck nahm, bevor er sich wieder in das Magazin vertiefte. Erst in diesem Moment erkannte ich, dass es die neueste Ausgabe eines Frauenmagazins war. Das Cover zeigte eine Frau in einem glitzernden Pullover und enthielt das Versprechen der köstlichsten Weihnachtsgebäcke mit wenig Kalorien, die sie je backen werden. Harmony fiel einen Moment lang die Kinnlade herunter, bevor sie den Kopf senkte und zurück in das Büro entfloh. Adam warf Connor einen Seitenblick zu, wandte sich mir zu und hob die Augenbrauen. Nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste, flüsterte ich mit einer Handbewegung. Er ist andauernd hier. Wenn sich die Johnsons und Miles Wilson durch den seltsamen Mann auf dem Stuhl gestört fühlten, dann zeigten sie es nicht. Stattdessen gingen sie zur Kaffeebar und kehrten mit Tassen und Gebäck in der Hand zurück. Verdammt. Aber dann gähnte Connor lautstark und streckte die Arme über seinem Kopf aus, bevor er sich am Bauch kratzte. Miles Wilson warf Connor einen ernsthaften Seitenblick zu, also funktionierte der Plan vielleicht doch. Ich entschied, es ein wenig voranzutreiben. Der Laden ist dafür bekannt, einladend zu sein, selbst für die weniger abenteuerlustigen Seelen. Ich lehne nie einen Kunden ab, und ich denke wirklich, dass wir mit diesem Kerl heute eine Tour buchen können, sagte ich, wobei ich mich eines fröhlichen Verkäufertonfalles bediente. Adam warf Connor erneut einen Blick zu, der ausdrückte, dass er wünschte, er würde seine Einladung als etwas weniger freundlich empfinden. Ich musste ein Lachen unterdrücken. Ich war Connor wirklich etwas schuldig, aber das wäre es sowas von wert. Connor sah aus, als hätte er es sich für die Dauer dieser Angelegenheit gemütlich gemacht. Ich wäre nicht schockiert gewesen, wenn er seine Schuhe ausgezogen und sich auf die hochwertigen gefütterten Slipper gestürzt hätte, die wir verkauften. Connor blickte wie aufs Stichwort auf. Ich habe mich gefragt, wie überlebensfähig sind diese SUVs, die sie für die Touren verwenden. Ich meine, sagen wir, sie bringen uns auf die Spitze des Bergs, aber was, wenn es eine Lawine gibt? Eine Lawine? fragte Mrs. Johnson. Das passiert, wenn sich eine große Platte Schnee auf lockerem Schnee bildet. Connor breitete die Arme aus und schien eine Art Surferstimme zu verwenden, als wäre er ein Statist in gefährlicher Brandung. Der lockere Schnee kann das nicht halten. Die große Platte stürzt nach unten und nimmt alles, was ihr im Weg ist, mit auf die Fahrt. Das können Felsbrocken sein, Geröll. Abgebrochene Äste, fügte ich hinzu. Kleinere Steine und viel lockerer Schnee, fuhr Connor fort. Miles, eindeutig ein Mann, der Risiken bedachte, fiel ein, sie können sogar ein Haus zerstören und die Dächer und Wände einreißen. Connor hob sein Kinn. Eine Lawine könnte eine ganze Stadt zerstören. Jeden Augenblick. Ich war mir nicht sicher, ob ich ihn umarmen oder schlagen wollte. Er übertrieb es etwas mehr, als ich gehofft hatte. Vielleicht zu fatal. Na ja, eine Lawine kann passieren, sagte Mr. Johnson. Aber das ist normalerweise im Hinterland. Wir haben noch in keiner Skisaison eine gesehen, oder, Liebling? Auf Mrs. Johnsons Wangen wurden Gröbchen sichtbar. Aber sie sah nervös aus. Wir hatten schon eine Weile keine mehr, Gott sei Dank, sagte Connor, und ich könnte das lautstarke Seufzen hören, das Mrs. Johnson von sich gab. Aber wenn wir sie bekommen, dann kommen sie einfach ununterbrochen. Es ist, als hätte der Berg entschieden, eine riesige Schneeballschlacht zu veranstalten. Adam fiel die Kinnlade herunter. Er hob einen Finger, ließ ihn wieder sinken und schloss seinen Mund. Die SUVs? fragte Connor. Adam spannte den Kiefer an. Unsere SUVs sind sehr gut ausgestattet, und für den sehr unwahrscheinlichen Fall, dass wir von der Straße ab und einer Lawine nahe kommen, sollten wir all unsere Kunden von der Gefahr wegbringen können, lange bevor man sich Sorgen machen müsste. Sollten, murmelte Connor. Ich trat neben Adam, sodass er keinen Wind von meinem Plan bekommen würde. Unsere SUVs sind mit Allradantrieb ausgestattet. Sie beinhalten Erste-Hilfe-Kästen und all die anderen Dinge, die wir vielleicht brauchen könnten. Die Guides sind darauf trainiert, auf Notfallsituationen zu reagieren, was auch immer sie verursacht haben könnte. Adam sah erleichtert aus. Gut zu wissen, sagte Connor, dann wandte er sich wieder dem Lesen seines Magazins zu. Adam brachte ein breites Lächeln zustande. Gehen wir in einen anderen Teil des Ladens. Sie folgten uns zu den Schuhen. Was ist das? fragte Miles. Adam betrachtete den Schnee auf dem Boden. Oh, den muss jemand mit hineingetragen haben. Nein, ich seufzte kopfschüttelnd. Es ist das Dach. Adams bewegte ruckartig seinen Kopf und warf mir einen stechenden Blick zu. Was? Ich zeigte zur Decke und zuckte die Achseln. Das Dach ist hin und wieder undicht. Da sickert Schnee hindurch, fragte Miles. Schluck. Ich hatte nicht darüber nachgedacht, dass der Schnee mittlerweile schon geschmolzen sein sollte, wenn er vom Dach gefallen war, also nickte ich. Ja, es sei denn, es regnet. Was passiert dann? fragte Mrs. Johnson. Dann sickert Regen hindurch, ich sah sie mit großen Augen an. Adam verschluckte sich ein wenig. Aber das ist kein großes Problem, erklärte ich mit einem Blick auf Adam, der blass geworden war. Ich habe hier drin schon während eines Schneesturms festgesessen und es hat nur Pfützen gegeben. Miles quietschte, Schneestürme? Mrs. Johnson murmelte, festgesessen? Im Laden? Oh, es war völlig in Ordnung, ich klatschte in die Hände. Wirklich. Ich hatte viel Gebäck und Kaffee. Wir halten das immer bereit. Während eines Schneesturms festzusitzen ist nicht so schlimm, es sei denn, der Strom fällt aus. Wir haben allerdings Notstromaggregate im Gebäude. Die hat jeder hier in der Stadt. Man muss vorbereitet sein. Es ist immerhin Montana, wissen Sie. Das Stromnetz ist ziemlich weit gespannt, und wenn es an einer Stelle ausfällt, dann verteilt das irgendwie die Stromausfälle. Die Berge machen es den Firmen schwer, es schnell wieder in Ordnung zu bringen, ich hielt inne. Aber es wird alles irgendwann repariert. Mrs. Johnson stieß eine Art Wimmern aus. Connor kam mit dem Magazin in der Hand in unsere Richtung geschlendert. Adams Augen wurden groß. Mr. Johnsons Augenbrauen schossen hinauf zu seinem Haaransatz. Miles deutete auf eine weitere Stelle strategisch platzierten Schnees. Ist das auch ein Leck? Ich musterte den Schnee. Vielleicht. Adam schüttelte den Kopf. Schnee würde nicht auf diese Art durch ein Dach kommen. Jemand muss ihn an seinen Stiefeln hereingetragen haben. Es waren den ganzen Tag Kunden da. Wir sollten das aufwischen, bevor wir einen Unfall haben. Ausrutscher und Stürze werden ihre Versicherung in die Höhe treiben, sagte Connor mit schwermütiger Stimme. Ja, lassen Sie mich einen Putzlappen holen. Ich eilte los, um den Lappen zu holen. Und als ich zurückkam, fand ich Connor vor, der Adam mit Fragen über die Querstange eines Zeltes unterhielt, die wir benutzten. Adam war überraschend bewandert. Ich wischte den Schnee meiner gescheiterten Idee des undichten Dachs auf, als Connor zu mir kam und einen Arm um mich legte. Sie müssen die beste Angestellte aller Zeiten sein, sagte er. Zwischen Adams Augenbrauen bildete sich eine Falte und sein Blick wanderte von Connor zu mir. Oh, vermutete er, dass wir unter einer Decke steckten? Sir, ich hoffe, Sie planen heute eine Tour mit Silver Bells zu buchen, sagte ich, wobei ich sehr zufrieden war, das Ganze zu einem Verkaufsgespräch verwandelt zu haben. Lassen Sie mich darüber nachdenken, erwiderte er, nahm seinen Arm von meiner Taille und kehrte wieder zu seinem Stuhl im Campingbereich zurück. Miles folgte ihm, um sich die Querstangen für Zelte anzusehen. Mrs. Johnson trat auf mich zu. Sie haben ein fantastisches Blowout, Faith. Dürf ich fragen, wo Sie das haben machen lassen? Im CM-Friseursalon in der Hauptstraße, sagte ich und erzählte ihr alles von Morgans Geschäft. Dieser Salon war nicht hier, als wir das letzte Mal in Christmas Mountain waren, bemerkte Mrs. Johnson an ihren Mann gewandt. Was für eine großartige Ergänzung. Er strich sich über das Kinn. Ich hatte gehört, dass die Stadt erfolglos war, aber es scheint, als würden sich die Dinge zum Besseren wenden. Mrs. Johnson lächelte ihren Mann an. Ich glaube, wir müssen darüber nachdenken, ein Angebot abzugeben, mein Lieber. Mit diesen Worten rutschte mir das Herz in die Hose, wo es auch blieb. Wo war eine Lawine, wenn man sie mal brauchte? Kapitel 8 Bis Mittwochabend war noch immer kein Angebot von den Johnsons gekommen, also ging ich zur Arbeit und überzeugte Adam davon, noch eine Silver-Belts-Luxustour zu machen. Diesmal würde ich alle Register ziehen, indem ich ihn auf Mr. Clines und auch meine Lieblingstour mitnehmen würde. Ich stand vor dem Laden und lächelte, als Adam um die Ecke kam, dessen lange Beine ihn schnell durch den Schnee brachten, der über Nacht gefallen war. Mein Bauch schlug einen kleinen Purzelbaum, als er in dem ersten legeren Outfit erschien, in dem ich ihn gesehen hatte. Er trug enge Jeans, und obwohl sie abgetragen aussahen, hätte ich mein letztes Geld darauf verwettet, dass irgendein Designer sie so hatte aussehen lassen. Seine rote Skijacke war offen und zeigte den schwarzen Pullover, der sich über seiner breiten Brust erstreckte und zu seiner schlanken Taille hin schmaler wurde. Engel begannen zu singen, als er näher kam, und ich konnte es ihnen wirklich nicht übel nehmen. Der Mann war heiß. Sing 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 schalten sie, von klingelnder Musik untermalt. Mein Kopf landete in den Wolken und sein Blick traf meinen. Er blieb vor mir stehen. Faith? Ist das ihr Handy? Mein Handy, fragte ich und realisierte, dass der Klang nicht von singenden Engeln, sondern von meinem klingelnden Handy kam. Diese Erkenntnis half nicht dabei, die Schmetterlinge in meinem Bauch zu beruhigen, als ich mich entschuldigte, um an mein Handy zu gehen und meinen Kopf aus den Wolken zu nehmen. Hi Mom. Wie geht es dir? Es geht mir sehr gut, danke. Wie geht es dir? Mit deinem Wählfinger muss etwas nicht in Ordnung sein, nehme ich an, da ich den ganzen Monat noch nichts von dir gehört habe. Es ist erst die zweite Dezemberwoche, Mum, sagte ich und verdrehte die Augen. Aber hör zu, ich mache gleich eine Tour. Kann ich dich später anrufen? Bestimmt hast du ein paar Minuten für deine Mutter, Faith? Ich habe dich auf die Welt gebracht und 22 Stunden des Schmerzes verdienen bestimmt zwei Minuten der Telefonzeit. Findest du nicht? Ich seufzte. Es war nie leicht, meine Mutter am Telefon loszuwerden. Zwei Minuten, Mom. Was ist los? Dein Stiefvater und ich hätten gern, dass du zu Weihnachten nach Hause kommst, Faith, sagte sie, als wäre es eine fantastische Idee und keine unglaublich ungünstige Einladung in letzter Minute, wenn man den wackeligen Zustand meines Jobs bedachte. Wir werden für das Flugticket bezahlen. Du kommst nach Florida, frischst deine Bräune auf und nimmst ein wenig Vitamin D zu dir. Ich seufzte. Ich liebe den Schnee zu Weihnachten, Mom. Das weißt du. Aber selbst wenn ich in die Hitze kommen wollen würde, kann ich nicht. Ich singe dieses Jahr wieder beim Weihnachtsspektakel, um MS, King zu ehren? Und ich habe, ich sah Adam durch meine Wimpern hindurch an, berufliche Verpflichtungen. Hör mal, ich rufe dich morgen an, okay? Ich hab dich lieb. Sie gab nach und verabschiedete sich, also legte ich auf. Adam zog die Augen braun hoch, als ich mich zu ihm umdrehte. Sie haben mich hier, sagte er lächelnd, was das Grübchen in seiner Wange zur Geltung brachte. Was werden sie jetzt mit mir tun? Oh, es gab so viel, was ich mit ihm tun wollte, dass nichts mit der Arbeit zu tun hatte. Ich schüttelte den Kopf, während meine Wangen warm wurden. Sie sind weggezogen, bevor Silver Bells Luxustouren eröffnet hat, richtig? Er nickte. Mein Vater hat gerade begonnen, alles einzurichten, als wir weggezogen sind. Aber was ist ihr Punkt? Ich möchte nicht unhöflich sein, Faith, aber ich habe viel zu tun, bevor wir alles hier erledigen können und ich zurück nach New York kann. Jedes Mal, wenn er darauf anspielte, das Geschäft zu verkaufen, traf es mich wie ein Schlag in die Magengrube. Diesmal musste ich alle Register ziehen. Das Mindeste, was sie tun können, bevor sie verkaufen, ist, sich alles in Aktion anzusehen. Sie haben jahrelang in Manhattan gelebt, Adam. Jetzt ist es an der Zeit, Christmas Mountain in all seiner Feiertagsblüte zu sehen. Er hielt einen Moment lang inne. Okay, zeigen Sie mir, was Silver Bells zu bieten hat. Aber Faith, es liegt gerade daran, dass ich so lange in Manhattan gelebt habe, dass ich genau weiß, worum es an Weihnachten geht. Waren Sie je im Dezember in der Stadt? Es sind überall Weihnachtsmänner. Der Weihnachtsbaum beim Rockefeller Center und die Eislaufbahn, das Winterdorf im Bryant Park, ganz zu schweigen von Macy's. Ernsthaft, Faith, niemand feiert Weihnachten so wie die New Yorker. Ich beugte mich vor und ging mit meinem Mund nah an sein Ohr. Ah, aber Sie haben nicht den Zauber von Christmas Mountain in Montana. Ich lehnte mich wieder zurück und legte einen Finger in einer PSSST-Geste auf die Lippen, wobei ich breit lächelte, da ich mich wirklich auf diese Tour freute. Er lachte. Meinetwegen, Sie haben mich für den Tag, aber heute Abend muss ich arbeiten. Ich nickte, in der Hoffnung, dass ein Tag ausreichen würde. Hinter uns bellte ein Hund und Adam drehte sich um, als ein ganzes Rudel aus Huskies erschien, die begeistert bellten. Ich nahm Adams Arm und zog ihn sanft in ihre Richtung. Willkommen zur Weihnachtszauber-Safari-Tour. Also, bevor wir beginnen, gibt es ein paar Dinge, die ich mit Ihnen durchgehen muss. Ich ließ den Tourguide die Anweisungen durchgehen. Ich hatte diese Tour bereits unzählige Male mitgemacht, also wusste ich, wie es lief, aber ich war damit beschäftigt, Adams Gesicht zu betrachten, als er die Szene vor sich in sich aufnahm. Huskies waren an Schlitten für zwei Personen festgebunden, in denen Adam und ich fahren würden. Zusätzlich dazu wurde einer Gruppe kleiner Kinder in einen prachtvollen, strahlenden Schlitten vor uns geholfen, der groß genug war, um zehn Kindern gemütlich Platz zu bieten. Der kirschrote Schlitten hatte sanfte Rundungen, deren Kanten Gold lackiert waren, im Inneren gab es dunkelgrüne Ledersitze mit Fließdecken, die sich die Kinder über die Beine legten. Die Pferde, die geduldig vor dem Schlitten warteten, hatten Lametta in ihre Schweife und Mähnen geflochten bekommen, von ihren Zügeln hingen winzige Silberglocken. Adam drehte sich zu mir um. Kommen Sie schon, Faith? Ich bin ein erwachsener Mann. Sie erwarten nicht ernsthaft von mir, daran zu glauben? Diese Tour ist für Kinder. Ich führte Adam zu einem der zwei Personen Schlitten und ignorierte seinen Protest. Wenn Sie fallen, lassen Sie die Zügel nicht los, sonst werden Sie Ihre Hunde stundenlang suchen. Behalten Sie den Guide im Auge, und wenn er Ihnen signaliert, anzuhalten, dann halten Sie an. Wenn er Ihnen sagt, Sie sollen langsamer werden, dann werden Sie langsamer. Und wenn er Ihnen sagt, Sie sollen losfahren, dann sagen Sie es nicht, dann fahre ich los, sagte er, wobei seine Mundwinkel zuckten. Ich stieß seine Schulter an, als wir in den Schlitten kletterten. Genau. Und Adam? Er zog die grüne Samtdecke über unseren Schoß. Ja, Faith? Glauben Sie, sagte ich lächelnd. Es war keine Zeit mehr für Diskussionen, da der große Schlitten losfuhr, dann das erste Hundeteam mit anderen Gästen und dann folgte unser Schlitten direkt dahinter. Vor uns konnten wir das aufgeregte Geplapper der Kinder im großen Schlitten hören. Ich liebte diese Tour und machte sie während der Feiertage üblicherweise mindestens einmal pro Woche mit. Diese magische Freude war das, worum es sich bei Silver Bells drehte, und ich hoffte, dass sich das auch Adam spüren lassen konnte. Als sich die Teams verteilten, ließen wir den Glanz der Silver Bells Gebäude weit hinter uns. Hier draußen war so gut wie keine Lichtverschmutzung, also wirkten die winzigen goldenen Lichter, die in den Bäumen hingen und funkelten, wie Glühwürmchen über unseren Köpfen. Als wir tiefer in den Wald hineinkamen, erreichten wir das erste Schild, das Schild, von dem Adam gesagt hatte, dass es neu gestrichen werden müsse. Aber diesmal lächelte er, als wir vorbeifuhren, und seine Augen begannen zu strahlen. Das sah ich als gutes Zeichen. Der kalte Wind, der auf unsere Gesichter traf, war beißend, und es tauchten immer mehr Schilder auf, die den Weg zur Hütte des Weihnachtsmanns, zum Weihnachtsdorf, dem Elfenviertel und anderen magischen Orten wiesen. Aus dem von Pferden gezogenen Schlitten vor uns hörten wir, wie die Kinder nach Luft schnappten und sahen etwas in Rot und Grün vorbeihuschen, als ein Elf zwischen den Bäumen herumsprang, mit einer Laterne, um den Weg zu beleuchten. Adam sah in diese und jene Richtung, und jedes Mal, wenn er die Kinder kreischen hörte, hielt er Ausschau, als wir einen Elf hier, ein Rentier dort und durch die Bäume hindurch ein Lebkuchenhaus entdeckten. Wir brachten die Hunde zum Stehen und die Tür des Lebkuchenhauses wurde geöffnet. Im Türrahmen stand ein hübscher Elf, mit einem Tablett voll dampfendem Kakaos und lecker aussehender Kekse. Baumstämme waren zu Pilzsitzen um die Hütte herum umfunktioniert worden, auf die wir uns setzten und dankbar den heißen Kakao in den Händen hielten, dessen Wärme die Kälte verjagte. Aus dem Wald kam der Weihnachtsmann herausgeschlendert, ein Berg von Mann, der dieses Jahr für Mr. Klein übernommen hatte, was mir die Tränen in die Augen trieb, als er die Träume der Kinder wahr werden ließ. Als die Kinder tobten, um ihm ihre Wünsche mitzuteilen, wandte Adam sich mir zu. Seine Augen funkelten. Sagen Sie mir, Faith, was ist Ihr Weihnachtswunsch? Ich müsste auf Ihrem Knie sitzen, um Ihnen das zu sagen, platzte ich hervor, woraufhin meine Wangen sofort rot wurden. Hatte ich das wirklich laut gesagt? Naja, wen interessierte es an diesem Punkt noch? Ich meine, wenn Sie der Weihnachtsmann wären. Seine Lachfalten wurden sichtbar. Natürlich. Mit Kindern, die zufrieden darüber waren, dass der Weihnachtsmann ihre Wünsche kannte, begannen wir die Rückreise. Tausende Lichter wiesen uns jetzt den Weg, manche in Form von Laternen, um den Weg zu markieren, andere waren in den Schneemassen zwischen den Bäumen verteilt. Wenn ich, nachdem ich bereits unzählige Male an der Tour teilgenommen hatte, immer noch von ihrem Zauber fasziniert war, dann musste Adam das mit Sicherheit auch sein. Als wir vor dem Gebäude von Silver Bells Luxustouren anhielten, wo wir losgefahren waren, bemerkte ich Dallas Parkers Auto. Dallas war Morgans Freund und der Besitzer von Parkers Möbelladen in der Hauptstraße. Er erledigte oft Schreinerarbeiten für uns, und das kostenlos, da er wusste, dass das Geschäft finanzielle Probleme hatte. Hey Faith, wie geht's? Er umarmte mich, nachdem ich aus dem Schlitten geklettert war. Ich weiß, dass du nicht angerufen hast, aber die Verwaltung braucht Hilfe bei. Ich blinzelte, in Erwartung, dass er fortfuhr, da er abrupt abgebrochen hatte. Mein Blick wanderte seitlich zu Adam, nachdem Dallas dasselbe getan hatte. Hi Dallas, sagte Adam, der sich so unwohl zu fühlen schien, wie ich ihn noch nie gesehen hatte. Dallas nickte. Adam. Na, das war unangenehm. Adam verlagerte sein Gewicht von einem Fuß auf den anderen, aber keiner der beiden Männer sprach, während die Hunde und Pferde mit Wasser versorgt und dann weggeführt wurden. Dallas sah Adam an und nahm die Hände aus den Hosentaschen, als er auf ihn zuging. Oh, Mann. Bitte keine Prügelei. Ich erinnerte mich vage daran, wie Dallas vor Jahren einen Freund von Morgan niedergeschlagen hatte, und ich hoffte, dass er es nicht auf eine Wiederholung anlegte. Stattdessen schüttelte Adam Dallas' Hand, bevor Dallas ihn in eine riesige Umarmung zog. Dallas, Mann, es ist viel zu lange her, sagte Adam. Ja, ist es, dann trat Dallas zurück, um ihn misstrauisch zu beäugen. Du bist verschwunden und hast nie geschrieben. Was ist mit dir passiert? Adam drehte sich, um mich in die Unterhaltung mit einzubeziehen. Dallas und ich waren gute Freunde, bevor ich nach New York gezogen bin. Oh, sagte ich, überrascht darüber, dass ich das nicht gewusst hatte. Aber auf der anderen Seite hatte ich Adam vor seinem Umzug überhaupt nicht gekannt. Ich war mit meinen Chorfreundinnen in meiner eigenen kleinen Welt gewesen. Entschuldige, dass ich nie angerufen habe, fuhr Adam fort, wobei er seine Hände in die Jackentaschen schob. Als ich nach der Scheidung weggezogen bin, war es einfacher, zu Hause völlig zu vergessen. Dallas nickte. Ich verstehe. Danke, sagte Adam, dessen Ausdruck sichtbare Erleichterung zeigte. Er starrte seinen alten Freund einen Moment lang an. Ich hoffe, wir können die Dinge wieder in Ordnung bringen. Ein paar Bier? Heute Abend? Aber hallo, erwiderte Dallas lächelnd. Ich spürte ein Flattern der Hoffnung. Also müssen Sie heute Abend doch nicht arbeiten, Adam? Er schüttelte den Kopf. Manche Dinge sind wichtiger. Freude explodierte in meiner Brust. Irgendwie hatte Christmas Mountain seinen Zauber doch versprüht. Kapitel 9 Am nächsten Morgen eilte ich durch die Eingangstür von Pranzers Pankakehaus, das von der Hauptstraße aus auf der gegenüberliegenden Seite des Marktplatzes lag. Ich entdeckte Morgan an einem Tisch und lief auf sie zu. Plötzlich trat Addie Wilcox vor mich, woraufhin ich mit quietschenden Schuhsohlen zum Stehen kam. Addie war das Stadtklatschweib, und viele Leute nahmen nur an ihren Cocktailpartys teil, um die Hintergründe der Geschehnisse in der Stadt zu erfahren. Wollte ich Teil ihres Geredes sein? Ey, das wäre wohl ein großes Nein. Aber ich sah keinen Ausweg und sie schien eindeutig auf einer Mission zu sein, da sie mir den Weg blockiert hatte. Ich setzte ein Lächeln auf, und als Reaktion hielt sie eine schlittenförmige Hundetasche hoch, in der sich ihr kleiner blonder Zwergspitz befand. Doch süßer Hund hin oder her, ich sah mich nach Hilfe um, aber alle im Restaurant lehnte sich entweder in unsere Richtung, um zu hören, was gesagt werden würde, oder mieden Augenkontakt, indem sie sich förmlich mit dem Gesicht voran auf ihren Teller voller dampfender, fluffiger Pancakes stürzten. Feiglinge! Da bist du ja, Faith! Ja! Hier bin ich, ich schob meine Hände in die tiefen Taschen meines daunengefütterten Parkers. Und ich bin schon spät dran, um mich mit einer Freundin zu treffen. Wenn du mich also bitte entschuldigen würdest! Sie trat schnell zur Seite, um meine Flucht zu verhindern. Ich habe gehört, dass Larry Clines Sohn in der Stadt ist, um die Leitung von Silver Bells Luxustouren zu übernehmen. Ist das wahr? Ich knirschte mit den Zähnen. Eddie hatte es gehört, da sie es sich zur Aufgabe machte, jedes bisschen Klatsch und Tratsch zu hören und weiterzuzählen, den es in Christmas Mountain gab. Es ist wahr! Oh, sieh dir das an! Morgan hat bereits meinen Kaffee bestellt. Es tut mir leid, aber ich muss wirklich gehen. Mit einer beeindruckenden Bewegung schoss ich nach rechts, schlüpfte um sie herum und ließ mich bereits auf einen Stuhl sinken, bevor Eddie reagieren konnte. Alarmstufe Rot, flüsterte ich Morgan zu. Sprichst du von Eddie oder von der Tatsache, dass dir meine brillante Sabotage-Idee endlich ein Date mit Mr. Hottie eingebracht hat, flüsterte Morgan zurück, und ihre Mundwinkel zuckten, als sie mich über den Rand ihrer Kaffeetasse hinweg begutachtete. Ich meine Eddie, erwiderte ich, später aus dem Augenwinkel in ihre Richtung und entdeckte, dass sie jemand anderen in die Ecke gedrängt hatte. Dann warf ich Morgan einen bedeutungsvollen Blick zu. Ich nehme an, es ist auch Alarmstufe Rot, da er immer noch verkaufen will. Und es gibt kein Date. Du hättest die Gesichtsbehandlung machen sollen. Mein Blick richtete sich gegen Decke. Das ist ernst. Der Kellner kam auf uns zu, um unsere Bestellung aufzunehmen. Ich entschied mich für einen Dreifachstapel Blauber-Walnuss-Pancakes mit zusätzlicher Butter und Sirup, Bacon und Bratkartoffeln. Wow, sagte Morgan mit einem Seitenblick. Ich hob einen Finger. Denk nicht einmal daran, zu versuchen, mir heute meinen Genuss zu verwehren. Es ist das Einzige, was mir im Moment bleibt. Ich würde nicht einmal davon träumen, sagte sie, bevor sie Eier und Toast mit Obst bestellte. Sie wartete, bis der Kellner gegangen war, dann wandte sie sich mir zu. Es besteht keine Hoffnung, dass er das Geschäft behält? Keine, die ich sehen kann. Jeder Ausflug, zu dem ich ihn mitnehme, um ihn die Gründe sehen zu lassen, verwandelt sich irgendwie zu einer Tour, die ihn Dollarzeichen sehen lässt. Ich schüttelte den Kopf und nippte an dem Kaffee, den Morgan mir bestellt hatte. Ich dachte, dass er verstehen würde, warum er den Traum seines Vaters nicht verkaufen kann, wenn er unseren Betrieb in Aktion sieht. Deine Sabotageide hat auch nicht funktioniert. Im Hintergrund nagte etwas an mir, aber ich konnte es nicht richtig greifen. Ich erzählte ihr all die Details der Ausflüge, bis der Kellner uns unser Essen brachte. Dann stürzte ich mich mit großer Begeisterung auf die Pancakes und tauchte eine knusprige, zarte und dampfend heiße Bratkartoffel in mein Ketchup. Ich kann Adam nicht verstehen, sagte ich, wobei ich eine weitere Bratkartoffel aufspießte. Er ist immerhin Mr. Clines Sohn. Man würde denken, dass er das Geschäft liebt, in das sein Vater Herz und Seele gesteckt hat. Morgan zuckte die Achseln. Es war allerdings nicht sein Traum. Es war der Traum seines Vaters. Erinnerst du dich daran, wie schwer es für mich war, meine Eltern davon zu überzeugen, mich meinem Traum folgen und meinen eigenen Schönheitssalon eröffnen zu lassen? Sie wollten nur, dass ich wie mein superbraver Bruder in der Familienbank arbeite. Du hast recht. Mr. Klein und Adam wirken so verschieden, als wären sie nicht einmal miteinander verwandt. Es war so einfach, mit Mr. Klein zu reden. Er und ich hatten dieselben Interessen und verstanden einander. Mir traten Tränen in die Augen, als ich an meine Freundschaft mit Mr. Klein dachte. Ich hoffte, dass er im Himmel über viele wunderschöne Berge wanderte. Mit Adam reden? Die wenigen Male, als er sein Ohr von seinem Handy gelöst hat, war es, als spräche ich mit einem menschlichen Taschenrechner. Er konnte nicht sehen, wie besonders die Touren für alle waren. Alles, was er sieht, sind Gewinnspannen und seinen Pitch. Morgan griff nach ihrer Kaffeetasse. Ist das eine Baseball-Anspielung? Schön wär's, meine Schultern sackten zusammen, als ich ihr von Adams Begriff für eine Verkaufspräsentation erzählte. Plötzlich erkannte ich etwas und stöhnte. Oh nein! Das ist alles meine Schuld. Sie lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück. Nein, ist es nicht. Du hast es versucht. Mr. Klein wäre stolz auf deine Bemühungen. Aber wenn Adam zum Verkauf entschlossen ist, dann kannst du ihn nicht umstimmen. Ich hob einen Finger. Ich habe die falsche Tour gemacht. Das ist das Problem. Wie bitte? Begeisterung erfüllte meine Brust. Ich habe mit ihm eine Tour gemacht, im Versuch, ihn verstehen zu lassen, warum dieser Ort für die Menschen, die die Touren machen, wichtig ist. Aber er ist nicht einer dieser Menschen. Tief drin, an Orten, die er blockiert oder vergessen hat, ist er die Art Mensch, wie Mr. Kleene es war. Meine Freundin starrte mich ausdruckslos an. Ich bin verwirrt. Ich hätte ihn an einen Ort bringen sollen, der für Mr. Klein besonders war, rief ich aus, als sich die Idee in meinem Kopf bildete. Das habe ich falsch gemacht. Wow, sie streckte ihre Hand aus und hielt meine Gabel fest. Fahr mal runter mit deinem Kohlehydrate-Bekenrausch. Du hast mich verloren. Mr. Klein hat Silver Bells aufgrund seiner Liebe zu Weihnachten aufgebaut, richtig? Ich muss Adam dazu bringen, wieder eine Beziehung zu seinem Vater aufzubauen. Ich meine, der Kerl ist nicht einmal zum Gedenkgottesdienst gekommen. Ich nahm einen tiefen Atemzug, da ich genau wusste, was ich tun sollte. Adam sitzt in Mr. Clines ehemaligem Büro, umgeben von Tabellen. Aber das ist nicht Weihnachten. Mr. Klein hat es geliebt, sein Büro zu dekorieren. Er hatte dort auch viele persönliche Dinge. Adam muss das Büro dekoriert sehen, damit er sehen kann, dass sein Vater Silver Bells mit dem Herzen und nicht nur als ein Geschäft geliebt hat. Dann wird Adam es verstehen. Es war so einfach. Warum hatte ich es nicht bereits zuvor gesehen? Adam musste nicht mit eigenen Augen sehen, warum es schrecklich wäre, das Geschäft seines Vaters zu verkaufen, er musste es mit seinem Herzen fühlten. Ich klatschte in die Hände. Das ist die perfekte Art, um es ihm zu zeigen. Es ist ein Plan, der einfach nicht schiefgehen kann. Berühmte letzte Worte, sagte Morgan mit einem Zwinkern. Kapitel 10 Mein Schlaf war in der vergangenen Nacht erneut unruhig gewesen, und diesmal lag es nicht nur an meinem Job oder dem möglichen Mangel daran, der mich wach hielt, sondern an meiner überraschenden Anziehung zu Adam. Mein Gehirn spielte immer wieder das Gefühl seines Beines an meinem Unter der Decke auf dem Hundeschlitten ab, obwohl mein Job, den ich liebte, auf dem Spiel stand. Ernsthaft, was stimmte mit meinem Unterbewusstsein nicht? Ich hatte sogar einen Traum mit zwei Adams gehabt. Da war mein Chef Adam, der mir einen Leinensack reichte und mir sagte, dass er mich entließ, und dann war da der Adam mit dem netten Lächeln und den schönen Augen, der mir sagte, dass alles gut werden würde. Obwohl nichts gut sein würde, solange Adam Silver Bells Luxustouren nicht behielt. Es war an der Zeit, meine neue Taktik in meinen Plan Red Silver Bells einzuarbeiten. Das würde besser funktionieren, oder es musste einfach funktionieren. Ich holte mein teures, nur für besondere Anlässe Duschgel heraus und begoss mich mit der Seife, die nach Wachsblume und Sandelholz roch. Ich brauchte mehr Zeit als üblich, um mich fertig zu machen, da ich mein Haar zu einem unordentlichen Knoten steckte, der aussehen sollte, als wäre er schnell frisiert worden, als ob. Dann zog ich zu meinen Jeans einen rosafarbenen, flauschigen Pullover an, der mich süß aussehen ließ, laut Morgan, und entschied mich für ein paar Stiefel mit Absatz. Ein wenig Lipgloss und einige Schichten Mascara verpassten mir ein frisches und ordentliches Aussehen. Ich war bereit. Guten Morgen, Faith Harmony winkte mir von ihrer Rezeption aus zu, als ich die Lobby von Silver Bells Luxustouren betrat. Du siehst heute gut aus. Hast du ein Meeting oder sowas? Meeting? Nein, ich hängte meinen Mantel auf, ging die Post durch und fragte sie beiläufig, ob Adam bereits erschienen war. Mein Bauch schlug einen kleinen Salto, als ich seinen Namen sagte, woraufhin ich mich am liebsten getreten hätte. Ja, Adam ist im Büro seines Vaters. Ich meine, im ehemaligen Büro seines Vaters. Ich meine, einen Moment lang sah sie traurig aus, und ich wusste, wie sie sich fühlte. Wir wussten, dass Mr. Klein tot war, aber manchmal fühlte es sich immer noch unwirklich an. Aber dann kniff sie die Augen zusammen, musterte mein Gesicht und ihr Blick wanderte wieder zu meinem Outfit. Oh mein Gott. Du magst ihn. Meine Augen wurden groß. Wen? Spiel nicht die Unschuldige, sie wedelte mit der Hand und deutete auf meinen rosafarbenen Pullover. Du bist heute schicker als sonst. Du bist rot geworden, als du Adams Namen gesagt hast. Und du spähst immer wieder zu seiner Tür. Du magst Adam. Pst. Er wird dich hören, sagte ich, wobei ich es kurz in Erwägung zog, sie für den Tag nach Hause zu schicken, wenn sie nicht leiser sein konnte. Und das ist lächerlich. Ich mag Adam nicht, ich benutzte meine Finger, um bei dem Wortmark Anführungszeichen in der Luft zu machen. Wirklich, Harmony. Er ist mein Chef. Unser Chef. Hey, ich urteile nicht. Ich wäre vielleicht selbst an ihm interessiert gewesen, wenn ich nicht bereits mit dem perfektesten Freund der Welt zusammen wäre. Perfekt, fragte ich mit hochgezogener Augenbraue. Hast du letzte Woche nicht gesagt, dass es bei Dave in das eine Ohr hinein und aus dem anderen Ohr hinaus geht, weshalb du immer das Gefühl hast, mit einer Wand zu reden? Er hat mir gestern nach der Arbeit Blumen mitgebracht, also ist alles wieder gut, sie zuckte die Achseln und zeigte auf Adams neues Büro. Aber Adam, auf der anderen Seite. Ich muss nur etwas mit ihm besprechen, das ist alles, sagte ich, da ich nicht wissen wollte, wie sie diesen Satz hatte beenden wollen. Harmony kicherte. HMHM, klar. Ich warf ihr einen was auch immer Blick zu, nahm einen tiefen Atemzug und ging den Flur entlang zu Adams Büro. Die Tür war geschlossen, aber durch das kleine Fenster konnte ich sehen, dass er hinter dem alten Tisch seines Vaters saß und konzentriert einige Papiere durchging. Ich sah ihm ein paar Sekunden lang zu, im Versuch, die unfreiwilligen Schmetterlinge in meinem Bauch zu beruhigen, bevor ich anklopfte. Herein, rief Adam, der den Blick hob, als ich hereinkam. Unsere Blicke trafen sich und er schien zweimal hinzusehen, bevor er sich wieder seinen Papieren zuwandte. Sie müssen nicht klopfen, Faith. Oh, das ist nur Gewohnheit. Ich habe immer geklopft, wenn ihr Vater hier war. Und apropos Mr. Kleene, ich blieb vor Adams Tisch stehen. Adam blickte auf. Ja? Wir haben sein Büro zu Weihnachten immer dekoriert. Eigentlich, ich sah betont auf meine Armbanduhr, obwohl ich meinen Terminplan für den Morgen bereits freigehalten hatte. Ich habe gerade etwas Zeit, wenn es sie nicht stört. Ich weiß, wo ihr Vater die Dekoration aufbewahrt. Ich werde sie einfach holen und wir können es zusammen machen, wenn sie wollen. Er lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und sah mich an. Sie haben mit ihrem Haar etwas anders gemacht. Sie sehen, er verstummte. Mein Bauch flatterte. Ich sehe? Anders aus, er sah mich noch einen Moment lang an, bevor er sich räusperte und sich wieder seinem Computer widmete. Er begann, auf der Tastatur zu tippen. Als Antwort auf ihre vorherige Frage, nein, danke. Ich bin zu beschäftigt, um zu dekorieren. Außerdem werde ich hoffentlich bald von hier weg sein, also machen sie sich keine Mühe. Es ist eine Tradition, Adam. Ihr Vater hat es geliebt, sein Büro für Weihnachten zu dekorieren, also werde ich es in seinen Ehren selbst tun, wenn das für sie in Ordnung ist. Ich werde ihnen nicht in die Quere kommen, wirklich, erwiderte ich, wobei ich ihn anlächelte. Er zögerte kurz, bevor er mein Lächeln erwiderte. In Ordnung, Faith. Ich würde die Tradition nicht brechen wollen. Fantastisch. Ich bin gleich wieder da, ich öffnete die Tür und ging den Flur hinunter. Der Karton mit der Dekoration wurde im Lager aufbewahrt. Als ich ihn aus dem Regal holte, fühlte ich mich ein wenig traurig. In diesem Karton befanden sich so viele Erinnerungen, und der Gedanke, dass dies vielleicht das letzte Weihnachten war, an dem ich sie benutzte, fühlte sich falsch an. Ich schickte ein leises Gebet an Adams Vater. Mr. Kleene, falls Sie zusehen, bitte lassen Sie noch einmal Ihren Zauber wirken. Adam blickte auf, als ich in das Büro zurückkam, und ich sah, wie er ein Stück des Tisches für mich freirühmte, bevor er seiner Aufmerksamkeit wieder den Papieren in seiner Hand zuwandte. Ich stellte die beiden Kartons auf den Tisch. Oh, Moment, ich kontrollierte das Etikett auf dem rot-grünen Karton und lass es zweimal. Definitiv kein Weihnachtsschmuck. Ich schüttelte den Karton, der überwiegend durch Papiere schwer zu sein schien. Auf diesem Karton steht privat, aber er war neben der Dekoration. Wollen Sie, dass ich ihn öffne? Nein, sagte er nachdrücklich. Dann räusperte er sich und nahm den Karton in die Hände. Danke für das Angebot, aber ich stelle das hier für den Moment einfach in den Schrank. Okay, erwiderte ich und fühlte mich schlecht, da es offensichtlich einen Nerv getroffen hatte. Ich öffnete langsam den mit Dekoration beschrifteten Karton und der Duft von Kiefernadeln und Zimt erfüllte sofort die Luft. Oh ja. Das war der Karton, den ich brauchte. MMM, der Duft von Weihnachten. Ich nahm die Lebkuchenkerze von der Spitze des Stapels und streckte sie aus. Riechen Sie daran, Adam. Ist das nicht der gemütlichste Duft? Er roch an der Kerze, woraufhin er nieste. Entschuldigung. Lebkuchen bringt mich immer zum Niesen. Oh, ich staubte das Glas ab, bevor ich die Kerze zur Seite stellte. Also kein Kuscheln auf der Couch mit Lebkuchen und Kakao, platzte ich hervor. Meine Augen wurden groß, als ich realisierte, dass ich das laut gesagt hatte. Er hob den Kopf und sah mir in die Augen. War das eine Einladung? Meine Wangen wurden warm. Wollen Sie, dass es eine Einladung ist? Er hielt inne. Wollen Sie, dass ich will, dass es eine Einladung ist? Man kann über mich sagen, was man will, aber es liegt nicht in meiner Natur, mit einem Mann so direkt zu sein. Also zuckte ich zur Antwort nur die Achseln und widmete mich wieder dem Karton, aus dem ich rotes Lametta herausholte. Es war dick und üppig und wurde benutzt, um die Seiten von Mr. Kleines Tisch zu dekorieren. Oh, sehen Sie, ich wickelte eine Eulendekoration aus dem Seidenpapier aus, in das Mr. Kleene sie vorsichtig verpackt hatte. Die Eule war roségold angemalt, hatte strahlende, bernsteinfarbene Augen und war mit feinem Glitzer überzogen. Ich hielt sie an ihrer Schnur hoch und ließ sie sich langsam drehen, wobei sie funkelte, als sie das Licht einfing. Adam nahm sie mir aus der Hand und sah sie sich an, bevor er sie umdrehte und auf einen kleinen Fleck auf der Rückseite zeigte, der in einem anderen Goldton bemalt war. Das hier habe ich einmal fallen lassen und die Farbe ist abgesprungen. Ich dachte, dass mein Vater wütend sein würde, also habe ich selbst versucht, es zu reparieren, aber die Farbe hat nicht dazu gepasst. Wissen Sie, was mein Vater gesagt hat, als er es gesehen hat? Ich schüttelte den Kopf. Er sagte, dass in Japan Dinge mit Gold repariert werden, sodass alle Risse und Makel zu sehen sind. Es nennt sich Kintsugi, er sah zu mir auf. Sie glauben, dass Narben ein Merkmal der Schönheit sind und deshalb gezeigt, nicht versteckt werden sollten. Wow, sagte ich, während mir das Herz warm wurde. Ich glaube, ich habe noch nie etwas Schöneres gehört. Also hat er die Eule jedes Jahr am Weihnachtsbaum direkt vorn aufgehängt und mir gesagt, dass der goldene Fleck die beste Stelle sei, sagte er, wobei er mir den Anhänger wieder zurückgab. Ihr Vater war ein bemerkenswerter Mann. Er nickte. Ja, das war er. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit mit ihm verbracht. Die nächsten Minuten wurden in geselliger Stille verbracht, in denen Adam auf seiner Tastatur tippte und ich Dekorationen auf den Tisch legte, von denen ich über jede beim Auspacken etwas sagte, in der Hoffnung, wieder ein wenig Interesse zu wecken. Würden Sie mir mit einer Sache helfen, Adam? Er nickte. Sicher, ich warte nur auf einen Anruf aus dem Büro. Haben Sie nur etwas Geduld. Adam war wieder im Arbeitsmodus. Mist. Ich zog einen Stuhl aus der Ecke des Zimmers und zerrte ihn zum Tisch, bevor ich einen weißen Stern in die Hand nahm, der in schillernden Farben glänzte. Ich hielt den Stern mit einer Hand fest und stellte mich auf den Stuhl, wobei meine Absätze mir das Ausbalancieren erschwerten, als ich nach dem Haken griff, der immer noch in der Decke über Adams Stuhl war. Ich streckte mich und schwankte ein wenig, als ich starke Hände an meiner Taille fühlte. Hoppla, sagte ich mit hämmerndem Herzen. Faith, was zum Adams warme Hände elektrisierten meinen Körper, als er meine Haut dort berührte, wo mein Pullover hochgerutscht war. Warum haben Sie nicht einfach eine Sekunde gewartet? Darauf zu warten, dass Sie eine Arbeitspause machen, würde ewig dauern, gab ich zurück und brauchte länger als nötig, um den Stern aufzuhängen, bevor ich losließ. Ich musste mich sammeln, außerdem genoss ich das Gefühl von Adams Händen auf meiner Haut. Ich legte eine Hand auf Adams Schulter, um mich zu stabilisieren, und er hob mich vom Stuhl, um mich auf den Boden zu stellen. Selbst mit meinen Absätzen reichte ich ihm nur bis zur Brust, und aus dieser Nähe konnte ich sein Eau de Cologne riechen. Alles gut, er senkte seinen Kopf, um mir in die Augen zu sehen, woraufhin ich nickte. Ja, danke. Mir war nur kurz etwas schwindelig, naja, das war keine Lüge. Er hatte seine Hände immer noch an meiner Taille, als das Telefon klingelte, und ich schäme mich nicht zu sagen, dass das Grummeln in meinem Kopf nicht sehr damenhaft war. Adam ließ mich widerwillig los, so wirkte es zumindest, oder war ich nur hoffnungsvoll? Hallo. Adam Klein am Apparat, er bedeutete mir, dass er den Anruf entgegennehmen musste, bevor er sich wieder an seinen Tisch setzte. Ich beschäftigte mich mit der Dekoration, im Versuch, meinen Herzschlag zu normalisieren. Adam lachte in das Telefon. Okay, wann kommt er? Nächste Woche? Sicher, lass mich Tag und Uhrzeit wissen und ich werde dafür sorgen, dass alles bereit ist. Abendessen? Oh, ich schulde dir etwas? Er drehte seinen Stuhl, sodass er mir den Rücken zuwandte, und senkte seine Stimme. Abendessen also. Wie wäre es mit diesem Sushi-Restaurant, das du so magst? In Ordnung, abgemacht. Ich konnte nicht anders, als den Stich der Eifersucht zu spüren. Adam erinnerte sich vermutlich nicht einmal an meinen Nachnamen, geschweige denn an mein Lieblingsrestaurant. Er wandte sich wieder mir zu. Das war Tiffany aus dem Büro in New York. Sie hat mit dem potenziellen Käufer Miles Wilson gesprochen und wirklich ein Silver-Belz-Wellness-Bart angepriesen. Ich seufzte. Es war nicht gewollt, aber ich konnte nicht anders. Ich hoffte, dass sich Tiffany an ihrem Sushi verschluckte. Dann fühlte ich mich schlecht dafür, das zu denken, denn... Karma. Können Sie mir diesen Bilderrahmen geben, Adam? Adam griff in den Karton und holte einen goldenen Bilderrahmen heraus, aber anstatt ihn mir zu reichen, setzte er sich auf die Ecke seines Tisches und starrte ihn an. Er rieb mit den Fingerspitzen über die Worte, und ich meinte, ein paar Tränen in seinen Augen funkeln zu sehen. Was ist? Fragte ich. Das war als Kind mein Lieblingsgedicht, erklärte er mit heiserer Stimme, bevor er schwer schluckte. Es war die Nacht vor Weihnachten. Oh, richtig. Das kennt jeder. Und im ganzen Haus. Er nickte. Jedes Jahr hat mein Vater das Gedicht hervorgeholt und ich habe es meinen Eltern am Weihnachtsabend vorgelesen, bis sie sich haben scheiden lassen. Ich kann nicht glauben, dass er dieses Gedicht eingerahmt hat. Überrascht mich nicht. Ihr Vater war ein sehr sentimentaler Mensch. Adam betrachtete das Gesicht genauer, bevor er die Rückseite aus dem Rahmen nahm und das Stück Papier begutachtete. Oh, du meine. Das ist genau dasselbe Stück Papier, von dem ich das Gedicht gelesen habe. Und hier. Hier habe ich die Seite zerrissen, da ich sie zu schnell umgeblättert habe, er seufzte. Weihnachten war so gut, bis sie sich getrennt haben. Ich nahm ihm den Bilderrahmen aus den Händen und stellte ihn auf den Tisch, bevor ich meine Hände über seine legte. Es tut mir leid, Adam. Es ist egal, wie lange es her ist, es tut immer noch weh, oder? Als sich meine Eltern haben scheiden lassen, war ich am Boden zerstört und Weihnachten war nie wieder dasselbe. Naja, zumindest, bis ich meine Arbeit hier aufgenommen habe. Ihr Vater hat für mich dem Weihnachtsfest seinen Zauber wiedergegeben, mit ein wenig Hilfe meiner Mentorin MS, King. Sie hat mir ihren Vater vorgestellt. Adam hielt meinen Blick und fuhr mit seinem Daumen über meine Wange. Sie haben Glitzer, er verstummte, und einen Moment lang stand die Zeit still, als er mir in die Augen sah. Mit seinen Händen immer noch in meinen, erwiderte ich seinen Blick und wir standen da, als wäre die Zeit endlos. Faith. Wist du immer noch da drin, brach Harmonis Stimme durch die geladene Stille. Ich habe gerade diesen anderen Karton mit Dekoration gefunden und dachte, du könntest ihn gebrauchen. Und einfach so war der Bann zwischen Adam und mir gebrochen. Sie betrat das Büro, offensichtlich ohne sich des Momentes bewusst zu sein, den sie soeben unterbrochen hatte. Sie zwinkerte mir zu, als sie mir den Karton übergab, bevor sie wieder an die Rezeption zurückkehrte. Hier, lassen Sie mich Ihnen helfen, sagte Adam, der seine Stimme als erster wiederfand. Die Arbeit kann warten, er nahm einen Hammer und schlug einen Nagel für den Bilderrahmen in die Wand. Was kommt als nächstes? Ich fand einen Mistelzweig, der sich obenauf im Karton befand, dessen Plastikbeeren ihre Farbe verloren hatten, und lächelte. Ihr Vater hat immer darauf bestanden, den hier jedes Jahr über seiner Tür aufzuhängen. Wir haben versucht, ihn dazu zu bringen, einen frischen Mistelzweig aufzuhängen, aber er sagte, dass er unter genau diesem Zweig den ersten Kuss mit ihrer Mutter hatte. Ich hielt ihn fest und Adam streckte sich, um ihn zu befestigen. Da ich so nah bei ihm stand, konnte ich erneut sein Eaude Cologne riechen und atmete tief ein. Ich wollte seinen Duft für immer riechen. Mit festgenageltem Mistelzweig ließ Adam den Hammer sinken und ich ließ den Zweig los, um meine Arme wieder herunterzunehmen, aber keiner von uns bewegte sich weg. Ob es der Mistelzweig, sein Eaude Cologne oder die pure Emotion des Moments war, ich wusste es nicht, aber ich stellte mich auf die Zehenspitzen und streifte mit meinem Mund sanft den Seinen. Seine Lippen waren weich, als er meinen Kuss erwiderte und mich überraschte, als er mein Gesicht mit einer Hand festhielt, bevor er sich zärtlich löste. Eine Sekunde lang riss er die Augen auf und ich konnte sehen, dass ihn der Kuss genauso sehr überrascht hatte wie mich. Wir bewegten uns nicht, bis er zu lächeln begann. Ein Blitz schoss durch meinen Bauch. Oh mein Gott! Ich hatte soeben meinen Chef geküsst. Vernunft floss durch meinen Körper und ich trat zurück, im Versuch, entspannt auszusehen, als wäre es nicht der beste Kuss gewesen, den ich je gehabt hatte. Wofür war das, fragte er und lächelte mich an, mit den Augen voller Wärme, aber auch mit einem Anflug von Unsicherheit. Ich zuckte die Achseln und versuchte, und scheiterte, locker zu wirken. Das? Oh, ich habe Ihnen ja gesagt, ein Kuss unter dem Mistelzweig ist eine Tradition, sagte ich, als sich das gerahmte Gedicht an seinen üblichen Platz hängte. Es war der Kuss vor Weihnachten unter dem Mistelzweig, ich lächelte, wobei ich mich im Büro umsah. Wie auch immer, das ist genug Dekoration für einen Tag, denke ich. Danke für Ihre Hilfe. Faith, sagte er leise und heiser. Ich drehte mich um. Ja? Adam starrte das Gedicht an, bevor er sich zu mir umdrehte. Danke. Meine Mundwinkel zuckten. Gern geschehen, Adam. Als ich die Tür hinter mir schloss, berührte ich meine Lippen. Das Gefühl dieses Kusses war immer noch lebendig und warf in mir die Frage auf, was um alles in der Welt jetzt passieren würde. Kapitel 11 Ich war beschämt. Was hatte ich mir nur dabei gedacht, meinen Chef unter dem Mistelzweig zu küssen? Wenn mein Job vor dem Kuss auf dem Spiel gestanden hatte, dann stand dieses Spiel jetzt sehr schlecht. Tatsächlich stand es so schlecht, dass ein Sieg alles andere als wahrscheinlich erschien. Und um die Sache noch schlimmer zu machen, hatte ich Adam direkt nach seinem Telefonat mit MS Sushi Queen geküsst. Aber oh, dieser Kuss. Ich konnte nicht aufhören, ihn immer und immer wieder in meinem Kopf abzuspielen. Wow. Wenn eine Frau aufgewühlt ist, dann gibt es nur eine Sache, die sie will. Nein, keine Eiscreme, okay, vielleicht gibt es zwei Dinge, die eine Frau will. Eiscreme, Pistazie, bitte, und ihre Freundinnen, oder in diesem Fall eine Freundin, da Morgan an diesem Abend ein heißes Date mit Dallas hatte, und das wäre Ruby. Ein paar Nachrichten später war es abgemacht. Ruby und ich würden uns zum Abendessen im Gasthaus zur Zuckerfee treffen, einer idyllischen Frühstückspension in der Nähe der Weihnachtsfälle, die Rubys Eltern, Betty und Randall Curtis, vor Jahrzehnten eröffnet hatten. Auf der Hicks-Schule hatte Ruby mir erzählt, dass ihr Vater ihre Mutter immer seine Zuckerfee nannte, da ihr erstes Date beim Nussknacker Ballett gewesen war und die Lieblingsszene ihrer Mutter der Tanz der Zuckerfee war. Daher der Name des Gasthauses. Es faszinierte mich, dass Rubys Eltern über all die Jahre so verliebt und verbunden geblieben waren, während meine Eltern einander mehr oder weniger toleriert hatten, bis ich aufs College gegangen war. Bei dem Gedanken wurde ich von Schuldgefühlen überkommen. Warum hatten meine Eltern mich zur Ursache ihres offensichtlichen Kummers gemacht? In Abwesenheit meiner eigenen Eltern in Christmas Mountain achtete Rubys Mutter auf mich und sorgte dafür, dass ich genug aßschlief auf Dates ging. Wenn sie mir nur geeignete Junggesellen auf der Veranda abliefern würde, wie sie es mit ihren köstlichen Aufläufen machte, hätten wir wenigstens zwei von drei. Der Gedanke an einen geeigneten Junggesellen brachte mich zu Adam. Seinem dunklen Haar. Seinen eisblauen Augen, die während der Schlittenfahrt gefunkelt hatten. Und dieser Kuss. Ich musste wirklich aufhören, an diesen Kuss zu denken. Aber ich empfand es als nahezu unmöglich, nicht daran zu denken. Hi Mrs. Curtis, ich erlaubte Rubys Mutter, mich in eine große Umarmung zu ziehen, bevor sie mich auf armes Länge von sich hielt, um mich zu mustern. Scheinbar zufrieden, dass ich mich nicht zu Tode hungerte, anstatt vor Verlegenheit einzuschrumpeln, ließ Mrs. Curtis mich los. Ich dachte nicht, dass du kommen würdest, Faith, da Ruby bei der Arbeit festgehalten wird. Ruby kommt nicht zum Abendessen, fragte ich, wobei mir Bilder einer riesigen Schüssel Eiscreme mit nur einem Löffel in den Kopf kamen. Hat sie es dir nicht gesagt? Es gab eine kleine Katastrophe mit einem der Hunde. Anscheinend gab es einen Bichon-Friese, der zur Fellpflege kam. Der Besitzer hat Ruby gefragt, ob er einen Teddybär-Schnitt haben könnte. Mit dem Gedanken, dass es eine gute Gelegenheit für ihre Auszubildende wäre, einen neuen Stil zu üben, hat Ruby sie darum gebeten, damit anzufangen. Allerdings dachte das Mädchen, dass der Besitzer B.A.R. und nicht B.A.R. meinte, woraufhin sie dem armen Hund das ganze Fell abrasiert hat, während Ruby nicht im Raum war. Der Besitzer war anscheinend hysterisch. Stell es dir nur mal vor, kein Fell bei diesem Wetter. Ich legte mir die Hand über den Mund und stellte mir Rubys Gesicht vor, als sie es bemerkt hatte. Keine Sorge, Mrs. Curtis, ich fischte mein Handy aus der Hosentasche und bemerkte das kleine Briefumschlagzeichen, das in der Ecke des Bildschirms aufleuchtete. Ich öffnete die Nachricht. Ich sitze bei der Arbeit fest, totale Katastrophe. Verschieben wir das Abendessen? Hab dich lieb. Ja, ich bin sowieso erschöpft. Ich treffe mich ein andermal mit Ruby. Als ich mich zum Gehen wandte, bemerkte ich einen Mann, der im Speisesaal allein an einem kleinen Tisch saß, Adam Kleene. Ich konnte immer noch nicht glauben, dass ich ihn geküsst hatte. Und dass er den Kuss erwidert hatte. Und dass ich nicht aufhören konnte, an diesen Kuss oder die Tatsache zu denken, dass er den Kuss erwidert hatte. Ich drehte mich schnell um und stolperte in einen Stuhl, der mit einem lauten Knall zu Boden fiel. Naja, so viel zu meinem diskreten Abgang. Alle Blicke, einschließlich Adams, richteten sich auf mich, woraufhin ich entschuldigend lächelte und idiotisch winkte. Adam starrte mich unsicher an, während ich im Durchgang zwischen dem Empfangstusch und dem hübschen, mit Kerzenlicht beleuchteten Speisesaal stand. Ich wollte einfach nur wegrennen, aber das wäre unhöflich, um nicht zu sagen kindisch. Außerdem, naja, war ich erwischt worden. Hi Faith, er stand auf und bedeutete mir, zu ihm zu kommen. Oh, hi Adam, sagte ich und verfluchte mich dafür, nicht kindisch gewesen und weggelassen. Laufend zu sein, als ich die Chance dazu gehabt hatte. Was machen Sie hier, fragte er. Ich stand unbeholfen neben seinem Stuhl, bemerkte, dass der Tisch nur für eine Person gedeckt war und empfand eine lächerliche Genugtuung. Ich wollte mich mit meiner Freundin Ruby hier treffen, aber sie hatte eine Hundekatastrophe und musste absagen. Also gehe ich jetzt nach Hause. Er lächelte. Oh, ich bin froh. Ich runzelte die Stirn. Froh, dass ich versetzt wurde. Nein, ich meinte nur, dass Sie allein sind und ich allein bin, er nahm einen tiefen Atemzug und grinste. Sie veräppeln mich, oder nicht? Ich zuckte die Achseln. Vielleicht ein bisschen. Lassen Sie mich erneut anfangen. Oder darf ich du sagen? Faith, würdest du gern mit mir zu Abend essen? Ich wollte Freudensprunge machen. Stattdessen konnte ich in meinem Kopf nur die unsterblichen und zutiefst demütigenden Worte es war der Kuss vor Weihnachten hören. Ich hatte mich zuerst an einen Kerl herangemacht, und das hatte ich noch nie zuvor getan. Ich verzog das Gesicht. Ich wusste nicht, dass die Aussicht eines Abendessens mit mir so entsetzlich ist, sagte er, womit er mich aus meiner Rückblende riss. Ich lachte, trotz meines Unbehagens. Entschuldigung, nein, ich war gedanklich nur woanders, ich tippte mir auf die Seite meines Kopfes. Ich denke, ich hole mir nur Essen zum Mitnehmen, ziehe meinen Pyjama an und schaue einen Film. Aber danke für das Angebot, erwiderte ich, wobei ich mich zum Gehen wandte. Faith, vielleicht sollte ich meine Autorität spielen lassen, sagte er und zeigte sein Grübchen. Als dein Chef. Nicht mehr viel länger, es kam heraus, bevor ich mich davon abhalten konnte. Der Anflug eines Stirnrunzelns huschte über sein attraktives Gesicht. Als dein Chef für den Moment, würde ich es wirklich schätzen, wenn du dich mir einem geschäftlichen Abendessen anschließen würdest. Es gibt da ein paar Dinge, die ich mit dir besprechen möchte. Sieh es nicht als ein Date. Schade. Wie bitte? Mist, ich hatte die Kunst, nicht laut zu denken, wirklich noch nicht perfektioniert. Ich, äh, habe Pastete gesagt. Wild. Die Wildpastete, sie ist sehr gut. Sein Grübchen wurde erneut sichtbar und er zog einen Stuhl heraus. Wie gut, dass ich noch nicht bestellt habe. Ich setzte mich und legte mir die Serviette auf den Schoß, wobei ich Adam nicht in die Augen sah, aber spüren konnte, wie er mir stumm zusah. Ermüdung und Hunger trafen mich und ich war dankbar für das Kerzenlicht, das wesentlich schmeichelhafter war als künstliches Licht. Mrs. Curliss eilte herbei und ich reichte ihr die Speisekarte, ohne sie geöffnet zu haben. Ich hätte gern den Nizza-Salat, bitte, Mrs. Curliss. Adam zog die Augenbrauen hoch, bevor er sie anlächelte, ich nehme bitte die Wildpastete, Mrs. Curliss. Ich habe gehört, sie sei köstlich. Mrs. Curliss kicherte wie ein Schuldmädchen. Oh, wir sind dafür bekannt. Und bitte, nennen Sie mich Betty. Ich fühle mich alt, wenn mich ein so gut aussehender Mann wie sie Mrs. Curliss nennt. Adam lachte. Eine so schöne Dame wie sie wird nie alt sein, Betty. Mrs. Curliss. Betty, sie hatte mich nie darum gebeten, sie so zu nennen, wurde rot, als sie zurück in die Küche huschte, etwas, was ich noch nie zuvor gesehen hatte. Also war es nicht nur ich, auf die er diese Wirkung hatte. Also, sag mir, Faith. Warum empfiehlst du die Wildpastete und bestellst dann einen Salat? Ich lächelte. Warte, bis du sie siehst. Außerdem achte ich auf meine Figur. Tun wir das nicht alle? Er sagte den letzten Satz sehr leise, aber als ich zu ihm aufsah, war er mit dem Versuch beschäftigt, Mrs. Curliss' Aufmerksamkeit zu bekommen, indem er auf sein Glas und dann auf meines zeigte, um anzudeuten, dass er gern eine zweite Flasche hätte. Als dieser ankam, goss er mir eine großzügige Menge Rotwein ein, von dem ich die Hälfte mit zwei Schlucken trank. Zumindest hätte ich jetzt etwas mehr als meine Verlegenheit, dem ich die Schuld für mein rotes Gesicht geben konnte. Ich räusperte mich. Also, worüber wolltest du reden? Er trank einen Schluck Wein. Dich. Die Flamme der Kerze zwischen uns flackerte in seinen Augen, und das Feuer tanzte, als er mich ansah. Mein Bauch schlug einen Purzelbaum. Ich dachte, es ginge um das Geschäft? Er nickte. Geht es? Ich will wissen, was dir Silver Bells bedeutet. Er wurde von der Ankunft von Mrs. Curtis unterbrochen, die meinen Salat vor mir abstellte, bevor sie wegen Adams Teller in die Küche zurückkehrte. Als sie zurückkam, wurde es offensichtlich, warum sie zweimal hatte gehen müssen. Adams Teller war riesig und musste eindeutig von zwei Händen getragen werden. Die Pastete ragte über ihre Erbsen und Kartoffeln hinweg, so wie die Rockies Montana überragten. Als er sein Messer in die Pastete drückte, kam eine Dampfwolke mit einem Seufzen heraus. Ich wusste, wie es sich anfühlte. Also, wo waren wir, fragte er. Ich nahm einen Bissen meines Salats, während mein Hunger mit meiner Müdigkeit kämpfte, und der Angst, dass ich mich mit Salatdressing volltropfen würde. Du sagtest, du wolltest über das Geschäft reden. Richtig, ja. Ich wollte, dass du mir sagst, was an Silverbells so besonders ist. So magisch? Ich sah ihn scharf an, aber in seinem Ausdruck lag keinerlei Sarkasmus, als er auf meine Antwort wartete. Ich zog eine Schulter hoch. Es ist einfach, ich liebe Christmas Mountain. Ich liebe Silverbells. Ich will meinen Job nicht verlieren. Adam kaute nachdenklich. Du hast bezüglich dieser Pastete keine Witze gemacht, sie ist fantastisch. Du könntest jeden Job bekommen, Faith. Ich bin mir sicher, es gibt viele Orte, an denen du interessiert wärst. Tatsächlich hatte ich heute ein Telefonat wegen dir. Ich zog die Augenbrauen hoch. Oh. Er nickte. Eine Frau namens Bernice von von hier aus geht es nur noch bergab? Ich nippte an meinem Wein und nickte. Die Skistation auf dem Berg. Was wollte Bernice? Sie sagte, sie hätte gehört, dass du vielleicht nach einer neuen Stelle suchst und wollte das Vorkaufsrecht. Sie hat gefragt, wie viele Wochen Kündigungsfrist du Silverbells geben müsstest. Wow, die Nachrichten verbreiteten sich schnell. Das ist gut zu wissen, aber ich will nicht in einer anderen Skistation arbeiten, Adam. Versteh mich nicht falsch, es ist eine fantastische kleine Skistation, die während des Abschwungs, den diese Stadt hatte, durchgehalten hat. Ruby und ich sind dort ein paar Mal Ski gefahren, aber Silverbells bedeutet mir, so viel mehr. Ich fühle mich geschmeichelt, aber es ist nicht das Richtige für mich. Was ist es an Silverbells, das dich so in der Hand hat? Halt mich nicht bei Laune damit, dass es so ein fantastischer Arbeitsplatz ist, bla bla bla. Sprich aus deinem Herzen, nicht aus deinem Kopf. Oh, Junge. Er bat mich darum, die Karten offen auf den Tisch zu legen. Ich legte meine Gabel und mein Messer Seite an Seite hin und schob meinen Teller ein Stück zurück. Adam füllte mein Glas erneut auf und ich trank einen Schluck, wobei ich die köstlichen Beeren-Noten einen Moment lang im Mund behielt, bevor ich schluckte. Silverbells ist mein Zuhause, Adam. Ich meine auch nicht die Immobilie. Es heißt, das Zuhause ist dort, wo auch das Herz ist. Naja, mein Herz ist bei Silverbells. Sein Blick traf meinen. Rap weiter. Als ich vergangene Weihnachten aus Washington zurückkam, war es auf die Bitte meiner Freundin und Mentorin Melody King hin. Sie war in der Mittel- und Oberstufe meine Chorleiterin gewesen. In diesem Chor waren wir zu siebt, und sie hat uns darum gebeten, ein letztes Mal für sie beim Weihnachtsspektakel zu singen. Er nickte. Ich erinnere mich an MS, King. Alle Kinder mochten sie. Sie bekam letztes Jahr die Diagnose Nierenkrebs. Zwischen seinen Augenbrauen bildete sich eine Falte. Wie schrecklich. Das hatte ich nicht gehört. Ich nickte, im Wissen, dass die Neuigkeiten nur schlimmer wurden. Ich glaube, dass ich diese Hoffnung hatte, dass sie sich irgendwie erholen würde, da eine Welt ohne MS, King einfach nicht möglich erschien. Sie hat dir viel bedeutet, sagte er. Es war eine Feststellung, keine Frage. Du hast gar keine Ahnung, Adam. Sie war wie eine zweite Mutter für mich. Ich habe ihr Dinge erzählt, die ich nicht einmal meiner eigenen Mutter gesagt habe. Sie war während Trennungen, Versöhnungen, Freundschaftsproblemen, Notenproblemen da, sie war die, die mich am meisten angefeuert hat. Als sie gestorben ist, war der eine Mensch, an den ich mich wenden konnte, wenn ich Trost brauchte, nicht mehr da. Als Melody King starb, ist in Christmas Mountain ein Licht ausgegangen. Ich verstummte, als ich an die wundervolle Leuchtkraft dachte, die meine ehemalige Mentorin in alles gegeben hatte, was sie tat. Adam griff über den Tisch und nahm meine Hand, ohne etwas zu sagen, er wartete nur darauf, dass ich fortfuhr. Meine Hand kribbelte unter seiner Berührung und erwärmte mein Herz. Dein Vater hat mir durch meine Trauer geholfen, Adam, sagte ich, wobei ich seine Hand drückte. Wenn er nicht gewesen wäre, dann weiß ich nicht, wie ich überlebt hätte. Silver Bells war der eine Ort, der mich trösten konnte. Ich bin auseinandergebrochen, als sie gestorben ist, und dein Vater hat mich auf lange Wanderungen durch den Wald mitgenommen, hat mich eingearbeitet und mich mit ihm an den Touren teilnehmen lassen. Mir traten Tränen in die Augen und Adamsdaumen begann, über meinen Handrücken zu streichen, vor und zurück. Damals wusste ich es nicht, aber Mr. Kleene hat mich langsam wieder an den Zauber des Lebens herangeführt, und ohne mein Wissen habe ich ihn hereingelassen, trotz meines Kampfes dagegen. Er war so behutsam und geduldig. Adams Daumen erstarrte und er nickte. Ich trank einen großen Schluck Wein. Er war ein sehr besonderer Mann, Adam. Silver Bells ist Larry Klein, und du kannst das eine nicht ohne das andere haben. Wenn du Silver Bells zerstörst, zerstörst du sein Andenken. Er verzog den Mund und ich verfluchte mich dafür, dem Wein erlaubt zu haben, meine Zunge zu lockern. Er ließ meine Hand los und starrte in das Kerzenlicht. Ich bin neidisch, Faith. Du hattest die Beziehung, die ich zu meinem Vater wollte. Ich öffnete den Mund, um ihn zu unterbrechen, mich zu entschuldigen. Nein, verstehe mich nicht falsch, der Griff um den Stil seines Weinglases wurde fester, als sich sein Gesicht mit Emotionen füllte. Ich bin froh, dass du ihn hattest, aber ich wünschte, ich hätte ihn besser gekannt. Du bist nach der Scheidung nie wieder nach Christmas Mountain zurückgekehrt? Er schüttelte den Kopf. Ich weiß, dass er dich besucht hat. Er ist regelmäßig nach New York gekommen, aber er war wie ein Fisch auf dem Trockenen. New York hat einfach nicht zu ihm gepasst. Er hat hierher gehört, auf den Berg, umgeben von seinen Freunden, Schnee und Weihnachten. Am meisten bereue ich, nicht zurückgekommen zu sein, um ihn zu sehen, als ich die Gelegenheit dazu hatte, seine blauen Augen glänzten. Jetzt ist es zu spät. Ich wollte Adam sagen, dass es nie zu spät für die Liebe war. Dass das Andenken an seinen Vater weiterleben würde, wenn er Silver Bells rettete, aber das hätte so geklungen, als würde ich seine Gefühle zugunsten meines Jobs ausnutzen, obwohl ich wirklich meinte, dass Silver Bells Larry Klein war. Du weißt, dass er stolz auf dich war, oder? Seine Augenbrauen schossen in die Höhe, aber dann schüttelte er den Kopf. Er kannte mich nicht, Faith, und das war meine Schuld. Wie konnte er auf einen Sohn stolz sein, den er nicht kannte? Naja, lass uns sehen. Vor fünf Jahren bist du Geschäftsmann des Jahres geworden und hast den Preis im Plaza bekommen. Diese rote Krawatte sah in Kombination mit dem grauen Anzug übrigens fantastisch aus. Vor drei Jahren hast du ehrenamtliche Arbeit bei einer Wohltätigkeitsorganisation begonnen, die obdachlose Kinder von der Straße holt und in die Schule bringt. Er starrte mich verwirrt an. Woher wusstest du? Ich lächelte. Mr. Klein ist deiner Karriere gefolgt, Adam, und er hat jeden Zeitungsausschnitt, jede Geschichte in den Magazinen, jeden Informationsfetzen aufbewahrt, den er über dich finden konnte. All diese leeren Wandhaken in deinem Büro? Die waren für die Dutzenden von Fotos, die er von dir hatte, von dir als kleiner Junge, wie du auf seinem Rücken saßt, bis zu einem, das kurz vor seinem Tod in New York gemacht wurde. Adams Augen glänzten und ich fragte mich einen Moment lang, ob ich zu viel gesagt hatte. Mrs. Curtis hatte unsere Teller abgeräumt, ohne dass es mir überhaupt aufgefallen war, und kehrte mit einer großen Schüssel Eiscreme und zwei Löffeln zurück. Sie stellte beides mit einem wissenden Lächeln auf den Tisch. Adam zog seinen Stuhl zur Seite, sodass er mir näher war, dann reichte er mir einen Löffel. Danke, Faith. Ich wusste all das gar nicht. Ich lächelte und hielt ihm einen Löffel voll Eiscreme an den Mund. Als seine Lippen ihn umschlossen, wurde ich erneut an unseren Kuss erinnert. Er schien auf derselben Wellenlänge zu sein, denn er hielt mir ebenfalls einen Löffel voll Eiscreme hin und wischte mir etwas davon mit dem Daumen vom Mundwinkel, bevor er mir immer näher und näher kam. Ich schloss die Augen, bereitete mich auf das Gefühl seines Mundes auf meinem vor. Ich bin hier, quietschte Ruby. Beim Klang ihrer Stimme fuhr ich zusammen. Adam sprang auf und ließ seinen Löffel auf den Tisch fallen. Oh, tut mir leid. Ich hoffe, ich störe nicht? Nein, nein, nein. Ich meine, natürlich nicht, sagte ich, mit dem Gedanken, dass sie das schlechteste Timing überhaupt hatte. Adam, kennst du Ruby Curtis? Er schüttelte den Kopf. Nett, dich kennenzulernen, Ruby. Ebenso, erwiderte sie. Rubis, ich dachte, du steckst bei der Arbeit fest? Ruby blickte von den beiden Löffeln auf dem Tisch zu mir und zu Adam, bevor sie antwortete. Habe ich, aber jetzt ist alles in Ordnung. Ich sehe, du hast ohne mich gegessen? Ich schüttelte den Kopf. Nein, ich meine, ja, irgendwie, ich esse nur mit meinem Chef zu Abend. Adam warf mir einen seltsamen Blick zu, bevor er aufstand und sich den Mund mit seiner Serviette abwischte, die er zusammenfaltete und auf den Tisch legte. Ich muss sowieso noch etwas fertig lesen. Bitte, nimm meinen Stuhl, Ruby. Faith, wir sehen uns am Montag. Und dann war er weg. Kapitel 12 Das Wochenende verging in einem Schleier aus Hausputz und Weihnachtseinkäufen. Am Montag arbeitete ich länger, als ich einen hektischen Anruf von Joe bekam, dem Mann, der für die Rentiere bei der Hütte des Weihnachtsmanns verantwortlich war. Eines der jüngeren Rentiere, Rudy, war abgehauen und niemand konnte ihn finden. Obwohl Adam daran gearbeitet hatte, einige Zahlen für sein zweites Treffen mit Miles Wilson fertigzustellen, hatte er nicht gezögert, seine Jacke zu nehmen und mit mir zu kommen. Als wir uns den Stellen näherten, sahen wir die unzähligen Taschenlampen der Silver Bells Mitarbeiter, die gekommen waren, um das vermisste kleine Rentier zu suchen. Ich hielt Joe am Ärmel fest, als er an mir vorbeieilte. Was ist passiert, Joe? Es sieht Rudy nicht ähnlich, so zu flüchten. Ich weiß, Joe nickte. Irgendetwas muss ihn verschreckt haben. Den Spuren im Schnee nach zu urteilen schätze ich, dass sich ein Berglöwe herumgetrieben hat. Adam wandte sich mir zu. Rudy? Wie in Rudolf? Ich nickte. Eigentlich ist er Rudolf der Dritte, aber für uns ist er einfach Rudy. Naja, dann sollten wir ihn mühelos finden, oder? Adam presste seine Hände aufeinander und rieb sie sich warm. Er hat eine Nase, die leuchtet. Schön wär's, erwiderte ich kopfschüttelnd. Vielleicht hatte er versucht, die Stimmung der Freiwilligen um uns herum aufzuhellen, aber das war kein entlaufener Pudel in einem New Yorker Gebäude. Der kleine Rudy konnte da draußen von einem wilden Tier gefressen werden, und je länger wir brauchten, um ihn zu finden, desto geringer wurden seine Überlebenschancen. Wir brauchen Rudy wieder, Adam. Wir lieben ihn nicht nur, er ist auch unser führendes Rentier bei den Touren zum Weihnachtsdorf. Morgen kommen kleine Kinder, die erwarten, dass ihr Schlitten vom Lieblingsrentier des Weihnachtsmannes gezogen wird. Adam warf mir einen Seitenblick zu. Könnt ihr nicht ein anderes Rentier an seiner Stelle nehmen? Ich meine, ein Rentier ist ein Rentier, oder? Die Freiwilligen wurden so leise, dass man Lametta hätte fallen hören können. Dann setzte der Protest ein. Man kann Kinder nicht anlügen. Es wäre nicht Rudy. Ist das dein Ernst, Mann? Bei der letzten Bemerkung zuckte ich zusammen. Ahnungslos hin oder her, Adam war immer noch unser Chef. Konzentrieren wir alle uns einfach darauf, Rudy zu finden. Wir müssen positiv bleiben, sagte ich. Entschuldigt, ich habe versucht, es von einem geschäftlichen Standpunkt aus zu sehen, sodass die Kinder morgen nicht enttäuscht sind, er legte seine Hand auf entschuldigende Weise über sein Herz. Ich bin neu, aber ich will helfen. Was kann ich tun? Joe teilte das Gebiet den verschiedenen Paaren aus Freiwilligen zu. Minuten später, bewaffnet mit einer Taschenlampe und einer Pfeife, machten Adam und ich uns auf in den verschneiten Wald. Ich dachte, dass ich gleich mit einer Taschenlampe geschlagen werde, sagte Adam. Fast hätte ich etwas Sarkastisches erwidert, realisierte aber, dass er Silverbells nicht so kannte und liebte, wie es der Rest von uns tat. Du hast Glück, dass du unser Chef bist, sonst wäre dir das passiert. Er trat vor mich und blieb stehen, sodass wir einander gegenüberstanden. Siehst du mich immer noch so, Faith? Als deinen Chef? Ich sah in seine eisblauen Augen und erinnerte mich daran, wie er sie bei unserem Kuss unter dem Mistelzweig geschlossen hatte, seine dunklen Wimpern auf seinen hohen Wangenknochen. Und ich erinnerte mich daran, wie er mich am Freitagabend im Gasthaus zur Zuckerfee beinahe geküsst hätte. Ich verspürte den plötzlichen Drang, ihn in diesem Moment zu küssen. Aber das war weder der richtige Ort noch der richtige Zeitpunkt. Du bist mein Chef, Adam. Er lief neben mir, als ich mich wieder in Bewegung setzte. Okay, ja, aber siehst du mich nur als das? Im Moment kann ich nur an den armen Rudi denken. Ich habe Angst, Adam. Wenn ihn ein Berglöwe erschreckt hat, dann kannst du darauf wetten, dass der immer noch in der Nähe ist. Wenn er den kleinen Rudi findet, dann hat dieser keine Chance, Tränen brannten mir in den Augen, als ich ihn mir ganz allein und verängstigt da draußen vorstellte. Wir liefen eine Weile lang, riefen Rudis Namen und leuchteten mit unseren Taschenlampen in die Dunkelheit. Okay, also erzähl mir von ihm. Von Rudi. Er scheint ein sehr besonderes Tier zu sein, fragte er, und sein Tonfall verriet, dass er aufrichtig daran interessiert war. Wir haben Rudis Mutter bei der Geburt verloren und mussten ihn mit der Hand aufziehen. Joe hat Nacht für Nacht bei ihm im Stall geschlafen, um sicher zu gehen, dass er nicht allein war. Wir haben uns alle damit abgewechselt, ihn mit der Flasche zu füttern, bis er zwölf Wochen alt war und Blätter fressen konnte, erklärte ich, woraufhin ich erneut seinen Namen rief. Ich hielt die Taschenlampe hoch, aber er war nirgends zu sehen, also ging ich weiter. Joe hat jedoch bemerkt, dass mit Rudi etwas nicht stimmte. Er ist immer in Dinge hineingelaufen. Wir haben ihn untersuchen lassen und er war auf einer Seite blind, auf der anderen Seite war seine Sicht eingeschränkt. Wir glauben, dass die Infektion, die seine Mutter getötet hat, seine Sicht beeinträchtigt hat. Der Tierarzt sagte, dass es ein Wunder sei, dass er überlebt hat, also ist er das für uns, unser kleines Wunder. Wir alle lieben Rudi, und trotz seiner Beeinträchtigungen ist er immer sanft und gutmütig. Adam bot an, die Taschenlampe zu halten. Aber wenn er fast blind ist, wie kann er dann das führende Rentier sein? Weil er diesen Wald in und auswendig kennt, sagte ich mit zuckenden Mundwinkeln. Aber dann wurde meine Sicht wieder verschleiert, als ich mir Sorgen machte, dass wir ihn vielleicht nicht finden würden. Er hat Stunden damit verbracht, uns zu folgen, als er jung war, wie ein Familienhund. Er hat sich so an den Ort gewöhnt, dass er ihn mit verbundenen Augen durchschreiten könnte. Er klingt ziemlich besonders, er legte eine Hand auf meinen Rücken und drückte meine Schulter, als wir beide stehen blieben. Keine Sorge. Wir werden ihn finden, Faith. Ich sagte einen Moment lang an ihm zusammen, bevor mich ein starkes Gefühl der Verärgerung überkam und ich zurücktrat. Ich kann nicht glauben, dass du diesen Ort verkaufen willst, Adam. Du hast keine Ahnung, wie wichtig er für so viele Menschen ist, mich eingeschlossen. Seine blauen Augen richteten sich auf mich und so viele Emotionen waren darin zu sehen. Dann öffnete er den Mund. In diesem Moment erwachte mein Walkie-Talkie-Krachen zum Leben und ich sprang von Adam weg. Hallo, Joe? Habt ihr ihn gefunden? Fragte ich. Negativ, Faith. Ich frage nur, ob ihr irgendwelche Sichtungen hattet. Ich seufzte. Negativ. Wir suchen weiter. Over and out, erwiderte Joe. Wir müssen ihn finden, Adam, sagte ich und hakte das Walkie-Talkie wieder an meinem Gürtel ein, während Adam die Taschenlampe in die Dunkelheit richtete. Rudi repräsentiert alles, was an Silverbells gut ist. Er repräsentiert Hoffnung, Magie, Akzeptanz, Wunder, Glaube und wenn ich in die Augen dieses kleinen Rentiers blicke, weißt du, was ich dann sehe. Was? Fragte er mit leiser Stimme. Ich sehe den Geist deines Vaters und all seine Güte, die in Rudi weiterlebt. Ich blinzelte, im Versuch, die Tränen zurückzuhalten, die überzulaufen drohten. Er blieb mehrere Minuten lang stumm. Wir werden ihn finden, sagte er entschlossen. Werden wir, ich nickte und zwang mich zu einem schwachen Lächeln. Erzähl mir etwas, um mich von dem Gedanken daran abzulenken, dass diesem süßen kleinen Rentier etwas zugestoßen sein könnte. Erzähl mir von New York. Erzähl mir von deinem Job. Deine Arbeit im PR-Bereich. Ja, sagte er und trat über eine große Wurzel, die auf unserem Weg lag. Er streckte seinen Arm aus, um mir zu helfen, aber ich sprang mühelos darüber. Er öffnete den Mund, um zu sprechen, schloss ihn dann aber wieder, da er es sich offensichtlich mit dem, was er hatte sagen wollen, anders überlegt hatte. Nach einem Moment sprach er erneut. Als wir in die Stadt gezogen sind, war ich von dem Gedränge aus Geschäftsleuten fasziniert, die mit ihren Aktenkoffern über die Bürgersteige geeilt sind. Du meinst, du magst Menschenmengen, fragte ich überrascht. All das geschäftliche Treiben? Darauf kannst du wetten, er lachte kopfschüttelnd. Ich wollte einer dieser Geschäftsleute sein. Nachdem ich mit dem College fertig war, bin ich zu einer PR-Firma gegangen. Klingt beschäftigt, bemerkte ich. Er nickte. Aber für jemand anderen zu arbeiten reicht nicht. Ich will mehr. Ich will mein eigenes Geschäft besitzen, ein Partner sein. Du klingst sehr motiviert, bemerkte ich, wobei ich in die Dunkelheit spähte und ihn wieder ansah. Sein Gesichtsausdruck wirkte so entschlossen, dass ich keinerlei Zweifel daran hatte, dass er bekommen würde, was er wollte. Mein Magen drehte sich. Leider war das, was er wollte, nicht Silver Bells. Ich bin mir sicher, dass du erfolgreich sein wirst. Danke, Faith, sagte er und lächelte mich an. Ein Teil des Grundes, aus dem ich nicht zurück nach Christmas Mountain gekommen bin, um meinen Vater zu besuchen, war, dass ich so viel gearbeitet habe. Ich habe so hart gearbeitet, um voranzukommen, und nehme mir kaum einen Tag frei. Ich wünschte. Ich hörte den Schmerz in seiner Stimme. Was? Ich dachte immer, es wäre mehr Zeit, um zurückzukommen und ihn zu besuchen, sagte er, wobei sein Gesichtsausdruck wieder ernster wurde. Ich glaube, ich fühle mich in Anzügen wohler als in Steghosen. Reflexartig betrachtete ich den Anzug, den er unter dem Wintermantel trug, den er schnell angezogen hatte. Du siehst in Jeans genauso gut aus, Stadtjunge. Seine Mundwinkel zuckten. Findest du? Ich weiß es, erwiderte ich und sah ihm in die Augen. Wir erreichten eine dichte Baumgruppe und er hielt seinen Blick auf mich gerichtet, als er einen Ast zur Seite drückte, sodass ich zuerst durchgehen konnte. Als ich an ihm vorbeiging, streifte meine Hüfte sein Bein und mein Bauch tanzte. Zwischen uns geschah etwas. Obwohl die Temperaturen kaum über 0 Grad lagen, war mir am ganzen Körper warm. Ich bückte mich, um die tiefer hängenden Äste aus dem Weg zu halten, als ich etwas im Schnee bemerkte. Sieh mal, Adam, mein Herz hüpfte und ich zeigte auf die gleichmäßigen Abdrücke im Schnee. Rentierspuren Ich dachte, du hättest gesagt, Rudi sei jung. Diese Abdrücke sind riesig. Du bist wirklich ein Stadtjunge, ich lachte und stieß seinen Arm an. Bist du noch nie in Schneeschuhen gelaufen? Je größer die Füße, desto einfach ist das Laufen. Rentiere haben besondere Hufe, sodass sie nicht im Schnee einsinken. Keine Sorge. Wir werden noch einen Bergmann aus dir machen. Oh nein! Vor uns änderte sich die Spur, die Abdrücke waren weiter voneinander entfernt. Er muss gerannt sein. Oh Adam, wovor ist er weggelaufen? Wir müssen ihn finden, ich schrie die Koordinaten in das Walkie-Talkie, um Joe wissen zu lassen, dass ich Rubis Spur aufgenommen hatte. Ich begann, mich wieder in Bewegung zu setzen, als Adam meine behandschuhte Hand nahm und mich aufhielt. Ich drehte mich zu ihm, woraufhin er einen Finger auf seine Lippen legte und nach links zeigte. Auf der verschneiten Lichtung stand Rudi und knabberte fröhlich auf einem Stück Moos herum. Mein Herz wurde von Freude erfüllt, als ich seinen Namen flüsterte. Er hob den Kopf, wandte sich mir zu und ich hätte schwören können, dass dieses pelzige Tier lächelte. Dann widmete er sich wieder dem Moos, als hätte er keine Sorge auf der Welt, als wäre kein riesiger Suchtrupp auf der Suche nach ihm. Wir haben ihn gefunden, sagte ich in das Walkie-Talkie. Rudi ist sicher. Ich wiederhole, wir haben ihn gefunden. Ich habe doch gesagt, dass wir das tun würden, sagte Adam, dessen eisblaue Augen strahlten. Ja, das hast du, rief ich. Freude durchströmte meine Brust, als ich meine Arme um ihn warf. Danke, dass du mir geholfen hast. Danke, danke, danke. Jederzeit, Faith. Jederzeit, erwiderte er, bevor er mich hochhob und drückte, während er mich umherwerbelte. Ich lachte laut auf und meine Füße flogen durch die Luft, als er mich im Schnee drehte. Dann setzte er mich wieder ab, seinen Arm immer noch fest um mich gelegt, und sah mich an. Eine Ewigkeit lang sah er mir nur in die Augen, während mein Herz hämmerte. Dann senkte sich sein Blick auf meine Lippen. Er sah mir ein letztes Mal in die Augen, bevor er den Kopf neigte und seine Lippen auf meine presste. Elektrizität durchströmte meine Adern, als er mich küsste. Das war auch kein unschuldiger Kuss unter dem Mistelzweig. Das war ein umfassender, inniger Kuss, der jede Pore in meinem Körper erhitzte. Wir hatten den Wald hier in Christmas Mountain durchsucht und Rudi gefunden, gemeinsam. Als wir uns immer und immer wieder küssten, rutschte mir die Kapuze vom Kopf und Adam vergrub seine Hände in meinem Haar. Ich öffnete den Mund und seine Zunge erkundete meine, er fühlte mich auf eine Art, wie ich es noch nie zuvor empfunden hatte. Ich kostete ihn, unfähig zu glauben, dass es tatsächlich passierte. Dass ich mich mit diesem Mann verbannt, der mir möglicherweise den Job wegnehmen würde, den ich kannte und liebte. Bei diesem Gedanken traf mich die Realität und ich löste mich von ihm. Ich hob den Blick und erkannte, dass er mich bereits durch halb geöffnete Augen ansah. Er strich mir die Haare aus dem Gesicht und flüsterte meinen Namen, was meinen Bauch erneut tanzen ließ. In der Ferne konnte ich die Schreie und das Pfeifen des restlichen Suchteams hören. Es wurde immer lauter und lauter, was mir sagte, dass sie jede Sekunde hier sein würden. Mit einem kurzen Blick auf Rudi, der mir erneut dieses alberne Lächeln schenkte, tat ich das Einzige, was ich tun konnte, bevor die anderen ankamen. Der Ast einer Tanne beugte sich über unseren Köpfen unter dem Gewicht des Schnees, als ich mich auf die Zehenspitzen stellte und Adam erneut küßte, der kalte Nebel um uns herum und die Wärme seines Kusses brachten mein Herz zum Schmelzen und öffneten es für ihn. Kapitel 13 Nach dem Stress und der Anspannung der letzten Wochen entschied ich, dass Adam und ich ein wenig Spaß brauchten. Die Suche nach Rudi hatte mich erschöpft, und sobald das Adrenalin abgeklungen war, hatte ich das Gefühl, als hätte ich eine Woche am Stück schlafen können. Aber der Schlaf miet mich, da sich diese Küsse im Wald zu jeder Stunde immer und immer wieder in meinem Kopf abspielten, ohne Pause. Zwischen meinem Bedürfnis nach Schlaf und meiner durch die Küsse verursachten Schlaflausigkeit war ich ein Wrack. Sobald wir Rudi sicher in seinen Stall gebracht hatten und von Joe das Versprechen bekamen, dass er das Tor verstärken würde, sodass nicht einmal Houdini selbst würde entkommen können, hatte Adam mich nach Hause gebracht, wo er mich vor meiner Haustür erneut geküsst hatte. Also, willst du mir zeigen, was diese Stadt zu bieten hat, hatte er gefragt und dabei den schüchternen Jungen sehr gut gespielt, da sein Grübchen mit jedem Lächeln tiefer zu werden schien. Du meinst bis auf entlaufene Rentiere, einen Hundeschlitten, eine Kutschfahrt und das Weihnachtsdorf, hatte ich ihn aufgezogen. Ja, abgesehen von diesen Dingen. Ernsthaft, wenn wir auf ein D gingen, wohin würdest du mit mir gehen? Ich bin der Neue in der Stadt, vergiss das nicht. Der Neue Alte, meinst du? Er hatte eine Handvoll Schnee genommen und auf mich geworfen. Ich bin 29, also weniger von dem Alt, wenn es dir nichts ausmacht. Ich dachte einen Moment lang nach. Lädst du mich auf ein D ein? Ja, tue ich, er nahm seine Hände hinter den Rücken und sah mich von unten heraus an. Würdest du gern mit mir ausgehen? Morgen Abend? Naja, wie konnte ich ablehnen? Mit einem unschuldigen Kuss auf die Wange hatte ich meine Tür geschlossen, mit Anweisungen für Adam, sich für unser Date nach der Arbeit am Dienstag schick zu machen. Am nächsten Abend nach der Arbeit kam Adam zu meinem Haus, mit zwei Bechern heißer Schokolade und zwei Zimtschnecken in der Hand. Frisch aus dem Ofen. So wurde es mir jedenfalls gesagt, er trank von seinem Becher und verbrachte die nächste Minute mit dem Versuch, trotz seines verbrannten Mundes zu reden. Wo gehst du heute Abend mit mir hin? Ein Foto, das in Mr. Clines Büro gehangen hatte, hatte mir ein Bild des jungen Adam gezeigt, der breit mit einer Zahnlücke lächelte und auf der Eislaufbahn der Stadt die Hand seines Vaters hielt. Ich erinnerte mich daran, wie Mr. Klein mir erzählt hatte, wie er mit seinem Sohn jeden Samstagmorgen dorthin gegangen war, wo sie ein paar glückliche Stunden auf dem Eis verbrachten, bevor sie sich eine heiße Schokolade teilten und nach Hause gingen. Egal, wie beschäftigt Mr. Klein gewesen war, er hatte nie einen Samstagmorgen mit seinem Sohn verpasst. Meine Haustür hatte die Gewohnheit, zu klemmen, wenn es wirklich kalt war, weshalb ich sie besonders hart zuschlug und damit einen Klumpen Schnee löste, der sich über der Veranda befunden hatte. Unglücklicherweise für Adam stand er direkt darunter und der Schnee landete mit einem lauten Platschen auf seinem Getränk. Naja, das ist eine Art, es abzukühlen, sagte ich lachend, als ich mich bei ihm einhackte und wir zu meinem Auto gingen, da ich angeboten hatte, zu fahren. Nach dem frischen Schnee in der vergangenen Nacht war ich dankbar um die Winterreifen mit Stollen auf meinem Auto, als ich vorsichtig den Berg hinunter in Richtung der Stadt fuhr. Ich griff hinter den Sitz und reichte Adam eine Tasche, aus der er ein paar Schlittschuhe herausholte. Tader! Ich dachte, wir könnten Schlittschuhlaufen gehen. Er sah mich mit einem breiten Grinsen im Gesicht an. Wirklich? Die Schneeflockeneislaufbahn ist immer noch da? Ich bin immer mit meinem Vater hingegangen. Ich nickte. Jeden Samstag. Ich weiß. Sag es nicht, du hast alles darüber gehört, fragte er. Ich täuschte ein ernstes Gesicht vor. Ja, und er hat mir gesagt, wie gut du warst, also erwarte ich ein paar gekonnte Tricks von dir, junger Mann. Adam stöhnte. Ich befürchte, meine Eislauffähigkeiten wurden sehr übertrieben dargestellt. Ich kann aufrecht stehen bleiben, und das ist so ziemlich alles. Ich lachte. Wir werden sehen. Die Schneeflockeneislaufbahn war nicht riesig, mehr als ungefähr zehn Menschen und sie wäre überfüllt, aber sie war groß genug, dass man zumindest eine angemessene Geschwindigkeit auf dem Eis aufnehmen konnte. Als Adam und ich unsere Schlittschuhe schnürten, erzählte er mir davon, wie er hingefallen war und sich die Schneidezähne ausgeschlagen hatte. Oh, deshalb hattest du auf diesem Foto eine solche Zahnlücke? Ich dachte, die Zahnfee hätte sich nur einen zweiten Flug gespart und zwei auf einmal mitgenommen. Er runzelte die Stirn. Foto? Ja, er hatte es an der Wand seinem Tisch gegenüber hängen, sagte ich und realisierte, dass es so viel gab, dass Adam nicht über seinen Vater wusste. Er sagte, dieses Foto bringe ihn immer zum Lächeln, da du auf deine Kriegsverletzungen so stolz warst, wie er sie genannt hat, ich stand auf und hielt Adam meine Hand hin. Komm schon, lass uns sehen, was du auf diesen Bad Boys so hinbekommst. Adam nahm meine Hand und wir gingen zur Eislaufbahn, wo ich den ersten und dann einen weiteren zögerlichen Schritt machte. Ich klammerte mich an den Rand und wartete darauf, dass er sich mir anschloss, und sobald er seine Beine gefunden hatte, liefen wir los. Wir drehten eine Runde nach der anderen. Okay, einmal fiel ich hin, aber einen süßen, gut aussehenden Mann zu haben, der mir aufhalf, löste in mir den Wunsch aus, erneut hinzufallen. Ernsthaft, ich hatte seit Ewigkeiten nicht mehr so viel Spaß gehabt, und es war schön, Adam so entspannt zu sehen, wie sein Gesicht durch die Kälte glühte und seine Augen funkelten. Er war ein wesentlich besserer Eisläufer als ich, und während er über das Eis glitt, konnte ich denselben glücklichen kleinen Jungen in ihm sehen, dessen Leben durch die Scheidung seiner Eltern zerrissen worden war. Mein Herz schmerzte für ihn. Alle Blicke waren auf ihn gerichtet, als er sich entspannte. Eine Gruppe Frauen, die noch schlechter waren als ich, standen völlig still, während sie ihm dabei zusahen, wie er an ihnen vorbeizischte, wobei sie ihre Haare richteten und ihn anlächelten, in der Hoffnung, dass er sie bemerken würde. Er raste auf mich zu und bedeckte mich mit pudrigem Eis, als er seine Kufen querstellte, um anzuhalten. Komm schon, lass es mich dir beibringen, er streckte beide Hände aus, aber ich zögerte, da ich die Sicherheit des Randes nicht verlassen wollte. Glaube an dich, Faith. Deine Einzeiler werden schlimmer, ich hielt mich an seinen Händen fest, und als er fachmännisch rückwärts glitt, zog er mich mit sich und zählte laut für mich, dass ich zuerst den einen, dann den anderen Schlittschuh bewegte. Als meine Selbstsicherheit wuchs, begann ich, mich zu entspannen, beinahe zu sehr, da ich mich mit der Spitze meiner Kufe im Eis verfing und nach vorn stolperte, wodurch ich Adam aus dem Gleichgewicht brachte und in einem sehr uneleganten Haufen auf ihm landete. Ich lachte atemlos, bevor ich mich auf die Knie hochdrückte und eine Hand ausstreckte, um ihm hochzuhelfen. Ich dachte, du würdest auf mich achten und mich nicht umwerfen, Adam stand auf und zog mich auf die Füße, wobei er mit seinem Schlittschuh meine blockierte, sodass ich nicht wegrutschte, aber als ich aufstand, ließ er nicht los und zog mich stattdessen an sich. Ich denke, dieser Sturz war nur ein Trick, um mir nah zu sein. Lass mich nicht weiter hinfallen, sagte ich, als er seine Lippen auf meine presste. Mit dem Sturz und dem gut gemeinten Kichern der anderen Eisläufer immer noch frisch in meiner Erinnerung, entschieden wir uns für eine Pause. Adam führte mich vom Eis und wir fanden einen Tisch vor dem Eiskaffee, das uns einen fantastischen Blick auf die anderen Eisläufer bot. Hier, nimm das hier in die Hände, das wird dich aufwärmen, erreichte mir eine Tasse Glühwein, dessen würziger Dampf mir das Wasser im Mund zusammenlaufen ließ, bevor ich ihn überhaupt gekostet hatte. Danke für diesen Abend, Faith. Ich hatte seit, naja, seit Jahren nicht mehr so viel Spaß. Seit du Christmas Mountain verlassen hast, fragte ich hoffnungsvoll. Es ist einfach, wenn ich mit dir hier bin, er küsste meine Nasenspitze, bevor er einen weiteren Schluck seines Weins trank. Das Leben ist einfach und gemütlich. Ich könnte mich daran gewöhnen. Mein Herz hüpfte. Du brauchst kein Geld und schicke Restaurants, um Spaß zu haben, Adam. Wenn du all den Glanz und Glamour wegnimmst, was hat Manhattan dann, was Christmas Mountain nicht hat, fragte ich, wobei ich mir der Tatsache bewusst war, dass ich versuchte, ihn davon zu überzeugen, nach nur ein paar Küssen und einem Date zu bleiben. Es sah mir gar nicht ähnlich, mich so sehr und schnell zu verlieben. Mein Geschäft ist in Manhattan, Faith. Und ich brauche das Geld aus dem Verkauf von Silver Bells, um. Um was, Adam? Nichts. Bist du bereit, wieder aufs Eis zu gehen? Er nickte in Richtung der Eislaufbahn. Noch nicht, ich legte meine Hand auf seinen Arm, da ich wollte, dass er sich mir öffnete. Wofür brauchst du das Geld? Wenn du in irgendwelchen Schwierigkeiten steckst. Nein, natürlich nicht, er schüttelte den Kopf und lächelte mich an. Aber lass uns das Date nicht verderben, indem wir über Geschäfte reden, er nahm meine Hand in seine und hob sie zu seinem Mund, wo er mir auf die Finger pustete, um sie aufzuwärmen. Auf gewisse Weise fühlte es sich noch intimer an als die Art, auf die er mich auf dem Eis festgehalten hatte. Adam, was auch immer es ist, du kannst es mir sagen. Er drehte sich zu mir um und schien in meinem Gesicht nach Antworten zu suchen. Okay, ich ziehe dir den Boden unter den Füßen weg, also ist das Mindeste, was du verdienst, die Wahrheit. Die ist? Mir wurde die Möglichkeit geboten, mich in die Partnerschaft in der PR-Firma einzukaufen. Dafür habe ich so hart gearbeitet und endlich zahlt es sich aus. Ich fühlte mich zerstört. Er musste Silverbells nicht verkaufen, er wollte es tun, was noch schlimmer war. Wenn es zum Beispiel wäre, um sein Geschäft zu retten, dann könnte ich das verstehen. Oder wenn das Geld aus dem Verkauf den Weltfriede kaufen oder Eisbären retten würde, hätte ich es verstehen können. Aber das Geschäft seines Vaters zu verkaufen, den Traum seines Vaters, nur um den Job auszuweiten, den er bereits hatte und um mehr Geld zu verdienen? Ich meine, was brachte so viel Geld und Erfolg, wenn man niemanden hatte, mit dem man es teilen konnte und keine Zeit hatte, um es zu genießen? Deshalb wollte ich es dir nicht jetzt sagen, sagte er, nachdem die Stille zwischen uns unangenehm geworden war. Dann neigte er mein Gesicht zu sich, mit seiner Hand auf meinem Kinn, seine Augen voller Sorge. Als ich die Entscheidung getroffen habe, Silverbells zu verkaufen, war das eine leichte Entscheidung. Ich hatte mich davon distanziert, was dieser Ort repräsentiert und konnte die Dinge aufgliedern. Aber jetzt ist es schwieriger. Ich hatte nicht geplant, meine Zeit hier zu genießen. Ich habe eindeutig nicht geplant, dich kennenzulernen. Ich biss mir auf die Unterlippe. Es tut mir leid, dass ich die Dinge für dich komplizierter mache. Sag das nicht, er stellte seine Tasse ab und drehte seinen ganzen Körper zu mir, sodass wir einander zugewandt waren. Ich bin so glücklich, dich kennengelernt zu haben. Du hast mir beigebracht, ein wenig loszulassen, die Dinge durch die Augen eines Kindes zu sehen, über Dinge zu staunen, und du hast mir beigebracht, an Magie zu glauben. Ich hob den Blick. Wirklich? Du hast recht, Faith. Dieser Ort ist magisch. Ich wollte wütend auf ihn sein, dass er in New York leben wollte, aber das konnte ich nicht. Es war unmöglich, wütend auf ihn zu sein, obwohl ich den Mann verlieren würde, in den ich mich verliebt hatte. Ich würde ihn fürchterlich vermissen, wenn er ging. Ich bin froh, dass du es endlich verstehst, flüsterte ich. Lass uns meine letzte Woche hier genießen, er legte seine Stirn auf meine. Ich muss dieses Geschäft abschließen, wenn der Käufer kommt. Wenn dieses Geschäft nicht bis zum 24. Dezember unterzeichnet wird, dann werde ich die Chance verlieren und der Zweitplatzierte wird stattdessen auf der gestrichelten Linie unterzeichnen. Ich wusste nicht, was ich noch sagen sollte. Jetzt, wo Adam seine Gründe erklärt hatte, konnte ich verstehen, dass er wirklich keine andere Option als den Verkauf hatte, was bedeutete, dass dieses Weihnachten mein letztes bei Silver Bells sein würde. Nur ein Wunder konnte es jetzt noch retten. Kapitel 14 Am nächsten Tag zur Mittagszeit ging ich den Bürgersteig in der Hauptstraße entlang, die mit den idyllischen Läden, hoch und schmal, gesäumt war, die sich in den Becksteingebäuden mit offenen Schaufenstern befanden, und hielt in der Jingle Bells Bäckerei an, um mich während meiner Mittagspause mit Morgan und Ruby auf eine Tasse Kaffee zu treffen, aka, Zeit unter Frauen. Ich brauchte wirklich eine Pause von den Gedanken an Adam, die Arbeit und daran, dass ich MS, King vermisste. Außerdem war ich traurig darüber, zu Weihnachten nicht bei meinen Eltern zu sein. Ich betrat die Bäckerei und sah mich nach meinen Freunden um, aber es sah nicht so aus, als wären sie bereits da. Das Geschäft war voll, aber ich entdeckte den letzten freien Tisch, weshalb ich hineilte und ihn mir schnappte. Es machte Sinn, dass der Tourismus mehr wurde. Es war nur noch ungefähr eine Woche bis Weihnachten, also nutzen die Käufer immer die festliche Stimmung unserer Stadt und unsere wundervollen Lädchen, um einzigartige Geschenke für ihre Liebsten zu kaufen. So wie es aussah, nutzten sie ebenfalls die köstlichen Backwaren der Jingle Bells Bäckerei, eine Freude, der ich mich mit Vergnügen anschloss. Lecker! Warum sind so viele Leute hier? fragte Morgan, die sich mir gegenüber auf einen Stuhl sinken ließ, direkt nachdem ich mich gesetzt hatte. Sie ließ ihre Einkaufsdaschen unter den Tisch fallen und sah sich in dem gefüllten Kaffee um. Sieht aus, als hätte ganz Montana samt Mutter die Läden leer gekauft. Ich neigte meinen Kopf. Ich wusste nicht, dass Staatenmütter haben. Fun Fact, sagte Morgan lachend. Hoffentlich macht sie ihre Tochter nicht verrückt, wie es meine Mutter tut, sie hob ihre Handflächen, als ich den Mund öffnete. Ich kann nicht einmal darüber reden. Meidest du deine Mutter mithilfe eines Einkaufsexzesses? Ich deutete auf die zahlreichen Taschen, die sie immer noch unter den Tisch zu stopfen versuchte. Dafür gibt es nicht genug Einkäufe auf der Welt, sie griff nach der Speisekarte und begann, sie durchzugehen. Danke, dass du das hier eingerichtet hast. Ich brauchte wirklich ein wenig Zeit unter uns. Ja, das Gefühl kenne ich, erwiderte ich, froh darüber, dass ich mich mit meinen besten Freundinnen entspannen und eine Weile lang meine Probleme vergessen konnte. Ich rieb über das beschlagene Fenster und spähte hinaus, da ich auf Ruby wartete. Es war Mittagszeit und der Tag war grau, dank der schweren, dunklen Wolken, die über der Stadt hingen. Aber es verpasste der Stadt ein wunderbar heimeliges Gefühl. Ich blickte zu den Läden in der Innenstadt, die mit Lichterketten jeder Farbe geschmückt waren, die von einer Seite zur anderen reichten. Die Bäume am Bürgersteig funkelten, sodass es aussah, als würden sie von tausenden Glühwürmchen umschwärmt, und jedes Ladenfenster zeigte etwas anderes. Spiel es noch einmal, Sam, der Spielzeugladen, hatte einen Holzzug in seinem Schaufenster ausgestellt, der um einen Weihnachtsbaum herumfuhr. Morgens CM Friseursalon zeigte Schaufensterpuppen mit fantastischen Haarschnitten auf einer Party. Plötzlich erschien auf der anderen Seite des Glases ein Gesicht und ich fuhr zusammen, bevor ich mir eine Hand auf die Brust legte und lächelte, als mir Ruby die Zunge herausstreckte, bevor sie die Tür öffnete und hereinkam. So ein Scherzkeks. Heute ist echt der Teufel los, Ruby zog sich ihre Mütze aus, woraufhin ihr blondes Haar um ihre Schultern fiel, als sie sich neben mich setzte. Sie umarmte mich seitlich und die kalte Luft, die an ihrem Mantel klebte, milderte die Wärme im Kaffee. Sie nickte in Richtung der mittlerweile leeren Tabletts in der Auslage an der Theke, die normalerweise voller Kuchen und anderer Backwaren waren. Bitte sagt mir, dass noch Zimtschnecken übrig sind, die ich nur nicht sehen kann. Vertrau mir, ich habe nichts riskiert. Ich tippte mir auf einen Nasenflügel und zwinkerte. Als ich dies sagte, kam Tabitha, die Teenagerin, die hier arbeitete, zu unserem Tisch und stellte lächelnd ein Tablett ab. Drei Zimtschnecken und drei Milchkaffees, nach deiner Telefonbestellung, Faith. Danke, Tabitha, sagte ich. Wir hätten nie an dir zweifeln sollen. Morgan legte ihre Speisekarte weg und klatschte in die Hände. Die sehen köstlich aus. Okay, also. Adam Klein, Robi kam wie üblich direkt zum Punkt. Was geht zwischen euch beiden vor sich? Wir wissen von dem Kuss unter dem Mistelzweig. Gibt es seither irgendetwas Neues? Ich habe dir zwei Nachrichten hinterlassen, seit ich dich im Gasthaus gesehen habe, und es kam nicht ein Rückanruf. Was ist los? Ich war beschäftigt, ich seufzte, wobei ich ein wenig wie der kleine Zug im Spielzeugladen klang. Okay, vielleicht hatte ich es gemieden, mit Robi über mein Liebesleben zu sprechen. Aber all das wollte ich im Moment einfach nur vergessen und eine Pause machen. Wie läuft der Einkauf, Morgan? Hast du etwas Gutes gekauft? Nein, nein, Robi wackelte mit dem Finger, bevor sie eine Zimtschnecke in die Hand nahm. Versuch nicht, dich aus dem Gespräch über Adam herauszureden. Ihr zwei habt am Freitag im Gasthaus zur Zuckerfee ziemlich intim ausgesehen. Morgens moosgrüne Augen wurden groß. Ey, was? Adam und ich haben uns nur über die Arbeit unterhalten. Ich habe so sehr versucht, Silverbells für Mr. Klein zu retten, aber Adam plant immer noch, das Geschäft zu verkaufen. Das unausstehliche Verhalten meines Bruders hat nicht alle Käufer vertrieben, fragte Morgan, wobei sie nach einem Milchkaffee griff. Ist das meiner? Connor war sehr freundlich, dass er versucht hat, mir zu helfen, aber nein, erwiderte ich und nickte in Richtung ihres Milchkaffees. Ich riss ein Stück meiner Zimtschnecke ab und schob es mir in den Mund, woraufhin die Süße auf meine Geschmacksknospen traf. Oh, lecker! Ehrlich gesagt fühle ich mich ein wenig schuldig, dass ich versucht habe, den Verkauf zu sabotieren. Warum? fragte Morgan. Klang für mich nach einem guten Plan. Es war für einen guten Zweck, gab ich zu, erinnerte mich dann aber an meine Unterhaltung mit Adam. Ich seufzte, im Wissen, dass mich die beiden über nichts anderes mehr reden lassen würden. Ihr wisst, wie hart ich daran gearbeitet habe, Silverbells zu retten. Aber jetzt? Ich bin mir einfach nicht sicher, ob es Adam gegenüber fair ist. Den Verkauf zu stoppen würde seine Pläne durcheinander bringen. Und was sind seine Pläne? fragte Ruby, die mit den Augenbrauen wackelte. Oh, bitte, sagte ich mit roten Wangen. Ich hatte ihnen von meinem spontanen Kuss unter dem Mistelzweig erzählt, aber nicht mehr. Überwiegend, da sich meine Gefühle wie ein Wirbelsturm aufgebaut hatten. Adam hat die einmalige Gelegenheit, sich als Partner in der New Yorker Firma einzukaufen, in der er arbeitet. Es ist eine unglaubliche Chance für ihn. Er braucht eine große Finanzspritze, um das tun zu können. Indem er Silverbells verkauft, sagte Morgan mit gerümpfter Nase. Genau, sagte ich, woraufhin sich mein Bauch verkrampfte. Morgan warf Ruby und mir einen langen Blick zu. Es klingt nach einer fantastischen Gelegenheit für ihn, aber was ist mit Christmas Mountain? Ich klinge nur ungern egoistisch, aber ich habe letztes Wochenende die Tour zum Weihnachtsdorf gemacht, und sie ist ein Schatz. Ich kann mir nicht vorstellen, was wir ohne das machen würden. Hat er schon einen Käufer? Ich kann nicht glauben, dass der Plansabotage nicht funktioniert hat. Er ist irgendwie nach hinten losgegangen, was aber nicht an Connors Rolle lag. Die hat er ein wenig zu gut gespielt, wenn du mich fragst. Ich habe keine Ahnung, wie ich einen normalen Gesichtsausdruck beibehalten konnte. Sieh mal, ich nahm mein Handy und öffnete die Fotogalerie. Ein paar geheime Fotos, die ich gemacht habe. Ich scrollte durch die Galerie. Morgan und Ruby kicherten beim Anblick von Morgans Bruder, wie er auf einem Stuhl schlief, mit Harmony kuschelte und mit einer der potenziellen Käuferinnen Walzer tanzte, während diese versuchte, etwas auf ihrem Notizblock zu notieren. Er sah wie ein riesiger Depp aus. Nach einigem Gelächter über die Fotos wischte ich mir über die Augen und trank einen Schluck meines Kaffees, in dessen Milchschaum hübsche kleine Glocken zu sehen waren. Ich liebe es, wie sie den Schaum so dekorieren. Es ist immer eine solche Schande, ihn zu ruinieren. M.H.M.M., aber er schmeckt noch besser, als er aussieht, bemerkte Ruby, während sie braunen Zucker auf ihren streute. Dann löffelte sie alles herunter und schob es sich in den Mund, wobei sie die Augen schloss. Sie kaute auf dem Zucker und blickte von mir zu Morgan, als wir die Nase über sie rümpften. Was? Das ist mein Ding. Belast es dabei. Ruby war immer so gesundheitsbewusst, dass wir sie jedes Mal mit ihrer seltsamen Gewohnheit aufzogen, Milchscheim und Zucker zu essen. Ich lachte, bevor ich mich Morgan zuwandte. Also, wirklich, wie geht es deiner Mutter? Was mich daran erinnert, dass ich meine Mutter immer noch nicht zurückgerufen habe. Sie will, dass ich zu Weihnachten nach Florida komme. Keine Sorge, fügte ich hastig hinzu, als ich ihre entsetzten Gesichter sah. Ich gehe nicht. Ich habe ihr von dem Gedenken an M.S. King erzählt. Außerdem wird es mein letztes Weihnachten bei Silver Bells sein. Wir saßen einen Moment lang in Stille da, bevor Morgan ihren Blick hob. Ich hatte gestern eine weitere Runde mit meiner Mutter. Wir stöhnten, obwohl es bei Mrs. Reed nicht anders zu erwarten war. Worum ging es diesmal? Ich habe ihr gesagt, dass ich mit dem Gedanken spiele, mir die Haare kurz zu schneiden, sagte sie, wobei sie eine Strähne ihres dunklen Haars zwirbelte. Ich denke nicht mehr daran, sie abzuschneiden. Ich hatte nur einen wirklichen Bad Hair Day, wisst ihr? Aber sie ist förmlich explodiert und hat mir gesagt, dass ich nie Mr. Wright bekommen würde, wenn ich wie ein Junge aussehe. Morgan begann zu schielen. Ruby sah mich verwirrt an. Aber du bist bereits mit Mr. Wright zusammen. Dallas. Morgan nickte. Oder? Und das weiß sie, aber manchmal vergisst sie, dass sie ihn mag, glaube ich, und kehrt zu ihrer du-must-einen-Bank-je-Anwalt-wichtig-tour-heiraten-Mentalität zurück. Was soll ich sagen? Ich bin immer noch die Enttäuschung, sagte Morgan ohne einen Anflug von Verbitterung. Einmal hatte Morgan das von sich geglaubt, nachdem ihre Schwester durch einen schrecklichen Sturz ums Leben gekommen war. Aber als Morgan im vergangenen Jahr einen Unfall gehabt hatte, hatte sie, nach einigen weisen Worten von M.S. King, erkannt, dass ihre Mutter einfach Angst hatte, auch ihre andere Tochter zu verlieren. Es ist wesentlich lustiger, das schwarze Schaf zu sein, sagte sie mit einem schelmischen Gesichtsausdruck. Und wie ist der schneidige Dallas? fragte ich. Morgans Gesicht begann zu strahlen, als sie lächelte. Er ist wundervoll, wie immer. Weißt du, ich dachte, dass wir genug voneinander hätten, wenn wir die ganze Zeit zusammenarbeiten, aber so ist es nicht. Und zu denken, dass du von ihm wolltest, dass er den Mietvertrag aufgibt und mit seinem Geschäft woanders hingeht, zog Ruby sie auf. Wie auch immer, zurück zu dir, Faith. Adam wirkte in den zwei Minuten, die ich hatte, um ihn abzuschätzen, sehr nett. Und nach den Luschen, mit denen du seit deiner Rückkehr ausgegangen bist, ist es schön, dich mit jemand Anständigem zu sehen. Erinnerst du dich an den Kerl mit den falschen Zähnen? Wir lachten alle. Zahn. Nur ein Zahn, und er war nicht falsch, es war sein eigener, nur verändert. Ruby begann, ein wenig zu laut zu lachen, womit sie sich belustigte Blicke der anderen Kunden einfing. Aber erinnerst du dich daran, wie du uns gesagt hast, dass er dich am Ende des Abends versucht hat zu küssen, fragte Morgan, die wie Ruby in lautes Gelächter ausbrach. Ich bebte vor Lachen. Könnt ihr euch das vorstellen? Gott sei Dank trage ich wasserfesten Mascara, Morgan wischte sich mit dem Handrücken über die Augen. Also, du magst Adam wirklich, hm? Ich sah meine Freundinnen an und nickte. Das tue ich wirklich. Weshalb ich entschieden habe, nicht länger zu versuchen, seine Pläne zu ruinieren. Wenn er Silver Bells verkaufen muss, dann sei es eben so. Aber was ist mit deinem Job? Ich erzählte den Mädchen von dem Anruf, den Adam von Bernis von von hier aus geht es nur noch bergab bekommen hatte. Ich habe sie zurückgerufen und sie hat mir die Gelegenheit angeboten, es zu leiten. Ich meine, es ist nicht Silver Bells, aber es würde ein festes Einkommen bedeuten, und es ist eine nette Skistation. Vielleicht könnte ich einen Teil von Mr. Klein's Magie dort oben einbringen. Wir drei saßen einen Moment lang still da, wobei wir alle zur gleichen Zeit einen Schluck unseres Kaffees tranken. Wenn auch sonst nichts funktionierte, nahm ich an, dass wir als Synchron-Kaffeetrinker Geld verdienen konnten. Ruby stellte ihre Tasse ab. Weißt du, ich denke, du tust das Richtige, Faith. Wenn Adam verkaufen wird, dann wird er verkaufen, mit oder ohne deinen Segen. Wenn du weiter gegen ihn ankämpfst, dann wirst du aller Wahrscheinlichkeit nach das verlieren, was ihr beide habt. Sie sah Morgan an, die den Mund geöffnet hatte. Vielleicht muss sie Silver Bells verlieren, um Hochzeitsglocken zu finden? Oh, das ist süß, erwiderte Morgan an mich gewandt. Magst du ihn genug, um Silver Bells aufzugeben? Ich nickte langsam. Er muss das tun, was für ihn richtig ist. Morgan kniff die Augen zusammen. Das denkst du wirklich? Ich nahm einen tiefen Atemzug, den ich langsam durch meinen Mund wieder ausatmete, bevor ich antwortete. Ja, das tue ich. Morgan schnappte nach Luft. Du liebst ihn. Zwei erwartungsvolle Gesichter sahen mich an, darauf wartend, dass ich fortfuhr. Was mich vor ein weiteres Problem stellt, sagte ich und sah die beiden an, als ich ihnen, und mir, gegenüber meine Gefühle für Adam zugab. Wenn der Verkauf durchgeht, dann wird er keinen Grund mehr haben, in Christmas Mountain zu bleiben. Wenn sich der Gedanke daran, Silver Bells zu verlieren, wie ein Messer in meinem Herzen angefühlt hatte, dann fühlte sich der Gedanke daran, Adam zu verlieren, so an, als würde dieses Messer gedreht und bewegt. Ich konnte es nicht ertragen, beides zu verlieren. Aber es sah aus, als würde genau das passieren. Und zwar bald. Kapitel 15 Obwohl die großen Holztüren von Silver Bells so schwer waren, schlug sie mir eine Windböe mit einem Knall aus den Händen, als ich wieder zur Arbeit kam. Naja, wie Morgans Mutter immer sagte, eine Frau sollte immer einen großen Auftritt haben. Obwohl es in diesem Fall eher so war, als würde durch diesen Auftritt die Tür aus ihren Angeln gerissen. Harmony blickte von ihrem Computer auf und bemerkte den Schnee, den ich in meiner Eile, dem Wetter zu entkommen, mit hereingebracht hatte. Einen schönen Nachmittag, Faith. Bieten wir jetzt Indoor-Skifahren an, fragte sie, wobei sie mit einer Handvoll Küchenpapier herüberkam. Hier, gib es mir, ich mache es, ich ließ es auf den Boden fallen und benutzte meinen Fuß, um den rasant schmelzenden Schnee aufzuwischen, bevor ich alles zusammenknüllte und Harmony zurückgab. Sag nicht, dass ich dir nie etwas gebe. Wow, danke, Harmony nahm den nassen Klumpen und ging zu ihrem Tisch zurück, wo sie ihn in den Mülleimer warf, bevor sie sich wieder hinsetzte. Ich nahm die Post in die Hand und blätterte sie durch, wobei ich beiläufig nach Adam fragte. Oh ja, ich wollte es dir sagen, als du reinkamst, aber deine Nachahmung der Schneekönigin hat mich aus dem Konzept gebracht, sagte sie und klimperte mit den Wimpern, als das Telefon auf ihrem Tisch klingelte. Adam ist weg. Hallo. Silver Belt's Luxustouren, Harmony am Apparat, wie kann ich Ihnen helfen? Mein ganzer Körper wurde taub. Adam war weg. Was sollte das bedeuten? Hatte er das Geschäft verkauft, während ich in meiner Mittagspause gewesen war? Er war heute Morgen nicht da gewesen, aber ich hatte angenommen, dass wir uns am Nachmittag sehen würden. Was ging vor sich? Ich wartete, während Harmony das Telefonat beendete und mir allerhand Szenarien durch den Kopf gingen, von denen keines gut war. Sie hatte noch nicht einmal richtig aufgelegt, als ich fragte, was meinst du damit, dass Adam weg ist. Wohin ist er gegangen? Sie betrachtete mein Gesicht, welches angespannt sein musste, woraufhin sich auf ihrem ein wissendes Lächeln breitmachte. Er ist zurück in die Stadt, aber fürchtet euch nicht, holde meid, eurer Prinz wird morgen zurückkehren. Ich warf ihr einen Blick zu. Oh. Er hat es dir nicht gesagt? fragte sie und wartete, dass ich mit dem Kopf schüttelte, bevor sie fortfuhr. Männer. Sie teilen sich so exzellent mit. Nicht. Ist Dave wieder in Ungnade gefallen? fragte ich. Scheinbar ist es zu anstrengend, eine Nachricht zu schicken, um mich wissen zu lassen, dass ein Spiel im Fernsehen läuft und er nicht zu mir kommen wird, wie es gestern Abend geplant war. Sie verdrehte die Augen und tackerte ein paar Papiere zusammen. Ich habe von dem Jobangebot von Bernis gehört. Wirst du es annehmen? Ich hielt inne. Ich bin noch nicht bereit, Silverbells aufzugeben. Vielleicht wird der neue Käufer alles so belassen wollen, wie es ist, sagte ich, wobei das Wort Wellnessbad in Neon-Buchstaben in meinem Kopf aufleuchtete. Ich spüre, dass wir Snacks brauchen, Harmony öffnete eine Schublade und holte eine Packung Kekse heraus, von denen sie sich einen nahm, bevor sie sie mir reichte und sich wieder auf ihren Stuhl setzte. Ich lachte. Ich bin überrascht, dass du da drin kein Popcorn hast. Ihre Augen wurden groß. Moi? Ich hatte Harmony gern, aber sie liebte Klatsch, auch wenn sie nie boshaft war. Es gibt wirklich nichts zu erzählen. Ich glaube, Adam wird verkaufen, aber ich hoffe, dass der neue Käufer es so führen wird, wie es immer geführt wurde. Oh, Faith! Denkst du wirklich, dass das eine Möglichkeit ist? fragte Harmony, als die Tür geöffnet wurde und eine Frau hereinkam, als würde ihr der Laden gehören. Sie trug einen langen weißen Pelzmantel und High Heels, bei ihrem glatten, roten Haar war nicht eine Strähne am falschen Platz. Sie sah grausam aus. Ich streckte der Frau meine Hand entgegen. Willkommen bei Silver Bells Luxustouren. Ich suche nach dem Manager, sie schob ihren Mantel in meine ausgestreckte Hand und stampfte mit ihren sehr teuer aussehenden Schuhen auf den Boden des Eingangsbereiches anstatt auf den Teppich, woraufhin der Schnee zu einer kleinen Pfütze schmolz. Sie sah mich erwartungsvoll an, bevor sie mit den Fingern schnipste. Hallo? Ich blinzelte, schockiert über ihre Unhöflichkeit. Ich bin die Managerin von Silver Bells. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Sie trat einen Schritt zurück und betrachtete mich von oben bis unten. Wirklich? Sie sind Faith? Überhaupt nicht das, was ich erwartet habe. Ich fragte mich, wer sie war und was genau sie erwartet hatte, und warum sie überhaupt etwas erwartete, als sie mir eine Visitenkarte reichte, Tiffany Preston. Ich gab die Karte an Harmony weiter, die einen kurzen Blick darauf warf, bevor sie leise etwas murmelte. Krülla de Vil, Welpenmörderin und Milchversäuerin. Ich unterdrückte ein Kichern, was sich zu einem Husten verwandelte, woraufhin Tiffany sofort ihren Mund hinter ihrer Hand verbarg. Hinter ihr stand eine Frau in einem schicken Anzug, der absolut ungeeignet für das Wetter in Christmas Mountain war. Es tut mir leid, ich verstehe nicht, wie ich Ihnen helfen kann. Tiffany seufzte theatralisch. Wir sind für Kleene hier. Ihr Chef? Ah, es tut mir leid, aber Mr. Kleene ist im Moment nicht in der Stadt. Wenn Sie gern? Ja, ich weiß, dass er im Moment nicht in der Stadt ist, Tiffany hob ihre Hand und verhielt sich, als spräche sie mit einem Kind. Wir haben ihn vor mehreren Stunden in New York verlassen, bevor wir in einem Privatjet hierher geflogen sind. Die andere Frau trat nach vorn. Hallo, ich bin Cass. Wir arbeiten mit Adam zusammen und er hat uns darum gebeten, uns das Geschäft anzusehen, um festzustellen, wo Verbesserungen gemacht werden könnten. Sie lächelte freundlich, da sie eindeutig immer noch eine Seele zu besitzen schien, im Gegensatz zu Tiffany. Verbesserungen? Ich verstehe, Nick. Tiffany seufzte erneut. Mit ein wenig Glück würde sie hyperventilieren und wieder in die Stadt zurückkehren müssen. Sie wissen, dass Adam dieses Geschäft verkauft? fragte sie, als wollte sie mich auf den neuesten Stand bringen. Na ja, er will natürlich den bestmöglichen Preis bekommen, also sind wir hier, um zu sehen, wo das Geschäft scheitert und wie wir es verbessern können. Wir werden nicht lange brauchen. Ich kann es nicht erwarten, wieder in die Zivilisation zurückzukehren. Also, wenn sie uns zeigen könnten, wo sein Büro ist, uns eine Tour arrangieren könnten, und wir hätten gern vier Kaffees. Ich zeigte ihnen die Kaffeebar und dann Adams Büro. Wir sollten heute damit fertig werden, spätestens morgen, sagte Tiffany, während sie an ihrem Espresso nippte. Adam legt die Idee einigen seiner Unternehmerfreunde in Manhattan vor, die immer auf der Suche nach kleinen Projekten sind, derer sie sich annehmen und in die sie investieren können. Ich setzte ein Lächeln auf. Wie schade, dass sie nicht länger bleiben können. Tiffany warf sich ihr glänzend rotes Haar über die Schulter und setzte sich an Adams Tisch. Wir brauchen einen schnellen Verkauf, sodass Adam für den Plaza-Weihnachtsball wieder zurück ist. Wir gehen jedes Jahr zusammen hin, und ich ziehe es vor, seine uneingeschränkte Aufmerksamkeit zu haben. Als sie ihre uneingeschränkte Aufmerksamkeit auf die Papiere auf Adams Tisch richtete, hörte ich das Telefon in meinem Büro klingeln. Ich eilte durch den Flur und ließ mich mit hämmerndem Kopf auf meinen Stuhl sinken. Wir gehen jedes Jahr zusammen hin. Hallo, sagte ich, da ich meine übliche Begrüßung vergaß, so verwirrt war ich durch Tiffany's erscheinen. Faith? Hier ist Adam. Mein Bauch flatterte bei seiner Stimme. Hi, Adam. Es tut mir leid, ohne Vorwarnung verschwunden zu sein, aber ich habe mitten in der Nacht einen Anruf bekommen und wollte dich nicht wecken. Ich unterbrach ihn. Ist schon in Ordnung. Harmony hat es erklärt. Einen Moment lang war es still. Geht es dir gut? Ja, ey, nein. Hör mal, ein Teil meiner Teams wird heute vorbeikommen. Sie sollten dir nicht in die Quere kommen, sie sind nur da, um. Ja, Tiffany und Co. Natürlich nicht der Juwelier. Ich hatte bereits das Vergnügen. Erneut Stille. Ich wollte dich warnen, aber hier ging es einfach drunter und drüber. Wie läuft es? Alles gut, erwiderte ich, obwohl er mit dieser unausstehlichen Person auf den Plaza-Weihnachtsball ging, während er angeblich an mir interessiert war. Ich sollte zurückgehen und nachsehen, ob sie irgendetwas brauchen. Okay, sagte er. Ich hörte, wie Adam jemandem zurief, dass er gleich kommen würde. Noch eine Krise? Ich werde morgen zurück sein. Faith, ich vermisse dich. Meine Augen wurden feucht. Ich vermisse dich auch. Stille erfüllte mein Ohr und ich wünschte, ich hätte einen Knopf zum Zurückspulen, sodass ich diesen letzten Teil nochmal hören konnte. Ich lächelte. Mit Tiffany konnte es nicht so ernst sein, wenn er mir sagte, dass er mich vermisste. Ich kehrte in Adams Büro zurück, nachdem ich an Harmonies Rezeption angehalten hatte, um einen Plan für Operation Kein Wellnessbad zu entwickeln, sodass Adams Team berichten konnte, dass das Geschäft hier wieder an Fahrt aufnahm. Wie aufs Stichwort klingelte Adams Telefon und ich nahm ab, wobei ich es auf Lautsprecher stellte. Hallo, ertönte morgens Stimme in der Leitung. Ich habe eine Tour bei Silver Bells Luxustouren gebucht und freue mich so sehr darauf. Aber wir sind eben am Flughafen angekommen und es stehen keine Autos zur Verfügung. Ich weiß nicht, wie wir rechtzeitig zur Tour hinkommen sollen. Ich unterdrückte ein Grinsen. Mrs. Simmons? Ja, wir haben Sie erwartet. Das ist überhaupt kein Problem. Überlassen Sie das mir, ich werde Ihnen sofort einen Wagen schicken. Ich wählte Rubis Handy-Nummer und beließ es auf Lautsprecher. Christmas Mountain Auto Vermietung, wie kann ich Ihnen bei jedem Ihrer Probleme helfen? Hallo, hier ist Faith von Silver Bells, sagte ich und wollte die Augen wegen Rubis Übertreibung verdrehen. Es müsste sofort ein Auto zum Flughafen geschickt werden, um Gäste abzuholen. Einen Mr. und Mrs. Simmons? Das ist perfekt, danke. Während der nächsten Stunde ereignete sich eine Katastrophe nach der anderen, dank Morgan, Ruby, Morgans Bruder Connor und selbst Harmony selbst, die sich auf der Toilette versteckte, während sie den Anruf tätigte. Um all das kümmerte sich professionell und schnell meine Wenigkeit. Cass schüttelte den Kopf. Ich wusste nicht, wie geschäftig es hier ist, Faith. Ich bin beeindruckt. Sie sind eindeutig der Klebstoff, der diesen Ort zusammenhält. Ich lächelte sie dankbar an und war froh, dass sie einem möglichen Käufer weitergeben konnte, dass ich unentbehrlich war. Wenn ich weiterhin als Managerin von Silver Bells agieren konnte, dann konnte ich die Jobs der anderen gewährleisten und die Dinge hoffentlich mehr oder weniger so belassen, wie sie waren. Faith, sie scheinen hier die treibende Kraft zu sein, bemerkte Cass. Erzählen sie uns, wie wir die Dinge verbessern können. Tiffany warf ihr einen Blick zu. Ich glaube nicht, dass wir Veits Beitrag brauchen. Die Zahlen sind alle hier und die Touren später sind alles, was wir brauchen. Cass schüttelte den Kopf. Adam hat sehr deutlich gemacht, dass er Veits Beitrag will. Na ja, wenn Adam zurückkehrt, kann er um Veits Beitrag bitten. Aber währenddessen haben wir zwei Tage, um dieses Chaos in Ordnung zu bringen, bevor er zurückkommt. Adam wird morgen zurückkommen, sagte ich. Tiffany's Gesicht legte sich in Falten. Und wann genau hat er das ihnen mitgeteilt? Als er heute Nachmittag angerufen hat, erwiderte ich, genervt davon, dass sie es eindeutig auf mich abgesehen hatte. Ich verbrachte den Nachmittag damit, Tiffany und Cass Stellen zu zeigen, von denen ich dachte, dass sie verbessert werden konnten, um mehr Besucher anzulocken. Cass nickte, machte sich Notizen und stellte Fragen. Tiffany folgte in eisiger Stille. Am Ende des Tages waren alle Geschäft erledigt und Tiffany stolzierte an mir vorbei, wohingegen Cass sich bei mir bedankte und sich verabschiedete. Machen Sie sich keine Sorgen um Tiffany. Sie ist eifersüchtig auf Sie, wissen Sie. Ich war erstaunt. Auf mich? Warum? Cass lächelte. Weil Adam in den höchsten Tönen von ihnen spricht. Er und Tiffany waren vor ein paar Jahren mal zusammen. Ich hatte den Eindruck, dass sie das immer noch sind, sagte ich, wobei ich mich daran erinnerte, was Tiffany über den Plaza-Weihnachtsball erzählt hatte. Sie sagte, sie gingen jedes Jahr gemeinsam auf denselben Ball. Cass lachte. Ha, das hätte sie gern. Na ja, sie gehen beide jedes Jahr auf den Weihnachtsball, aber definitiv nicht gemeinsam. Ihre Beziehung war von kurzer Dauer. Tiff ist sehr anspruchsvoll. Ich sollte das eigentlich nicht sagen, aber Tiffany hat Adam im Visier, seit er sich von ihr getrennt hat. Jetzt, wo sie weiß, dass er an ihnen interessiert ist. An mir, fragte ich mit hämmerndem Herzen. Wir alle kennen Adam gut genug, um es in seiner Stimme zu hören, erwiderte Cass und lächelte mich an. Aber wenn Tiffany etwas oder jemanden ins Visier nimmt, dann bekommt sie es für gewöhnlich auch. Nichts steht ihr im Weg. Seien Sie nur vorbereitet. Es war mir eine Freude, sie hier zu haben, sagte ich, da ich das Gefühl hatte, dass Cass eine neue Freundin war. Wir haben all ihre Ideen hier, Faith. Sie haben starke Argumente. Ich werde dafür sorgen, dass ihre Ideen präsentiert werden, versprochen. Passen Sie auf sich auf. Wir schüttelten einander die Hand und ich blickte Cass nach, während ich über das nachdachte, was sie gesagt hatte und mir mehr als nur ein paar Sorgen machte. Tiffany war die Art Frau, die das bekam, was sie wollte, was auch immer es kostete. Ich konnte nicht umhin, mir Sorgen darum zu machen, dass ich kurz davor stand, Adam zu verlieren, bevor ich ihn überhaupt offiziell hatte. Kapitel 16 So sehr ich Weihnachten auch liebte, der Verlust von MS, King und Mr. Kleene brachte eine neue Art von Traurigkeit. Beide waren der Inbegriff der Weihnachtsstimmung gewesen, MS, King mit ihren Weihnachtskonzerten, und Mr. Kleene? Naja, Mr. Kleene war Weihnachten. Mit dem Wissen, wie sehr sie diese besondere Zeit des Jahres geliebt hatten, wollte ich mir einen besonderen Tag des Andenkens erlauben, Weshalb ich plante, Baumschmuck am Liebesbaum aufzuhängen. Der Liebesbaum befand sich neben den Weihnachtsfällen. Der viele Meter hohe Wasserfall, der den Weihnachtsfluss speiste, und einen Anhänger an die Douglas-Fichte zu hängen war schon seit langem eine Tradition in Christmas Mountain, weshalb ich es Adam nicht erklären musste, als ich ihn am Donnerstagnachmittag nach seiner Rückkehr darum bat, sich mir anzuschließen. Der Liebesbaum war dort, seit ich denken konnte und war ein großer Teil der Weihnachtsvorbereitungen der Stadt. Alle kamen her, um sich an Geliebte zu erinnern und einen Anhänger an die hunderten Äste zu hängen. In der Nähe stand eine Bank, die auch die Bank der Küsse genannt wurde, auf der man sitzen und sich unter dem Tosen der Weihnachtsfälle unterhalten konnte. Natürlich komme ich mit dir, sagte Adam, als ich es ihm nach seiner Rückkehr aus New York vorschlug. Aber ich würde verstehen, wenn du lieber allein hingehen möchtest. Ich will dich in deiner Trauer nicht stören. Ich schüttelte den Kopf und erinnerte mich daran, wie er es gemieden hatte, etwas mit dem Liebesbaum zu tun zu haben, als wir vor ein paar Wochen mit der Tourgruppe hingegangen waren. Aber diesmal schien er an der Idee interessiert und mit mir offen zu sein. Der Liebesbaum kann ein fröhlicher Ort sein, Adam, sagte ich, dankbar dafür, dass er zurück war. Ein Ort, an dem man sitzt, mit den Menschen spricht, die man geliebt hat und an dem man sich an vergangene Weihnachten erinnert. Ich befürchte, dass es für mich nicht viele vergangene Weihnachten gibt. Ich habe es in New York fast nie gefeiert. Wow, selbst Ebenezer Skroge hatte vergangene Weihnachten, erwiderte ich und stieß ihm leicht in die Rippen. Bar Humbug, gab er mit einem Grinsen zurück, bevor er seinen Arm um mich legte, während wir liefen. Es hatte in der Nacht geschneit und der Weg die Stufen hinauf zum Liebesbaum fühlte sich magisch an. Wolken waren im endlos blauen Himmel verteilt und sahen im Kontrast zu den vorherigen grauen Tagen so weiß und perfekt aus. Die Sonne schien grell und ließ den Schneeschillernd funkeln, wie eine natureigene Lichterkette. Adam legte seine Hand in meine, was es mir leicht machte, die Dinge zu vergessen, die mich bekümmerten. Wir erreichten die Bank der Küsse und ich wischte die dünne Schneeschicht mit meinem Handschuh weg, bevor ich mich hinsetzte und ein kleines Päckchen aus meiner Tasche holte. Ich zog mir die Handschuhe mit den Zähnen aus, bevor ich das rot-weiße Seidenpapier aufwickelte und Weihnachtsbaumschmuck herausnahm. Ich habe das hier für M.S. King ausgewählt, ich hielt es hoch und drehte es an dem goldenen Faden, der an einem goldenen Haken hing. Als ich es sah, habe ich an sie gedacht. Ein Chormädchen, er presste einen Kuss auf meine Schläfe und zog mich an sich. Ich bin mir sicher, dass M.S. King das lieben würde. Ich legte meinen Kopf auf seine Schulter und starrte das kleine Chormädchen an, das ein babyblaues Kleid trug, dessen Rock wunderschön geformt war, um den Faltenwurf des Stoffes zu imitieren. Ihr engelsgleiches Gesicht hatte lange Wimpern über den rosigen Wangen, der süße Mund war singend geöffnet. Dunkles Haar fiel ihr in Löckchen über die Schultern und sie hielt ein offenes Buch mit dem Liedtext von Stille Nacht auf den Seiten, der so winzig war, dass ich die Augen zusammenkneifen musste, um die Worte lesen zu können. Das Sonnenlicht fing sich in dem feinen Glitzer des Schmucks und erinnerte mich an das immer präsente Schimmern in den Augen meiner Mentoren. Ich lächelte. Aus meiner anderen Tasche holte ich eine weitere Schachtel, die ich Adam reichte. Ich habe etwas für dich, sagte ich. Für mich, fragte er gerührt. Er sah mich einen Moment lang an, bevor er das kleine Päckchen nahm, das in dasselbe Seidenpapier eingewickelt war. Was ist das? Ich lachte. Mach es auf und finde es heraus. Er wickelte das Seidenpapier auf und holte einen weiteren Weihnachtsbaumschmuck heraus, um ihn in seinen Händen zu drehen. Er war so damit beschäftigt, ihn sich anzusehen, dass er nicht einmal bemerkte, wie ich das Seidenpapier wegnahm und in meine Tasche steckte. Gefällt es dir? Fragte ich. Noch nie hat mir jemand ein solches Geschenk gemacht. Er sah mich mit erstauntem Gesichtsausdruck an, bevor er seine Aufmerksamkeit wieder auf den Baumschmuck richtete. Ein Porzellanbuch, das mit feinen Details bemalt war. Die Vorderseite zeigte ein Haus mit einem brennenden Feuer in einem der Fenster und einem Weihnachtskranz an der Haustür. Schnee bedeckte den Boden, das Dach und den Kamin, und vor dem Vollmond flog der Schlitten des Weihnachtsmanns, gezogen von neun winzigen Rentieren, durch die Nacht. Der Titel des Buches war, es war die Nacht vor Weihnachten. Mein Lieblingsgedicht, als ich ein Kind war, flüsterte er mit feuchten Augen. Ich dachte, du würdest es vielleicht gern an den Liebesbaum hängen, sagte ich, und mir schnürte sich die Kehle zu, als ich auf den Baum hinter uns deutete. Für deinen Vater. Er atmete langsam aus, bevor er sich mir zuwandte. Ich kann nicht glauben, dass du dich an das Gedicht erinnert hast, das ich jedes Jahr mit meinen Eltern gelesen habe. Ich nickte. Du hast es mir in deinem Büro erzählt. Ich liebe es, Faith. Danke, sagte er, wobei sich sein Mund zu einem traurigen Lächeln verzog, das seine Augen nicht erreichte. Aber ich glaube nicht, dass ich es an den Baum hängen sollte. Ich zog die Augenbrauen zusammen. Warum nicht? Er warf mir einen Seitenblick zu. Ich bin allergisch gegen Douglas-Fichten. Warte, was? Fragte ich, aber dann zuckten seine Mundwinkel. Nein, bist du nicht. Bin ich, er nickte und drückte meine Schulter. Ich bekomme einen hässlichen Hautausschlag und muss den ganzen Winter im Haus bleiben. Willst du das auf dem Gewissen haben? Ich zog eine Augenbraue hoch. Adam Kleene, du schwindelst mich an. Okay, ich bin nicht allergisch gegen Douglas-Fichten, gab er zu und lachte leise, bevor er wieder ernst wurde. Aber ich glaube nicht, dass mein Vater wollen würde, dass ich in seinem Andenken Baumschmuck aufhänge. Warum nicht? Fragte ich, wobei ich Adams Gesicht in die Hände nahm. Adam, dein Vater hat dich verehrt. Es ist kein Tag vergangen, an dem er nicht von dir gesprochen hat. Was auch immer du denkst, was er dir vielleicht nachgetragen hat, ich kann dir versprechen, dass er das nicht hat. Du weißt nichts davon, als ich in der fünften Klasse das letzte Plätzchen gegessen habe, sagte er, wobei seine Augen groß wurden, als hätte er eine Bank ausgeraubt. Er hat sich nach dem Aufhängen der Weihnachtsbelüchtung auf einen Keks gefreut, aber ich habe trotzdem alle auf dem Teller gegessen. Ernsthaft? Adam, er hätte sie dir sowieso gegeben. So etwas tun Eltern. Er hielt einen Moment lang inne. Einmal habe ich seine brandneuen Stiefel genommen, um meinen Schneemann für ein Foto schick zu machen. Ich habe vergessen, sie wieder hereinzuholen, und als er am nächsten Tag für die Arbeit aufgestanden ist, waren sie voller Schnee und von Waschbären zerfressen. Er musste seine alten Stiefel mit einem Loch darin tragen und bekam eine Erkältung. Er hat sich in diesem Jahr während des ganzen Weihnachtsessens die Nase geputzt. Oh, Adam, ich wollte den kleinen Jungen umarmen, der all diese Dinge in sich hineingefressen hatte, da er sich wegen normalen Kinderverhaltens schuldig fühlte. Das sind die Dinge, auf die Eltern lachend zurückblicken. Dein Vater war der nachsichtigste Mensch, den ich je getroffen habe. Er hat dich geliebt. Du solltest einige der Dinge hören, die ich als Kind angestellt habe. Sie würden dich umhauen. Aber meine Eltern lieben mich trotzdem, sagte ich, was mich erkennen ließ, welches Glück ich hatte und dass ich aufhören musste, die Scheidung zwischen meine Eltern und mich kommen zu lassen. Er legte seine Stirn auf meine. Ich weiß nicht, was ich ohne dich tun würde, Faith. Kein Wunder, dass der dich geliebt hat. Meine Brust wurde warm. Das Gefühl beruhte auf Gegenseitigkeit. Jetzt, sag mir, worum geht es hier wirklich? Ich habe ihn enttäuscht, sagte er und schloss die Augen. Ich wusste, wie sehr er mich liebte und wie er sein Geschäft Silver Bells Luxustouren gegründet hatte. Aber ich bin jedes Jahr in New York geblieben. Ich habe die Arbeit über alles andere gestellt und kann den Gedanken nicht ertragen, wie viel Schmerzen ich ihm verursacht habe. Oh, Adam, ich presste meine Lippen auf seine Wange, gerührt, dass er sich mir gegenüber geöffnet hatte. Ich nahm seine Hand und führte ihn zum Baum. Die von anderen Menschen aufgehängten Dekorationen funkelten im Sonnenlicht und kleine goldene Glöckchen klingelten im kühlen Wind. Du musst mit ihm reden. Zwischen seinen Augenbrauen bildete sich eine Falte. Wie? Er ist tot. Ich werde es dir zeigen. Ich hängte mein kleines Chormädchen an einen leeren Zweig und schloss die Augen. Danke, M.S. King. Dafür, dass sie mir das Singen beigebracht haben, dass sie während der Mittel- und Oberstufe für mich da waren und mich mit Mr. Klein bekannt gemacht haben. Obwohl ich sie vermisse, weiß ich, dass sie dort sind, wo sie sein sollen. Fröhliche Weihnachten Es tat weh, aber dann rieb eine starke Hand langsame, kleine Kreise auf meinem Rücken, um mich zu trösten. Die schmerzende Sehnsucht verschwand und wurde dank Adam durch eine Welle des Trostes ersetzt. Du bist dran, sagte ich und blinzelte die Tränen weg, als ich die Augen öffnete. Ich drückte seinen Arm. Ich gebe dir ein wenig Raum, um mit ihm zu reden, um ihm all die Dinge zu erzählen, von denen du dir wünschst, du hättest sie ihm gesagt, als er noch am Leben war. Er wird dich hören, versprochen, sagte ich, stellte mich auf die Zehenspitzen und küßte ihn sanft, bevor ich zur Bank zurückging und mich hinsetzte. Adam seufzte und sein Atem erwärmte die Luft vor ihm, woraufhin sich eine kleine Wolke bildete, die sich schnell wieder verflüchtigte. Er drehte den Anhänger mehrmals in seinen Händen, bevor er sich streckte und das Buch an einen höher gelegenen Ast hängte. Er steckte seine Hände in die Manteltaschen und trat kopfschüttelnd einen Schritt zurück. Dad, es tut mir leid, dass ich Christmas Mountain so lange ferngeblieben bin. Er sah zu mir und ich lächelte ermutigend, bevor ich den Blick abwandte, um ihm ein wenig Raum zu geben. Ich bin gegangen, weil New York aufregend klang, aber das ist keine Entschuldigung dafür, nicht zurückgekommen zu sein. Ein junges Pärchen im Teenageralter kam die Stufen herauf, sah uns im Vorbeigehen an und blieb dann am Geländer am anderen Ende stehen. Adam sah ihnen zu, wie sie die Weihnachtsfälle mit einem breiten Lächeln im Gesicht betrachteten, bevor er sich wieder dem Liebesbaum zuwandte. Immer wenn du mich in New York besucht hast, war ich bereits ein Teil des Lebens in Manhattan geworden, bin immer umhergehetzt. Wenn du ankamst, ganz ruhig und entspannt, schien das nicht zu mir zu passen. Du hast dich dazu entschieden, die U-Bahn zu nehmen oder zu Fuß zu gehen, anstatt in ein Taxi zu springen. Du hast immer gesagt es ist gut für die Seele, Sohn, und jetzt beginne ich endlich zu verstehen, was du meinst. Meine Augen brannten Manchmal wollte ich zurückkommen, aber dann kam mein Job und es gab immer mehr Arbeit zu erledigen, weißt du, seine Stimme zitterte und er senkte den Blick auf seine Schuhe. Ich bereue es, dich hier nicht besucht zu haben, nachdem ich weggezogen bin. Ich bereue es, nicht dieses von dir aufgebaute Geschäft gesehen zu haben, als du noch am Leben warst. Weihnachten war nie wieder dasselbe, nachdem wir weggezogen waren. Mom hat es auf ihre eigene Weise versucht, aber du warst derjenige, der es für mich magisch gemacht hat, genauso wie du Weihnachten für so viele Menschen besonders gemacht hast. Ich hoffe, dass du mir für den Verkauf des Geschäfts vergeben kannst. Ich sah auf und bemerkte eine einzelne Träne, die ihm über die Wange lief, bevor er sie wegwischte. Faith sagte, du würdest mir dafür vergeben, dass ich nicht zurückgekommen bin, als du noch gelebt hast, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich ihr glaube, fuhr er fort und wischte sich über die Nase. Das mag vielleicht verrückt klingen, aber wenn du mir, ich weiß nicht, ein Zeichen schicken könntest, etwas, um mich wissen zu lassen, dass ich deinen Segen habe und dass du mir vergibst, seine Stimme brach und er schüttelte den Kopf. Ich weiß, dass das unmöglich ist. Aber es tut mir leid. Ich liebe dich, Dad. Das habe ich immer getan und werde es auch immer tun. Er berührte den Anhänger ein letztes Mal, wobei er die Augen schloss, bevor er zur Bank zurückging und sich neben mich setzte. Du weißt, dass er dich gehört hat, oder? fragte ich. Er zuckte die Achseln. Das hoffe ich. Danke, dass du mich hierher gebracht hast, Faith. Ich legte meine Arme um ihn und umarmte ihn fest. Während wir ineinander verschlungen da saßen, nur mit dem Geräusch der Weihnachtsfälle, ertönte ein tiefes, kehliges Huhu in der Luft. Huhu. Mein Vater hat Eulen geliebt, sagte er, und seine Stimme war kaum ein Flüstern in meinem Ohr. Ich öffnete die Augen, blickte über seine Schulter und lehnte mich zurück. Sieh mal, Adam. Eine wunderschöne Schneeäule saß auf einem Pfosten in der Nähe und betrachtete uns mit ihren großen, bernsteinfarbenen Augen. Schwarze Punkte zogen sich über ihre weißen Federn. Als sie mit den Flügeln schlug, in Vorbereitung auf den Flug, bemerkte ich etwas und schnappte nach Luft. Oh, Adam, sagte ich, zeigte auf ihren Rücken und erinnerte mich an unsere Unterhaltung in seinem Büro, als ich für Weihnachten dekoriert hatte. Ich erinnerte mich auch an das, was er mir gezeigt hatte. Ich sehe es, Adams Augen füllten sich mit Tränen, als er nickte. Dort, genau in der Mitte des Rückens der Eule, war eine ungewöhnlich kahle Stelle, die mit Gold gefüllt war. Es sieht aus wie der Baumschmuck, den ich als Kind kaputt gemacht und wieder repariert habe. Die Eule sah uns ein letztes Mal an, bevor sie losflog. Ich legte meinen Kopf an Adams Schulter. Das war dein Zeichen, Adam. Dein Vater hat dir vergeben und du hast seinen Segen, Silver Bells zu verkaufen, sagte ich, dann zögerte ich. Und du hast auch meinen. Faith, er sah mich an und mein ganzer Körper wurde warm. Wir hatten uns auf einer tieferen Ebene verbunden, als ich es je für möglich gehalten hatte, und der Ausdruck in seinem Gesicht sagte mir, dass er es auch fühlte. Mit seinen Fingern unter meinem Kinn beugte er sich vor und küßte mich so zärtlich, dass ich wusste, dass ich nicht länger gegen ihn ankämpfen konnte. Er hatte mein ganzes Herz, und wenn er Silver Bells verkaufen musste, dann stand ich voll und ganz hinter ihm. Kapitel 17 Als ich gesagt habe, dass ich zu allem bereit sei, habe ich nicht das hier erwartet, Adam sah sich unter den Elfen um, die in der Hütte des Weihnachtsmanns beschäftigt waren. Es ist ausgeschlossen, dass ich dieses Kostüm anziehe. Das Elfenkostüm bestand aus einer grün-rot gestreiften Leggings, einer grünen Samtjacke, spitz zulaufenden Stiefeln und einem kecken kleinen Hut. Ich biss mir auf die Lippe, um nicht laut loszulachen. Ich muss auch eins anziehen. Komm schon, Adam. Sie sind heute so knapp an Leuten und die örtlichen Schulen kommen, um den Weihnachtsmann zu sehen. Du würdest sie so kurz vor Weihnachten nicht enttäuschen wollen, oder? fragte ich. Nein, und ich will auch dich nicht enttäuschen, sagte er und stahl hinter dem Rücken des leitenden Elfs einen Kuss. Du hast mir bereits deinen traurigen Blick gezeigt, als ich dir gesagt habe, dass die potenziellen Käufer dieses Wochenende noch einmal kommen. Es tut mir leid, erwiderte ich, im Wissen, dass ich ihn mehr unterstützen musste. Ich werde das ganze Wochenende arbeiten und tun, was auch immer nötig ist, um dir zu helfen. Ich weiß, wie wichtig dir der Verkauf ist. Danke, Faith, sagte er. Heute war der geschäftigste Tag des Jahres in der Hütte des Weihnachtsmanns, da es der Freitag vor Weihnachten und der letzte Schultag war. Leider fiel die Hälfte der Elfen durch eine Grippeerkrankung aus. Heute hieß es Allemann an Deck, und das beinhaltete auch Adam, der sich das beleidigende Kostüm vom Körper hielt. Ich nahm es ihm ab und hielt es ihm an die Brust. Du bist ungefähr genauso groß wie dein Vater, und er hat dieses Kostüm jedes Jahr getragen. Ach bitte? Er nahm mir die Kleidung aus der Hand. Du weißt, dass ich die Kinder nicht enttäuschen kann. Danke, sagte ich. Da so viele krank waren, war ich den ganzen Morgen hier gewesen, um beim Backen der Minze Pi's und dem Füttern der Rentiere zu helfen, die wir hier hatten, aber als zwei weitere ausgefallen waren, hatte ich kostümierte Verstärkung in Form von Adam und mir beischaffen müssen. Ein paar Minuten später trat Adam aus der Umkleide heraus. Einen Moment lang war ich sprachlos, wie sehr er in demselben Anzug, den Mr. Klein getragen hatte, sowohl zur jährlichen Parade als auch an Tagen wie diesen, wie eine jüngere Version von ihm aussah. Adam stemmte die Hände in die Hüften. Ich fühle mich lächerlich. Du siehst fantastisch aus. Der heißeste Elf, den ich je gesehen habe, sagte ich mit einem Zwinkern. Ist dieser Mistelzweig immer noch in deinem Büro? Bevor Adam antworten konnte, kam Cookie, die Bäckerin der Minze Pi's, herein, und ihre Nase war noch roter als die von Rudolf. Sag mir nicht, dass du auch krank bist, fragte ich mitfühlend und sah zu, wie sie nickte und sich die Nase putzte. Geh nach Hause und leg dich ins Bett. Wir kommen hier schon klar. Gute Besserung. Adam wandte sich mir zu. Also Minze Pi's? Ich nickte. Es gab einige Aufgaben, die im Weihnachtsdorf übersehen werden konnten, aber das Backen der Minze Pi's gehörte nicht dazu. Als wir durch den Schnee zur Cookies Küche stapften, zeigte ich auf die verschiedenen Teile des winzigen Dorfes, das Mr. Kleene im Wald gebaut hatte. Okay, also, das direkt vor uns ist Cookies Küche, daneben ist die Werkstatt, erklärte ich. Das Dorf bestand aus einer Reihe von Blockhütten, die alle unterschiedlich und voller Charakter waren. Cookies war im Stil eines Lebkuchenhauses gebaut, mit weißem Zuckerguss am Dachvorsprung und Pfählen aus Zuckerstangen, die den Zaun hielten. Die Werkstatt war der Ort, an dem Tinker Holzspielzeug fertigte und war so gebaut, dass sie wie ein altmodischer Zugwagon aussah. Auf der anderen Seite des Lebkuchenhauses stand Skrips-Postamt, das wie ein in braunes Papier eingeschlagenes Paket aussah. Und dort, in der Mitte, ist die Hütte des Weihnachtsmanns. Das Zuhause des Weihnachtsmanns war magisch und raubte mir jedes Mal den Atem, wenn ich herkam. Die Hütte war größer als die anderen und wirkte warm und einladend, mit flackerndem Kerzenlicht in den Fenstern und einem großen Weihnachtsbaum im Garten. Zwei Schaukelstühle, einer rot, einer grün, standen auf der vorderen Veranda und man hatte dauerhafte Rentierabdrücke auf dem Dach eingearbeitet, welches jeden Tag mit einem sanften, schimmernden Glitzer besprüht wurde, sodass es funkelte und glänzte, egal, aus welchem Winkel man es betrachtete und egal, wie viel es schneite. Die Kinder kamen aus nah und fern, um den Zauber selbst zu erleben, und jede Hütte funktionierte, was bedeutete, dass die Besucher ein- und ausgehen und sogar beim Backen der Minze Pi's oder Herstellen von Spielzeug helfen konnten. Mr. Klein hatte Jahre damit verbracht, es zu verbessern, und die Detailgenuhigkeit war faszinierend. Ich kann verstehen, warum du diesen Ort so sehr liebst, sagte Adam. Was meinst du, ich drehte mich um und sah ihn an, dann versuchte ich, einen neutralen Gesichtsausdruck zu bewahren. Aber Adam im Schnee stehen zu sehen, in einer grünen Samtjacke und gestreiften Leggings, war mehr, als ich ertragen konnte, weshalb ich in Gelächter ausbrach. Ich muss ein Selfie machen, komm her. Du meinst ein Elphi, scherzte er. Mein Handy klickte in dem Moment, in dem ich wegen seines schrecklichen Witzes das Gesicht verzog, was uns beide noch mehr lachen ließ. Okay, wir sind hier, verkündete ich. Beim Öffnen der Tür stieg mir der Geruch von Rauch in die Nase. Oh, das war nicht normal. Außerdem drang Rauch in Schwaden aus dem Ofen. Ich habe für Kochen nicht viel übrig, aber... Oh nein. Cookie hat Minze Peace im Ofen gelassen, ich riss die Fenster auf und begann, mit einem Handtuch in der Luft zu wedeln, während Adam besagte Minze Peace aus dem Ofen holte und in den Mülleimer warf. Ich grinste ihn an. Okay, Elph, es ist an der Zeit, dir die Hände schmutzig zu machen. Ich konnte mich nicht daran erinnern, je so viel Spaß gehabt zu haben, als Adam und ich bis zu den Ellbogen im Mehl steckten und Blech über Blech frischer Minze Peace backten. Für einen Anfänger war er in der Küche überraschend geschickt, was ich ihm auch sagte. Ich habe viele Talente, junge Dame, murmelte er und stahl einen weiteren Kuss, bevor die nächste Gruppe aufgeregter Kinder hereinkam. Ich blickte über mich. Da ist kein Mistelzweig. Und? Es klopfte an der Tür und Adam sprang auf, um zu öffnen, woraufhin er die nächsten Kinder hereinbad. Mit großen, unschuldigen Augen setzten sie sich hin, während Adam ihnen Geschichten erzählte, die er sich spontan ausdachte, etwas, wofür auch Mr. Klein bekannt gewesen war. Während ich heiße Schokolade in Tassen goss, sah ich ihm zu. Er hatte den Tag so weit außerhalb seiner Komfortzone begonnen, aber die Art, wie er die Rolle übernommen hatte, sorgte dafür, dass ich mich noch ein wenig mehr in ihn verliebte. Er fing über die Köpfe der Kinder meinen Blick ein und lächelte, was mir das Herz schmelzen ließ. Ich fühlte mich ein wenig traurig, da ich daran dachte, wie viel Mr. Klein und Adam verpasst hatten, da sie nicht gemeinsam so aufgetreten waren. Eines der Kinder bemerkte, wie Adam mich ansah. Ist das deine Schwester? fragte er, wobei er von Adam zu mir und wieder zurücksah. Adam lächelte erneut und beugte sich zu den Kindern. Nein, das ist nicht meine Schwester, das ist meine Freundin. Die Kinder kicherten alle und mein Bauch schlug aufgrund seiner Erklärung ein Rat. Als ich schließlich die Tür schloss, nachdem das letzte Kind gegangen war, stieß ich ein erleichtertes Seufzen aus. Es hatte viel Spaß gemacht, war aber sehr anstrengend gewesen, weshalb ich für einen Abend zu Hause mit einem Fertiggericht und einem Glas Wein mehr als bereit war. Adam legte seine Arme um meine Taille und drehte mich zu sich um. Also, was denkst du? fragte er leise. Ich zog die Augenbrauen hoch. Was denke ich worüber? Darüber, meine Freundin zu sein? fragte er. Sein Gesichtsausdruck wurde ernst und er richtete den Spitzenhut auf meinem Kopf. Ich weiß, dass es wie eine unmögliche Situation wirkt, Faith, aber ich habe mich in dich verliebt. Und dort, in Cookies Küche, sagte das Elfmädchen dem Elfjungen, dass es sich auch in ihn verliebt hatte. Dann teilten sie einen langen, innigen Kuss, und die Glückchen an den Spitzen ihrer Stiefel klingelten fröhlich, als sie sich auf die Zehenspitzen stellte, um ihre Lippen auf seine zu pressen. Kapitel 18 Später am Abend fuhr ich zur kleinen Hütte meiner Freundin Emma außerhalb der Kieferbaumhütte und klingelte, bereit dazu, Weihnachtsschmuck für die stille Auktion des Weihnachtsspektakels zu bemalen. Das gesammelte Geld würde zu Ehren von MS, King dem Gemeindezentrum gespendet werden, da es ein so großer Teil ihres Lebens gewesen war. Einen Moment später öffnete sich die Haustür und Emma stand lächelnd da, aber das Lächeln schien ihre Augen nicht zu erreichen. Ich habe heiße Schokolade, Marshmallows, Pizza und Wein, sagte Emma und beugte sich vor, um mich zu umarmen. Ich lachte und drückte sie. Du hast all meine liebsten Lebensmittelgruppen abgedeckt. Ihre Augen strahlten. Na dann, komm rein. Freude brach in meiner Brust aus. Das war einer der Gründe, aus denen ich im vergangenen Jahr nach Hause zurückgekehrt war. Wegen meiner Freunde aus dem Chor und der Nähe, die dadurch kam, jemanden seit Ewigkeiten zu kennen. Ich hatte Emma während des Jahres nicht allzu oft sehen können, aber die Verbindung zwischen uns konnte durch Zeitfern voneinander nicht getrennt worden. Wir machten immer genau dort weiter, wo wir aufgehört hatten. Emmas Wohnzimmer war gemütlich und perfekt. Sie hatte bereits ein Tablett und einen dampfenden Wasserkocher hingestellt, von dem der Duft von warmer Milch, Zimt, Vanille, Muskat und Schokolade ausging. Diesen Duft atmete ich ein. MS, Kings super geheimes Rezept. Sie lächelte. Ja. Mir fiel die Kinnlade herunter. Ausgeschlossen. Eingeschlossen. Sie hat es mir gegeben, bevor sie gestorben ist. Ich begann zu verlangen, dass sie mir das Geheimnis dieser heißen Schokolade verriet. Ich konnte jede Zutat auflisten, aber egal, wie ich sie kombinierte, es lieferte nie das richtige Ergebnis. Aber ich hatte nie nach dem Rezept gefragt. MS, The King hatte immer einen Grund für das gehabt, was sie tat und was sie nicht tat. Emma schenkte die heiße Schokolade für uns in zwei strahlend rote Tassen ein. Ich trank einen genüsslichen Schluck. Die köstliche, süße und leicht würzige Flüssigkeit traf auf meine Zunge. Ich stöhnte. Oh, das ist so gut. Sie lächelte. Ich weiß, oder? Ich stellte die Tasse ab und sah mich um. Der Weihnachtsbaum funkelte und glitzerte. Im niedlichen elektrischen Kamin strahlte ein Feuer. Ich wünschte, ich wäre so organisiert und ordentlich wie du, Emma. Ich habe noch nicht einmal einen Baum aufgestellt. Ich habe natürlich einen im Laden aufgestellt, aber nicht zu Hause. Bei der Erwähnung von zu Hause machte sich wieder der Schmerz in meiner Brust bemerkbar. Weihnachten sollte mit der Familie sein, aber meine hatte sich getrennt und auf die entgegengesetzten Seiten des Landes verteilt. Keine Geschenke unter dem Baum für mich. Keine glückliche Familie, die die Gesellschaft der anderen genoss. Und bald wäre Adam für immer weg. Mein Weihnachten wirkte mit jeder Sekunde trostloser. Ich trat zu dem kleinen Tisch, den Emma mit den kleinen Glaskugeln und der Farbe, dem Glitzer und dem Schmuck vorbereitet hatte. Die werden schön werden. Sie nickte. Das hoffe ich. Ich will, dass sie für die Auktion perfekt sind. Ich weiß, das wollten wir alle. Wir sieben würden am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages beim Weihnachtsspektakel singen, so wie wir es im vergangenen Jahr auf MS Kings Bitte hingetan hatten. Ich begutachtete die durchsichtigen Glaskugeln. Es ist schade, dass Adam nicht hier ist. Er kann fantastisch malen. Emmas Augenbrauen schossen in die Höhe. Adam? Du meinst Larry Kleins Sohn? Ich dachte, er wäre Börsenmakler oder so. Er arbeitet in einer PR-Firma in New York. Aber er malt auch. Oder das hat er zumindest getan, wie man den Fotos entnehmen kann, die Mr. Klein überall in seinem Büro hatte. Ich wünschte, in meinem Hals bildete sich ein Kloss. Ich wünschte mir viel zu viel und nichts davon konnte wahr werden. Egal. Emma schnappte nach Luft. Du magst Adam. Ist es so offensichtlich? Ich nahm einen zittrigen Atemzug und schnappte mir eine kleine Farbtube. Ich drückte das strahlende Blau auf den schmalen Papierstreifen und mixte es mit einem Pinsel. Dann seufzte ich. Er verlässt die Stadt. Also was bringen all diese Gefühle? Sie drückte etwas rote Farbe aus einer Tube, bevor sie diese und auch meine vorsichtig wieder zuschraubte. Vielleicht könntet ihr beiden eine Art Fernbeziehung führen? Um zu sehen, ob das, was ihr habt, einen Versuch wert ist? Für manche Paare funktioniert das. Wäre es einen Versuch wert? Seine Küsse lösten bei mir eine Gänsehaut aus, erweckten all meine Sinne. Sein Lächeln brachte mein Herz zum Schmelzen. Wir konnten gemeinsam wandern und angeln gehen und er verstand mich auf eine Art, wie es noch nie jemand zuvor getan hatte. Aber wir waren absolute Gegensätze. Ich schüttelte den Kopf. Selbst wenn wir eine Fernbeziehung versuchen würden, würde es letzten Endes doch nicht funktionieren. Er würde nie nach Christmas Mountain ziehen. Er ist ein Stadtmensch. Ich kann nicht nach New York ziehen. Ich bin ein Naturmensch. Wir sind zum Scheitern verurteilt. Das mit dem Naturmensch kann ich verstehen, Emma pinselte vorsichtig eine dünne Schicht des Blutrots auf die untere Hälfte ihrer Glaskugel. Ashley kann es ebenfalls verstehen, da sie den Outdoor-Freizeitbetrieb eröffnet hat. Aber komm schon, Faith. Gute Beziehungen sind schwer zu finden. Es muss irgendeine Lösung geben. Ich malte ein blaues Zickzackmuster und zuckte die Achseln. Ich habe bereits in einer Stadt gelebt. Der Lärm, die Menschenmengen, die Abgase, das bin nicht ich. Ich muss den frischen Duft der Bäume und saubere Luft einatmen. Ich liebe Christmas Mountain. Es ist mein Zuhause. Adam empfindet genauso für New York. Warte, sie nahm meine Kugel und ein Tuch, welches sie in Terpentin tauchte und damit vorsichtig einen Farbfleck wegwischte. Dann gab sie sie mir zurück. Siehst du? Es war nur eine kleine Korrektur nötig. Genau wie eine Lösung für Adam und dich nur eine kleine Korrektur nötig hat. Komm schon, Faith. Wenn du etwas willst, dann musst du es verfolgen. Das hast du mir auf der Higgs-Schul beigebracht, als ich mich von der Kontrolle meiner Mutter befreien und Chefköchin werden wollte, aber besorgt war, dass ich das nie schaffen würde. Das ist etwas anderes, ich tauchte den Pinsel in die Farbe und versuchte, auf der Unterseite der Kugel eine gleichmäßige blaue Farbschicht aufzutragen. Sie blutete aus und lief herunter. Es ist hoffnungslos, genau wie es diese Kugel zu sein scheint. Meine Güte. Emma tupfte erneut mit dem Tuch darüber, pustete auf die Kugel und sagte, weißt du was? Die hier ist nass durch das Terpentin. Versuch es mit einer neuen. Ich nahm eine andere Kugel, auf der sich die Farbe schön verteilen ließ. Ich drehte mich und sah, wie Emma vorsichtig silberne Sterne oberhalb ihrer Farbschicht anbrachte. Hm, gute Idee. Ich nahm mir einige Sterne und Klebstoff. Danke für deine Unterstützung, sagte ich, wobei ich meine Lippen seitlich verzog. Aber Adam verkauft Silverbels Luxustouren und niemand kann ihn aufhalten. Es ist eine beschlossene Sache. Er weiß, wie wichtig mir und dieser Stadt das Geschäft ist. Aber er will es nicht. Das ist alles, was zählt. Ich legte die Kugel hin und runzelte die Stirn, dann schüttelte ich meine Finger. Die Sterne klebten fest, direkt auf meinen Fingerspitzen. HMPF Wie war das passiert? Ich versuchte, sie an einem Tuch abzuwischen. Dann blieb das Tuch an meinen Fingern kleben. Was zum? Das ist ziemlich starker Klebstoff, Emma hielt ein Lachen zurück, bevor sie eine interessant riechende Flüssigkeit nahm und sie mir auf die Finger träufelte. Ich wischte und die Sterne fielen ab, woraufhin sie auf dem Tisch landeten. Du kannst ihn bezüglich des Geschäfts nicht umstimmen, fragte sie. Ich gab ihr eine kurze Zusammenfassung der voraussichtlichen Käufer, die gekommen waren und was dort passiert war. Das Beste ist, wenn wer auch immer das Geschäft übernimmt, es so belässt, wie es ist. Sie verzog das Gesicht. Ich kann es mir nicht als Wellnessbad vorstellen. Ich mir auch nicht, ich sog den Atem ein, bevor ich meinen Pinsel wieder in die Farbe tauchte. Ich wollte helfen, um Mr. Clines Geschäft zu retten, aber Adam wird es verkaufen, meine Sicht wurde verschwommen. Und ich habe die Tests machen lassen, um zu sehen, ob ich eine passende Knochenmarkspenderin für MS-Kind wäre, aber das war ich nicht. Nichts scheint zu funktionieren, aber ich wünschte, dass Adam und ich zusammenbleiben könnten. Das habe ich dich noch nie zuvor über einen Kerl sagen hören, sagte sie und lächelte, als sie den überschüssigen Glitzer von meiner Kugel strich. Weißt du, eines der besten Dinge an dir ist, wie sehr du dich um andere Menschen kümmerst. Sag mir, warum du diesen Kerl magst, ich würde es liebend gern wissen. Ich hob den Blick. Er ist nett, klug, lustig und er versteht mich. Manchmal küsst er mich, als würde er mir eine Rettungsleine zuwerfen, wenn ich kurz vor dem Ertrinken bin. Bei der Erinnerung an seine Küsse lief ein Schauder durch meinen Körper. Klingt nach etwas Besonderem zwischen euch beiden, das für die Dauer bestimmt ist. Ich weiß, gab ich zu, im Wunsch, er wäre nicht so perfekt für mich. Aber er lebt in New York, M. Und er verkauft das Geschäft. Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Er hat mich für morgen Abend zum Abendessen eingeladen. Ich habe Angst, dass es ein Abschiedsdate wird. Sie legte meine fertige Glaskugel vorsichtig auf ein Stück Plastik, damit sie trocknen konnte. Ich dachte, du hättest gesagt, er sei ein guter Küsser. Er ist ein fantastischer Küsser. Ich wünschte, ich wüsste, wie all das funktionieren könnte. Sie legte ihre fertige Kugel neben meine. Du könntest versuchen, ihn zu fragen. Könnte ich. Was würde M. S. King sagen, fragte Emma. Ich lächelte. Wenn du nichts wagst, wirst du immer an derselben Stelle feststecken. Sie drückte orangene Farbe auf das Papier. Na dann wagst du wohl besser etwas, Faith. Ich konnte weder denken noch reden. Ich weiß nicht wie. Machst du Witze? Du bist eine Führerin. Du bist eine Leiterin. Du hast das nicht ohne Grund begonnen. Du weißt, wie man Dinge wagt. Du weißt, dass es bei jeder Sache im Leben Risiken gibt. Und du weißt, wie man mit diesen Risiken umgeht. Warum hast du bei diesem Kerl solche Angst? Ich habe dich noch nie so gesehen. Ich weiß. Normalerweise bin ich. Furchtlos, beendete Emma den Satz. Aber nicht mit Adam. Was denkst du, warum das so ist? Ich nahm einen tiefen Atemzug. All die Dinge, die ich sagen wollte, saßen auf meiner Zunge fest. Ich musste ihr die Wahrheit sagen. Ich musste mir selbst die Wahrheit sagen. Ich glaube, er ist der Eine. Warum sagst du ihm das dann nicht? Du kennst den Grund, ich starrte meine schlecht bemalte Kugel an. Meine Mutter dachte, mein Vater sei der Eine. Sie hat es gewagt. Er dachte, sie sei die Eine. Er hat es gewagt. Sie haben sich verliebt und hatten eine Ehe, die nicht funktioniert hat. Was, wenn ich Adam für den Einen halte, wir am Ende aber völlig falsch füreinander sind? Du bist viel zu vorschnell. Vielleicht solltest du versuchen, mit ihm zusammen zu sein, Fernbeziehung hin oder her, um herauszufinden, ob er der Eine ist. Gutes Argument. Aber was, wenn er es ist und es trotzdem nicht mit uns funktioniert? Niemand will verletzt werden. Emma nahm meine Kugel und wischte einen Farbklecks von dem kleinen silbernen Haken auf der Oberseite. Sie pustete auf ihre Kugel, sodass die Farbe schneller trocknen würde. Aber was, wenn du nie fragst? Kannst du damit leben, ihn einfach gehen zu lassen und es überhaupt nicht zu versuchen? Das konnte ich nicht. Ich musste es versuchen. Ich musterte meine Glaskugel. Wenn ich eine Schulter zum Ausweinen und eine Freundin brauche, die bereit ist, die Pancakes zu kaufen, wirst du dann da sein? Du weißt, dass ich das sein werde. Dann wage ich es, ich nickte und beschloss, es ihn morgen wissen zu lassen. Wir mussten arbeiten, da die potenziellen Käufer am Wochenende kommen würden, also bekämen wir vor unserem Date vielleicht eine Chance, uns zu unterhalten. Ich würde es mit Adam wagen. Ich würde ihm sagen, dass ich mit ihm zusammen sein wollte, egal, wie das aussah. Ich würde ihm mein Herz ausschütten, ihm einen unglaublichen Kuss geben, vielleicht auch zwei oder drei, und dann hoffen, dass für uns alles funktionieren würde. Ich fuhr zusammen, abrupt aus einem Traum gerissen, indem ich alle Elfen aus der Stadt vertrieb. Ich war hinter ihnen hergerannt, aber sie waren schnell und immer außerhalb meiner Reichweite. Mit pochendem Kopf setzte ich mich im Bett auf, im Versuch herauszufinden, welche Tageszeit es war. Klopf, klopf, klopf. Faith, mach die Tür auf, ertönte eine bekannte Männerstimme. Moment, war das. Adam? Was tat er an meiner Wohnung? Ich hatte Harmony angerufen, um mir in meinem geschwächten Zustand Vorräte zu bringen, da mir die Elfen die Grippe verpasst hatten. Adam dürfte mich so nicht sehen. Nein, nein, nein. Außerdem sollte ich bei der Arbeit sein. Heute war ein großer Tag mit den potenziellen Käufern, die wegen einer zweiten Besichtigung von Silver Bells Luxustouren vorbeikamen. Mit diesem Gedanken fühlte sich meine Krankheit noch schlimmer an. Ich mache mir so langsam Sorgen, Faith. Bitte mach die Tür auf, rief Adam. Einen Moment, sagte ich, da ich das Gefühl hatte, als würde mir der Magen in den Hals kriechen. Ich kämpfte mich aus dem Bett und schaffte es zur Tür, indem ich mich auf dem Weg dorthin an Möbelstücken festklammerte. Ich öffnete die Tür ein paar Zentimeter und spähte hinaus. Zupp. Adams Augen wurden groß. Zupp. Was, bist du aus Brooklyn? Lass mich rein, Faith. Harmony hat angerufen und mir gesagt, dass du krank bist. Ich habe heiße Zitrone und Honig dabei. In Ordnung, meine erste Aufgabe, wenn ich in das Büro zurückkam, bestand darin, Harmony zu feuern. Ich betrachtete die Tüte, die er hochhielt und lächelte schwach. Danke, Adam. Lass es einfach hier stehen und ich hole es mir gleich. Lass mich rein, damit ich dir heiße Zitrone mit Honig machen kann, er lehnte eine Hand an den Türpfosten. Als ich erneut zum Protest ansetzte, sagte er, ich weiß, dass du niemanden hier hast, der sich um dich kümmern kann. Wenn du mich nicht reinlässt, dann zwingst du mich dazu, die Telefonnummer deiner Mutter aus den Angestelltenakten im Büro herauszusuchen und sie anzurufen. Ich bin mir sicher, dass sie begeistert wäre, in den nächsten Flieger zu steigen und... Ich öffnete die Tür weit. Okay, komm rein. Sieh mich nur nicht an. Ich habe das Gefühl, als könnte mein Kopf explodieren und das kann bei niemandem besonders eindrucksvoll aussehen. Danke, sagte er und führte mich zum Wohnzimmer. Jetzt leg dich hin und ruh dich aus, während ich dir heiße Zitrone mache. Dann kannst du schlafen. Ich legte mich auf die Couch, während Adam leise in der Küche vor sich hinsang, und lächelte, obwohl ich mich so krank fühlte. Ich dachte darüber nach, wie schön es wäre, wenn das unser Zuhause wäre, was mir sofort Tränen in die Augen steigen ließ, da ich wusste, dass er bald nach New York zurückkehren würde. Faith, auf deinem Handy leuchtet eine Nachricht auf, er brachte mir mein Handy und ich drückte auf Abspielen. Hallo, ich war auf der Suche nach einer Frau namens Veit. Sie war einmal meine Tochter, aber ihrer Stille nach zu urteilen nehme ich an, dass sie weggezogen ist, sich einem Kloster angeschlossen oder eine neue Mutter gefunden hat. Ruf mich an. Oh nein. Ich hatte meine Mutter immer noch nicht zurückgerufen. Aber das würde heute sowas von nicht passieren. Ich ließ mein Handy auf den Kaffeetisch fallen und legte mir den Handrücken auf die Stirn. Bitteschön, Adam setzte sich auf die Couch und reichte mir das Gebräu zum Trinken. Ich nahm einen Schluck und der süße Honig beruhigte meinen Hals, der sich wie Schmirgelpapier anfühlte. Er nahm mir sanft die Tasse aus der Hand und stellte sie auf den Tisch, wobei er eine Weihnachtskugel begutachtete, die dort lag. Die habe ich gestern Abend mit meiner Freundin Emma bemalt, erklärte ich, woraufhin ich mich plötzlich aufsetzte. Oh nein. Ich hoffe, ich habe Emma nicht angesteckt. Wer ist Emma? Ich erzählte ihnen von meinem Abend, den ich mit Emma mit dem Bemalen von Weihnachtsschmuck für das Weihnachtsspektakel verbracht hatte. Emma ist eine meiner ältesten Freundinnen, die auch in MS, King's Chore war. Ich hielt mein Handgelenk hoch, um ihm mein Freundschaftsarmband zu zeigen. Wir tragen alle so eins. Ich habe meins nie ausgezogen. Morgan hat auch eins, sagte ich, schwang meine Beine zur Seite und stand auf. Hey, was denkst du, wo du hingehst? So sicher ich mir auch bin, dass du das Vogelnest auf meinem Kopf, meine Rudolf-Nase und den Look des zu großen Pyjamas liebst, tue ich es nicht. Also werde ich duschen und, ich verstummte, als sich das Zimmer zu drehen begann. Ich merkte, wie ich fiel, bis mich zwei starke Arme fingen und zurück zur Couch führten. Die Hustenmedizin, die er mitgebracht hatte, trug dazu bei, dass ich mich benommen fühlte. Du hast mich gefangen, ich seufzte glücklich. Weißt du, wer wir sein könnten? Red Butler und Scarlett O'Hara, ich stieß ihm leicht mit dem Finger auf die Brust. Du bist mein Filmpartner. Er lachte. Na ja, im Moment bittet dieser Filmpartner dich darum, dich auszuruhen, er zog mir die Decke, die meine Großmutter gemacht hatte, unter das Kinn, bevor er meine Tasse nahm und wieder zurück in die Küche ging. Ich wette, Scarlett O'Hara hat nie das getan, was man ihr gesagt hat, murmelte ich leise. Wie läuft es bei Silverbells, fragte ich, stand auf und ging auf der Suche nach meinen Jeans in mein Zimmer. Ich zog sie an und entging um Haaresbreite einer Katastrophe, als sich ein Fuß im Hosenbein verfing. Das Herumhüpfen tat meinem armen Kopf alles andere als gut. Diese Elfen mussten sich für einiges verantworten. Denk nicht an die Arbeit, Faith. Wir müssen dich wieder gesund machen. M-M-H-M-M, sagte ich und schob meinen Arm in den Ärmel meines Shirts. Ich begann, mir die Haare zu kämmen, was eine schmerzhafte, an den Wurzeln ziehende Aufgabe war. Ich entschied mich stattdessen für einen unordentlichen Haarknoten. Nicht absichtlich unordentlich, aber es war ansehnlicher als der rückwärts durch eine Hecke gezogen Look, den ich aktuell trug. Adam kam aus der Küche und fand mich angezogen im Wohnzimmer vor. Ich dachte, ich hätte dir gesagt, du sollst dich ausruhen. Sieh mal, ich habe dir Suppe heiß gemacht. Ich schüttelte den Kopf und bereute es sofort, da mein Kopf zu hämmern begann. Ich muss zur Arbeit, sagte ich und bemerkte, dass das Wort als Gargalt herauskam. Adams Blick wurde sanfter, als er mich betrachtete. Er kam auf mich zu, stellte die dampfende Suppe auf den Kaffeetisch und blieb vor mir stehen, die Hände auf meinen Schultern. Faith, du hast dein Shirt falsch herum an. Ich blickte hinab und sah das Schild auf der Außenseite. Ups! Und du hast zwei unterschiedliche Schuhe an den Füßen. Ich blickte erneut nach unten und durch den Schwindel wurde mir übel. Zu meiner Verteidigung, ich habe mehrere Paar Stiefel, die sich sehr ähnlich sehen. Ja, aber du trägst einen schwarzen und einen braunen, er streichelte mir mit dem Handrücken über die Wange, was meinen Bauch warm werden ließ, diesmal auf positive Weise. Dann nahm er meine Hand und half mir, mich auf die Couch zu legen, bevor er die Schüssel Suppe holte. Er hielt mir den Löffel an den Mund und sah mir in die Augen. Du bist so süß, Faith. Ich habe noch nie jemanden wie dich getroffen. Du tust immer so viel für andere, du kümmerst dich um das Geschäft meines Vaters, um ein vermisstes Rentier und um Wohltätigkeitsarbeit. Lass nur einmal zu, dass sich jemand um dich kümmert. Dass ich mich um dich kümmere, flüsterte er. Adam Klein, ich bin eine erwachsene Frau, ich brauche niemanden, der sich um mich kümmert. Ich stehe für Frauenpower, meine kleine Rede verlor allerdings an Glaubwürdigkeit, da A, meine Nase völlig verstopft war und es klang, als hätte ich etwas über Pfauen gesagt, und B, ich, als ich Frauenpower gesagt hatte, meine Hand in einer Superheldengeste gehoben und Adam die Schüssel aus der Hand geschlagen hatte, wodurch ein Teil der Suppe auf dem Boden landete. Okay, vielleicht hast du recht. Ich legte mich wieder zurück auf die Couch und mein Kopf ruhte an seiner Schulter, während er mir sanft über das Haar strich. Als ich mich entspannte und meine Entschlossenheit zu arbeiten aufgab, merkte ich, wie Adam mich zudeckte. Meine Lieder flatterten. Liest du mir etwas vor? Ich habe kein Buch, Süße, sagte er und streichelte meine Wange, bevor er sein Handy herausholte und nach etwas suchte. Nach ein paar Sekunden begann er, es war die Nacht vor Weihnachten, und im ganzen Haus rührte sich niemand. Ein friedliches Gefühl überkam mich, wodurch ich mich sicher und geliebt fühlte, während ich in den Schlaf glitt. Kapitel 20 Faith, du bist zurück, Harmony sah besonders festlich aus, als ich am Sonntag nach einer schrecklichen 24-Stunden-Grippe zur Arbeit kam. Sie trug eine Krone aus Lametta und Rentierohrringe, zusammen mit einer blinkenden rote Nase. Wie geht es dir? Ich lächelte. Es geht mir viel besser, da du mir Adam geschickt hast. Ja, das tut mir leid, sagte sie, wobei sie allerdings überhaupt nicht so aussah, als täte es ihr leid. Ich habe Mr. und Mrs. Johnson Adams Büro gezeigt. Sie sind vor ungefähr einer halben Stunde gekommen. Ich sah auf meine Armbanduhr. Ich dachte, sie wären gestern gekommen. Adam hat mich darum gebeten, es zu verschieben, da du krank warst, erklärte sie, wobei sie mir ein wissendes Lächeln zuwarf. Das hat er? Oh, wow, mein Herz wurde warm. Ich konnte nicht glauben, dass er den Verkauf seines Geschäfts riskiert hatte, obwohl er solchen Zeitdruck hatte. Ich nahm die Post von Harmonis Tisch und machte mich auf den Weg zu Adams Büro. Ich konnte das tiefe Grummeln seines Lachens hören, bevor ich überhaupt um die Ecke gegangen war. Ich seufzte und dachte daran, wie sehr ich es liebte, das zu hören. Guten Morgen, alle miteinander, ich stieß die Tür auf und lächelte mein professionellstes Lächeln, aber Mrs. Johnson sprang auf und zog mich fest in ihre Arme. Ich freue mich so auf dieses Abenteuer, Faith. Sie haben keine Ahnung. Ich bin so froh, erwiderte ich im Wunsch, auf den neuesten Stand gebracht worden zu sein. Ich schüttelte Mr. Johnson die Hand und setzte mich, wobei ich Adam in die Augen sah. Wie geht es dir, Faith, fragte er. Besser, danke, ich lächelte ihn an, bevor ich meine Aufmerksamkeit auf die Johnsons richtete. Wir hoffen, es stört sie nicht, aber wir wollten uns noch einmal umsehen, bevor wir eine endgültige Entscheidung treffen, sagte Mr. Johnson, woraufhin ihm seine Frau neckend auf den Arm schlug. Wem machst du etwas vor, Walter, sie wandte sich mir zu und grinste. Wir haben unser Herz an diesen Ort gehängt. Er macht Weihnachten magisch und wir lieben es. Ich biss mir auf die Lippe, um nicht über ihre Begeisterung zu lächeln. Mrs. Johnson hatte eindeutig noch nie den Begriff Pokerface gehört. Aber ihr Enthusiasmus war ansteckend. Als ich sie durch die Lobby führte, kicherte Mrs. Johnson. Ich erinnere mich an diesen Kerl, der das letzte Mal hier war. Erinnerst du dich, Walter? Er war so lustig und skurril. Eine solche Kleinstadtatmosphäre. Adam zog die Augenbrauen hoch und ich realisierte, dass ich ihm nichts davon erzählt hatte, Conor dazu überredet zu haben, diese verrückte Rolle zu spielen, also lächelte ich nur und hielt ihnen die Tür auf, sodass sie hinausgehen konnten. Ich blieb zurück, um sie vorbeizulassen, und Adam hielt mir die Tür auf, als er dazu kam. Mrs. Johnson erzählte erneut und freute sich über den Schlitten, die Pferde, den Schnee und die Bäume. Diese Dame war über allemaßen glücklich, und als wir uns Silverbells ansahen, wurde meine Laune langsam besser. Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Wenn all das funktionierte, dann konnten wir alle das bekommen, was wir wollten. Adam konnte das Geschäft verkaufen und die Partnerschaft kaufen, nach der er sich sehnte, Mr. und Mrs. Johnson konnten das Geschäft ihrer Träume kaufen und ich konnte den Job behalten, den ich liebte und ihn genau so belassen, wie Mr. Klein ihn erschaffen hatte. Das einzige Aber, und es war ein großes Aber, bestand darin, dass ein Verkauf bedeuten würde, dass Adam wieder nach New York zurückkehrte. An diesen Teil wollte ich noch nicht denken. Mr. und Mrs. Johnson, würden Sie gern eine Schlittenfahrt machen? Die Pferde sind bereit und es wird erst wieder in 90 Minuten eine Tour erwartet, das brachte mir eine weitere große Umarmung und ein ohrenbetäubendes Kreischen von ihr und einen entschuldigenden Blick von ihm ein. Ich grinste, als ich das Pärchen in den Schlitten beförderte, die Zügel in die Hand nahm und auf Adam wartete, aber als dieser in den Schlitten einsteigen wollte, klingelte sein Handy. Tut mir leid, entschuldigen Sie mich bitte, sagte er und entfernte sich ein paar Meter. Er kehrte mit der Hand über dem Hörer zurück. Entschuldigung, aber es ist etwas dazwischen gekommen und ich muss diesen Anruf wirklich entgegennehmen. Dürf ich Sie in feizfähigen Händen zurücklassen und mich in ungefähr einer Stunde wieder mit Ihnen hier treffen? Natürlich, sagte ich und blickte einmal zurück, als wir uns in Richtung des Waldes aufmachten, aber Adam war bereits verschwunden. Mrs. Johnsons Begeisterung war ansteckend und selbst ich, die Silverbells liebte, sah alles mit neuen Augen, als sie auf Dinge zeigte, einen Elf, der sich hier versteckte, einen Blick auf die Hütte des Weihnachtsmanns dort und selbst ein Rentier, das im Schnee nach Moos wühlte. Adam wartete am Ende der Tour auf uns, als wir den Schlitten vor Silverbells zum Stehen brachten. Sie sehen aus, als hätten sie Spaß gehabt, bemerkte er und half den Johnsons hinaus, bevor er beide Hände nach mir ausstreckte, mich an der Taille festhielt und hinaushob. Erinnerungen an das erste Mal, als seine Hände während des Dekorierens seines Büros dort gewesen waren, durchfluteten mich und ließen mein Lächeln noch breiter werden. Wir hatten eine schöne Zeit, sagte ich. Als die Johnsons hineingingen, hielt Adam mich zurück. Ich muss dir etwas sagen. Ich wusste zuvor nichts davon, aber... Adam, Liebling, Tiffany's schrille Stimme brach durch die Luft, so scharf wie ein Riss im Eis. Diesmal trug sie einen schwarzen Pelzmantel und stolzierte von ihrem schicken Auto zu Adam, dem sie die Arme um den Hals warf und einen Kuss auf die Wange drückte. Ohne ihn loszulassen, sah sie mich an. Hallo Fiona. Faith, korrigierte ich mit zusammengezogenen Augenbrauen. Adam löste sich von ihr. Tiffany hat den Jet hierher genommen und Miles Wilson mitgebracht. Tiffany blickte über ihre Schulter zu dem Mann hinter ihr und verdrehte die Augen. Es tut mir leid, dass sie das sehen mussten, Miles. Das ist genau das, worüber wir eben geredet haben. Schlittenfahrten und Schneemänner, sehr langweilig und passi. Aber das ist ein erstklassiger Standort für ihr Wellnessbad. Ich drehte mich schockiert zu Adam um und flüsterte, aber Mr. und Mrs. Johnson. Miles trat nach vorn. Sind wir bereit, das zu tun? Tränen traten mir in die Augen, als mich ein Gefühl der Enttäuschung überkam. Außer Adam wären die Johnsons perfekt für Silver Bells. Und Adam hatte mir praktisch versprochen, dass die Johnsons das Vorkaufsrecht bekämen. Er zog mich an die Seite. Es tut mir leid, Faith. Miles ist hier, also muss ich mir anhören, was er zu sagen hat. Die Johnsons haben mir gesagt, dass sie nicht über die Preisforderung hinausgehen können, und Tiffany sagt mir, dass Miles das kann. Mir rutschte das Herz in die Hose. Dann kommt es nur auf den Gewinn an. Ich konnte verstehen, an jemanden verkaufen zu müssen, der Silver Bells möglicherweise abriss, aber sich dazu zu entscheiden war eine andere Geschichte. Ich warf Adam einen harten Blick zu, bevor ich die Tür aufriss und hineinhalte. Ich erwartete halb, dass Adam mir folgen würde, aber als ich mich umdrehte, unterhielt er sich mit Miles, und Tiffany war direkt an seiner Seite. Später an diesem Nachmittag massierte ich mir die Schläfen und sah Adam über meinen Tisch hinweg an. Obwohl nur ungefähr ein Meter Mahagoni zwischen uns lag, hatte die Entfernung noch nie größer gewirkt. Ich hatte keine Ahnung, dass Miles heute kommen würde, versprochen, Adam griff nach meiner Hand, welche ich wegzog. Zu Beginn des Tages war ich so glücklich wie seit langem nicht mehr gewesen, und jetzt hatte man mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Okay, aber was ich nicht verstehe, ist, warum du so gut wie zugestimmt hast, dass die Johnsons es kaufen und jetzt darüber nachdenkst, an Miles zu verkaufen. Faith, ich weiß, wie viel dir dieser Ort bedeutet, sagte er und sah aus dem Fenster. Kleine Schneeflocken fielen und wirbelten umher. Ehrlich gesagt liebe ich es hier auch. Aber Geschäft ist Geschäft. Ich habe nur ein paar Tage, um eine Entscheidung zu treffen. Danach ist der Partnerdeal vom Tisch. Aber die Johnsons sind interessiert, argumentierte ich. Ihr Angebot liegt unter der Preisforderung, Faith. Wenn ich ihr Angebot annehme, dann werde ich ein Darlehen aufnehmen müssen, um es überbrücken zu können. Auf der anderen Seite spricht Miles vom vollen Preis und hat sogar angedeutet, für einen schnellen Verkauf mehr als das zu bieten. Wenn das funktioniert, dann kann ich mich in die Partnerschaft einkaufen und habe immer noch Kapital zum Investieren übrig. Ich sträubte mich. Na, es scheint, als hättest du dich entschieden, sagte ich und blinzelte die Tränen zurück, die mir in die Augen stiegen. Adam stand auf und kam zu meiner Seite des Tisches, wo er einen Stuhl herauszog. Er setzte sich neben mich und nahm meine Hände in seine. Faith, das Letzte, was ich will, ist, dir wehzutun. Ich habe Miles und die Johnsons um Zeit gebeten, um über ihre Angebote nachzudenken. Ich sah ihn an. Warum hinaus zögern? Du verkaufst an Miles, oder? Wie du gesagt hast, es macht geschäftlich mehr Sinn. Es macht hier mehr Sinn, sagte er, wobei er sich an die Schläfe tippte. Dann nahm er meine Hand und legte sie auf seine Brust, sein Herz schlug stark unter meinen Fingern. Aber an die Johnsons zu verkaufen macht hier mehr Sinn. Ohne meine Hand zu bewegen, sah ich Adam in die Augen. Was willst du damit sagen? Adams Blick landete auf dem gerahmten Gedichtes war die Nacht vor Weihnachten und dann auf dem Mistelzweig über der Tür. Er lächelte, strich mir die Haare aus dem Gesicht und wischte mir eine Träne weg, die mir über die Wange gelaufen war. Ich lerne, mehr auf mein Herz zu hören. Es ist nichts in Stein gemeißelt und es gibt viel, worüber ich nachdenken muss. Ich bin froh, dass du darüber nachdenkst, sagte ich, in der Hoffnung, dass immer noch eine Chance bestand. Er ging zur Tür und ich folgte ihm, da ich dachte, das Meeting sei zu Ende. Aber anstatt die Tür zu öffnen, zeigte er nach oben. Mistelzweig Du weißt, was das bedeutet. Ich hörte auf mein Herz und fand, dass Tradition Tradition war. Also legte ich meine Arme um seinen Hals und küßte ihn mit allem, was ich in mir hatte. Kapitel 21 Nach dem Abendessen an diesem Tag gingen Adam und ich den Bürgersteig in der Hauptstraße entlang. Ich wusste nicht, was mich am glücklichsten machte, der Anblick und die Klänge des Weihnachtsmarktes und der Parade oder Adams Gesicht, das mit einem strahlenden Lächeln aufleuchtete, als wir einen Blick austauschten. Nicht alle in Christmas Mountain wussten, wer er war, da wir den Verkauf von Silver Bells nicht an die große Glocke gehängt hatten. Es machte keinen Sinn, die Einheimischen zu verärgern, bis wir ihnen konkrete Informationen geben konnten. Aber die Tatsache, dass die meisten Adam nicht kannten, bedeutete, dass jede vorbeigehende Frau versuchte, die Aufmerksamkeit dieses attraktiven Fremden zu gewinnen. Aber sein Lächeln war nur für mich bestimmt. Wir blieben sogar auf dem Bürgersteig stehen und ich ließ mich von ihm in eine Umarmung ziehen, bevor er seine Lippen auf meine presste. Morgens Salon wäre am nächsten Morgen das Zentrum von Klatsch und Tratsch, aber dieser Kuss war es sowas von wert. Ich habe Neuigkeiten, sagte Adam und lachte, als ich ihn erneut küsste. Gute Neuigkeiten, fragte ich hoffnungsfroh. Er nickte. Ich habe einen Anruf von Miles bekommen. Er hat entschieden, dass er Silver Bells kaufen will und ist auf dem Weg, um das Geschäft abzuschließen. Ich löste mich von ihm und trat zurück, während ich ihm in die Augen sah. Inwiefern sind das gute Neuigkeiten? Er zog mich wieder an sich. Weil es mir geholfen hat, meine endgültige Entscheidung zu treffen, Dummerchen. Ich werde Andy Johnsons verkaufen, sodass Silver Bells noch viele Jahre existieren wird. Ich schrie vor Freude, sprang ihm in die Arme und bedeckte sein Gesicht mit Küssen. Das sind die besten Weihnachts-Nähigkeiten überhaupt. Jetzt, wo alles auf der Welt gut ist, lass uns gehen, sagte ich, löste mich aus seinen Armen und zog ihn an der Hand mit. Die Hundeparade fängt gleich an. Komm und sieh dir an, wie die Weihnachtshundeparade in einer Kleinstadt aussieht. Ich hatte das Gefühl, als würde mein Herz platzen. Silver Bells war sicher und ich hatte, für den Moment jedenfalls, einen Mann, den ich liebte und der, laut seines Elfengeständnisses, dasselbe für mich empfand. Ich drückte seine Hand, als die Musik einsetzte und die ersten Noten von Deck the Horse durch die kalte, frische Luft flogen. Ein leichter Nebel hing in der Luft und kreierte winzige bunte Heiligenscheine um jedes Licht, das den Abend erleuchtete, eine passende Anerkennung für den Kinderchor, der mit engelsgleichen Stimmen zu singen begann und dessen Mitglieder teilweise gerade einmal zwei Jahre alt waren. Adam kaufte geröstete Maronen, und als ich in eine hineinbiss, erfüllte der süße Geschmack meinen Mund. Ich seufzte, da sich der Moment so perfekt anfühlte. Festzugswagen mit Hunden zogen an uns vorüber, jeder größer und besser als der letzte. Da war ein lebendiger Schneehund mit seinem Besitzer, der im Vorbeifahren Schneebälle in die Menge warf, gefolgt von einer Kürbiskutsche, die von Huskies gezogen wurde, während Cinderella auf einem Thron aus glitzerndem Gold saß. Dann kam die Heldenparade mit der Feuerwache von Christmas Mountain, die ihre Hunde dabei hatten, Dalmatiner und Rettungshunde, alle geschmückt mit Lametta, gefolgt von Polizisten mit ihren Hunden, einem deutschen Schäferhund, einem schwarzen Labrador und sogar einem Pudel, die man mit Glitzer eingesprüht hatte, Robys Hundesalon würde sie am nächsten Morgen waschen, als Elfen verkleidete Rettungssanitäter mit ihren Hunden und Militärveteranen, die Seite an Seite mit ihren das Schlusslicht bildeten. Der Umzug hatte eine kleine Pause und ich wandte mich Adam zu. Also, wie ist das im Vergleich zu Weihnachten am Big Apple? fragte ich, halb ernst und halb scherzend. Ich hatte die Macy's Thanksgiving Parade im Fernsehen gesehen, genau wie die Gala zum Beleuchten des Weihnachtsbaums am Rockefeller Center, und ich wusste, dass Christmas Mountain keine extravaganten Requisiten hatte, aber das glichen wir mit Originalität, Begeisterung, Liebe und Gemeinschaftsgefühl mehr als aus. Er zog mich leicht vor sich, legte seine Arme von hinten um meine Taille und flüsterte mir ins Ohr, Ich bin genau dort, wo ich sein muss. Ich auch, ich erschauderte, bevor ich mich an ihn lehnte, da ich keinen Platz zwischen uns wollte. Der Umzug ging weiter und der nächste Festzugswagen entlockte der Menge ein begeistertes Schnappen nach Luft. Aber der größte Applaus galt dem letzten Wagen, der aus dem Silver Belt Schlitten bestand, von Rentieren gezogen und von Rudi oder Houdini, wie wir ihn jetzt zum Spaß nannten, angeführt, während die Angestellten ihre Hunde auf dem Schoß hatten. Der wunderschön gefertigte Schlitten war auf Hochglanz poliert worden, seine glänzende Oberfläche spiegelte die winzigen weißen Lichterketten, die sorgfältig am Rand befestigt worden waren, und auf dem hinteren Teil stapelten sich wunderschön verpackte Geschenke. Bei jeder anderen Parade wären diese Verpackungen leer gewesen und hätten nur als Dekoration gedient, aber ich wusste, dass sie mit Spielzeug und Geschenken gefüllt waren, die örtliche Geschäfte und herzensgute Einwohner gespendet hatten, um den weniger wohlhabenden Familien ein anständiges Weihnachtsfest zu bescheren. Vor den Geschenken und mit den Zügeln in der Hand saß der Weihnachtsmann selbst da und ich spürte einen Moment der Traurigkeit, da Mr. Klein im vergangenen Jahr den Weihnachtsmann gespielt hatte. Ich sah zu Adam auf, der in glücklichen Gedanken verloren zu sein schien, seine Augen strahlten und ein kleines Lächeln umspielte seine Lippen. Das bringt so viele glückliche Erinnerungen zurück. Ich bin jedes Jahr mit meinen Eltern gekommen, um mir den Weihnachtsumzug anzusehen, natürlich nicht diesen, und habe auf den Schultern meines Vaters gesessen, damit ich alles sehen konnte. Wir haben Maronen und Hutducks gegessen und er hat mir immer Karamellpopcorn gekauft, das ich mit nach Hause nehmen konnte. Meine Mutter hat immer geschimpft, da sie nicht wollte, dass ich zu viel Zucker esse, er lachte. Der Umzug war für mich der richtige Beginn von Weihnachten. Ich drehte mich um und umarmte ihn, da ich es liebte, dass er mittlerweile Geschichten seiner Familie teilte und vielmehr lächelte. Danke, dass du dich für die Johnsons entschieden hast, Adam. Er neigte mein Gesicht nach oben, einen Finger unter meinem Kinn. Danke, dass du du bist, erwiderte er, bevor er seine weichen Lippen leicht auf meine presste. Ich schloss die Augen, im Wunsch, ich könnte diesen Moment einfrieren. Mr. Kleene? Könnten wir einen Moment mit Ihnen sprechen? Mr. Johnsons Stimme unterbrach unseren Kuss und mein Gesicht wurde warm. Es tut mir leid, sie zu stören, aber es ist wichtig. Sicher. Faith, würdest du uns einen Moment entschuldigen? Er drückte meine Hand und ging dorthin, wo Mrs. Johnson stand. Mit einem Auge auf der Blaskapelle, die das Ende des Umzuges ankündigte, versuchte ich zu sehen, was mit Adams und den Johnsons war, aber durch die Menge auf dem Bürgersteig konnte ich nur flüchtige Blicke auf sie werfen. Mir rutschte das Herz in die Hose, als ich sah, wie sich Mrs. Johnson über die Augen wischte, bevor sie sich abwandte. Adam kehrte an meine Seite zurück und nahm meine Hand. Schlechte Neuigkeiten. Was? Adam blickte zu mir herab und nahm einen tiefen Atemzug. Die Johnsons konnten nicht genug Geld aufbringen, um Silver Bells zu kaufen, aber seine Stimme wurde übertönt, als der Countdown begann und eine große Runde Applaus den ersten Noten des Liedes Silver Bells, Wich und Nachbarn und Freunde sich umarmten, während sie It's Christmas Time in the City sangen. Warte, wir brauchen etwas, Adam betrachtete den Blumenstand und verschwand in der Schlange, um einen Strauß zu holen, aber Blumen konnten mich nach diesen schlechten Neuigkeiten nicht aufmuntern. Ein paar Arme hielt mich von hinten fest, was mich zusammenfahren ließ. Ich drehte mich um und entdeckte Morgan und ihren Bruder Connor. Morgan umarmte mich, bevor sie mir einen Bissen ihres Hotducks anbot. Ich schüttelte den Kopf, da mir ein wenig übel war und ich den Rest dessen hören wollte, was Adam über die Johnsons zu sagen hatte. Connor stieß mir spielerisch in die Rippen. Und, hat es funktioniert? Ich zog die Augenbrauen zusammen. Hat was funktioniert? Klingelt da was, fragte Connor und begann, vor mir herum zu torkellen. Ich, wie ich den Faulenzer im Laden spiele? Ich hoffe, es hat die Käufer so abgeschreckt, wie du es wolltest. Das war zum Schreien. Wenn ich je wieder den Verrückten spielen muss, bin ich für dich da. Schwer zu glauben, dass du das spielen musstest, Bruderherz, Morgan verstummte, als sie über meine Schulter sah. Ich drehte mich um und sah Adam mit einem Strauß roter und weißer Nelken, die mit Zweigen der Edeltanne, Pinienzapfen und Stechpalme gemischt waren, dastehen. Er blickte von Connor zu mir. Du kennst diesen Kerl außerhalb des Ladens? Du hast versucht, die Käufer hinter meinem Rücken zu sabotieren? Faith? Meine Arme prickelten vor Panik. Ich kann es erklären, Adam. Er sah mich an und der Schmerz war in seinen Augen sichtbar. Du kennst diesen Kerl wirklich? Ich nickte und griff nach Adams Hand. Ja, er ist Morgens, Bruder. Aber bitte, lass es mich erklären. Adam schüttelte meine Hand ab und wandte sich zum Gehen, wobei er den Blumenstrauß in den grünen Mülleimer warf, an dem er vorbeiging. Ich war völlig sprachlos, als ich realisierte, dass ich es vermasselt und mich mein Betrug alles gekostet hatte. Kapitel 22 Ich hatte mich so lang auf die Silver Bells Weihnachtsfeier gefreut, aber jetzt war mir einfach nur übel, als ich hereinkam. Ich konnte den Ausdruck des Verrats in Adams Gesicht nicht abschütteln, als er herausgefunden hatte, dass ich versucht hatte, seine Käufer zu sabotieren. Connor hatte sich bei mir entschuldigt und war beschämt gewesen, als er realisierte, was er vor Adam gesagt hatte, aber es war nicht seine Schuld. Außerdem würde er mir vielleicht zeigen müssen, wie man als Faulenzer funktionierte, wenn ich gefeuert wurde. Nicht, dass ich es Adam verübeln könnte, wenn er mich entließ. Die Party war in vollem Gange, als ich ankam, aber zuerst musste ich Adam finden und reinen Tisch machen. Ich war mir sicher, dass er es verstehen würde, sobald ich ihm erklären konnte, warum ich getan hatte, was ich getan hatte. Wir waren einander in den vergangenen Wochen so nahe gekommen, also würde er es verstehen. Oder? Ich ging durch die Lobby auf Adams Büro zu, aber als ich näher kam, konnte ich hören, wie er telefonierte. Ich bin bald wieder in New York. Ich habe nur noch ein paar Dinge zu erledigen, er blickte auf, als ich an die offene Tür klopfte, bevor ich hineinging. Ich rufe dich zurück. Adam sah mich an und sein Blick wanderte einen kurzen Moment lang zu meinem Kleid, bevor er ihn wieder auf mein Gesicht richtete. Morgan hatte mir gesagt, dass ich in dem Kleid, auf gute Weise, wie eine Meerjungfrau aussah. Es war bodenlang und mit türkisblauen Peeletten besetzt, die bei Bewegung grün leuchteten. Mein Herzschlag wurde schneller und ich vergaß alles, was ich zu sagen geplant hatte. Er stand hinter seinem Tisch auf, trat vor und setzte sich auf die Kante. Er sah in seinem Abendanzug so gut aus, dass ich weinen wollte, aber anders als bei der kleinen Meerjungfrau war mein Make-up nicht wasserfest, und ich glaubte nicht, dass mir Panda-Augen helfen würden. Ich lächelte zögerlich, traf aber nur auf einen eisigen Blick. Was kann ich für dich tun, Faith, fragte er. Ich zuckte aufgrund seines kalten Tonfalls zusammen. Ich wollte es nur erklären und reinen Tisch machen. Ich habe gestern Abend alles gehört, was ich hören musste, er stand auf und ging zur Tür. Lass uns einfach diese Party hinter uns bringen, damit ich alles abwickeln und nach New York zurückkehren kann. Hinter uns bringen? Die Silver Bells Weihnachtsfeier war eines der Highlights der Saison in Christmas Mountain und ich hatte gewollt, dass Adam sie mit mir erlebte. Aber dieser Traum war zerstört worden, nachdem er Connors Aussage gehört hatte. Wolltest du noch etwas sagen oder tun? Hast du vielleicht ein Messer? Ich runzelte die Stirn, da ich ihn nicht verstand. Ein Messer? Er nickte. Ja, um mir damit in den Rücken zu fallen. Nein, ich werde einfach gehen, sagte ich mit verkrampftem Magen. Als ich den Flur entlang ging, hörte ich ihn erneut telefonieren. Hi, Tiff? Entschuldige, nein, es war nichts Wichtiges. Als ich wieder in die Lobby kam, stieß ich mit Ruby zusammen. Connor hat mir erzählt, was passiert ist, sagte sie und umarmte mich. Geht es dir gut? Nicht wirklich, ich nahm ein Glas Champagner von einem vorbeigehenden Kellner. Aber wenn das die letzte Party von Silver Bells sein wird, dann werde ich versuchen, sie zu genießen. Ich arbeitete mich durch die Menge, lächelte und lachte, aber trotz meiner Behauptung Ruby gegenüber fühlte es sich an, als würde mir ein Messer ins Herz gestoßen, wann immer mich jemand für die Party beglückwünschte oder ein Kompliment über Silver Bells machte. Ich beneidete sie um ihre unwissende Glückseligkeit dem Gegenüber, was bevorstand. Jake, ein gutaussehender Farmer, mit dem ich ein paar Mal ausgegangen war, kam zu mir. Einen Tanz gefällig, Mom? Warum nicht, ich lachte über seinen falschen Südstaaten-Akzent und wie er so tat, als würde er seinen nicht existenten Cowboy-Hut berühren, bevor ich mich von ihm auf die Tanzfläche führen ließ. Als wir zu tanzen begannen, wechselte die Musik zu einem langsameren Lied und Jake grinste, während er mir die Arme um die Taille legte. Im gleichen Moment bemerkte ich Adam, der sich mit verschränkten Armen an den Türrahmen lehnte. Ich war so darauf konzentriert, Adam zu beobachten, dass ich, als Jake mich zum Finale drehte, zu schnell zurückging und ihm auf den Fuß trat, wobei mein silberner Pfennigabsatz in seinen Stiefel einsank. Armor Jake Während er komisch herumhüpfte, er hatte schon immer einen Hang zur Übertreibung gehabt, entschuldigte ich mich übermäßig und sah zu Adam, der ein zufriedenes Grinsen im Gesicht hatte. Ich wandte mich wieder Jake zu. Geht es dir gut? Es tut mir so leid. Er richtete sich auf. Es geht mir gut, es ist nur ein Fuß, richtig? Ich habe einen zweiten. Er humpelte von der Tanzfläche und ich sah mich um, aber Adam war verschwunden. Ich ging zur Bar und bat um ein Glas Champagner. Adam Klein, kannst du nach vorn kommen? fragte Harmony, wobei sie auf das Mikrofon tippte. Oh, jetzt funktioniert es. Und Faith Sterling? Bitte kommt her. Nach einem großen Schluck Champagner ging ich nach vorn, wo Harmony stand. Meine Damen und Herren, nach üblicher Silver Bells Tradition warten die Schlitten vor der Tür, um sie auf eine magische, mondbeschienene Fahrt durch den Wald zu führen. Der erste Schlitten ist für unseren Chef Adam Klein und unsere Managerin Faith Sterling. Ich warf Harmony einen harten Blick zu, aber sie lächelte und winkte nur. Sie verstand sowas von nicht, was ich mit diesem Blick meinte. Bitte denken Sie an Ihre Mäntel, da es heute Abend KALT ist, fuhr Harmony fort. Heiße Schokolade und Glühwein werden bei ihrer Rückkehr serviert werden, um sie aufzuwärmen, gefolgt von weiterem Tanz. Viel Spaß! Zu meiner Überraschung legte Adam mir seine Hand auf den Rücken. Nach dir. Neben Adam unter einer roten Samtdecke im Schlitten zu sitzen wäre absolut romantisch gewesen, wenn es vor einem Tag gewesen wäre. Stattdessen fühlte ich mich gereizt und konnte nicht aufhören, mich zu fragen, worüber er und Tiffany am Telefon gesprochen hatten. Er war stumm, bis der Schlitten außer Hörweite der anderen war, die jubelten und pfiffen, als wir uns in Bewegung setzten. Hör mal, Adam. Ich kann nicht glauben, dass du mir das angetan hast, Faith. Wie konntest du mich so hintergehen? Adam. Ich war von Anfang an ehrlich mit dir, dass ich das Geschäft verkaufe, und du hast so getan, als wärst du bei allem dabei, um zu helfen, sagte er und seine Kiefermuskulatur zuckte, als er den Kopf schüttelte. Stattdessen bist du mir in den Rücken gefallen. Ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nicht so hintergangen gefühlt. Du hast dich noch nie so hintergangen gefühlt? fragte ich mit einem freudlosen Lachen. Das sagt der Richtige. Was ist mit mir? Du verkaufst das Geschäft, das ich liebe. Nein, schlimmer, ich drehte mich zu ihm um. Wie konntest du deinen Vater so hintergehen? Sobald die Worte meinen Mund verlassen hatten, wusste ich, dass ich zu weit gegangen war, aber wenn ich es nicht gewusst hätte, dann sagte mir der Ausdruck in Adams Gesicht alles, was ich wissen musste. Das Licht in seinen Augen schien auszugehen, als er auf seinem Platz zusammensackte. Das ist ein Schlag unter die Gürtellinie. Die Wahrheit tut weh, sagte ich leise, da all die aufgestauten Gefühle und die Achterbahn der Gefühle der vergangenen Tage herausquollen. Viele Dinge tun weh. Dein Tanz mit Cowboy-Roy da drin hat das bewiesen. Was ist da überhaupt passiert? Hat er etwas gesagt, das die perfekte Vision enttäuscht hat, die du für sein Leben hattest? Hat er das Falsche zu dir gesagt? Hattest du kein Messer dabei, also hast du mit deinem Absatz auf ihn eingestochen? Ich kniff die Augen zusammen. Du hast meine Schuhe bemerkt? Ernsthaft, Faith? Das nimmst du aus dieser Diskussion heraus? Diskussion, ich lachte, wobei ich wie ein Disney-Bösewicht klang, da meine Stimme höher wurde. So nennst du es also? Das mag vielleicht das sein, was du und Tiffany, die das Drama und den Stress liebt, als Diskussion bezeichnen würdet. Aber ich würde es einen voll ausgewachsenen Streit nennen, als ich ihren Namen sagte, verzog ich automatisch das Gesicht, als hätte ich in eine Zitrone gebissen. Was hat Tiffany damit zutun? Wen interessiert's? Es ist nichts Wichtiges. Er sah mich an, als wäre ich verrückt geworden. Was? Du hast ihr am Telefon gesagt, ich sei nichts Wichtiges. Na, danke dafür, Adam. Wenigstens kannst du jetzt in dein kostbares Manhattan zurückkehren und mit Tiffany zum Plaza-Weihnachtsball gehen. Ein tief hängender Ast, unter dem wir hindurch fuhren, wählte diesen Moment, um unter dem Gewicht des Schnees abzubrechen und ließ diesen auf meinen Kopf fallen. Adams Augen leuchteten auf und seine Mundwinkel zuckten. Als der Schnee schmolz und mir ins Gesicht tropfte, wandte er den Blick ab. Ich gehe nicht mit Tiffany zum Plaza-Weihnachtsball. Ich wischte mir den Schnee aus dem Gesicht und bemerkte zu spät, dass ich letzten Endes doch die Panda-Augen zur Schau stellen würde. Verzeihung? Er zog die Augenbrauen hoch. Bittest du darum? Völlig verwirrt funkelte ich ihn an. Bitte ich worum? Um Verzeihung. Ich sagte Verzeihung im Sinne von wie bitte, da ich nicht gehört habe, was du gesagt hast. Er seufzte. Ich weiß, das war sarkastisch. Wir kamen wieder im Laden von Silver Bells Luxustouren an. Als Adam mir aus dem Schlitten half, öffnete ich den Mund, um zu sprechen, um mich wirklich zu entschuldigen, aber Harmonies Stimme unterbrach mich. Adam, da ist ein Anruf für dich. Sie sah mich entschuldigend an, bevor sie fortfuhr. Es ist Tiffany. Sie hat versucht, dich auf dem Handy zu erreichen, aber du bist nicht rangegangen. Adam warf mir einen letzten Blick zu, bevor er die Türen öffnete und im Inneren verschwand. Als ich ihm dabei zusah, wie er, ohne zurückzublicken, von mir wegging, erkannte ich, dass er sich soeben, obwohl er behauptet hatte, nicht mit ihr auf den Ball zu gehen, für ein Telefonat mit Tiffany anstatt für ein Gespräch mit mir entschieden hatte, was sich wie ein Messerstich in mein Herz anfühlte. Ich hatte es überlebt, zwei der wichtigsten Menschen in meinem Leben zu verlieren, aber ich war mir nicht sicher, ob ich es ertragen konnte, Adam zu verlieren. Aber ich hatte keine Wahl, denn er hatte offensichtlich seine Entscheidung getroffen, die mir das Herz entzwei riss. Kapitel 23 Als ich am nächsten Morgen Miles ansah, verzog ich auf dieselbe Weise unwillkürlich das Gesicht wie am vergangenen Abend bei der Erwähnung Tiffany's. Adam hatte Miles zu Silverbells eingeladen, um das Team kennenzulernen, aber da ich versehentlich bei Miles und seinen Designern hereingeplatzt war, hatte ich gehört, wie sie darüber sprachen, die Weihnachtsdekoration zu entfernen, sobald er die Papiere unterschrieben hatte. Wozu die Eile? Konnte er sie nicht während der Weihnachtstage dort lassen? Miles nickte mir zu, als ich durch die Lobby ging. Faith, wie geht es Ihnen? Ist das nicht aufregend? Also, hören Sie, was sagt man über ein Team, HMM? Es gibt kein? Es gibt kein Ich-in-Team, erwiderte ich, wobei ich ihn ausdruckslos ansah und mich daran erinnerte, dass es jetzt mein Job war, für Miles zu arbeiten. Er strahlte. Das ist richtig. Aber es gibt ein Tee, und ich nehme meinen mit zwei Zucker, danke. Als ich wegging, murmelte ich vor mich hin, aber Team reimt sich auf Kamin, und da möchte ich gerade meinen Kopf hineinstecken. Adam berief eine Personalversammlung ein, und als sich die Angestellten von Silver Bells einfanden, blickte ich von einem zum anderen. Ich hatte es geliebt, im vergangenen Jahr mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten. Ich fühlte mich schlecht, dass sie keine Ahnung hatten, dass ihr Leben gleich auf den Kopf gestellt werden würde. Nach einer kurzen Rede über die schwierige Entscheidung, zu verkaufen, die Tatsache, dass ich nicht die Augen verdreht hatte, hätte mich zu einer Heiligen machen müssen, sagte er, ohne langes Federlesen würde ich euch jetzt gern den neuen Besitzer von Silver Bells vorstellen, Miles Wilson. Adam trat zurück, um Platz für Miles zu machen, der strahlend vor Harmonies Tisch stand. Nicht eine Person klatschte, mich eingeschlossen. Hallo, alle miteinander, sagte er, wobei er wie der Moderator einer Gameshow klang. Heute ist für uns alle ein fantastischer Tag, da ich von Adam übernehme. Also, ich weiß, dass es viele Gerüchte gab, also lasst mich die Dinge richtig stellen. Silver Bells wird sich nicht im geringsten ändern, er hielt inne, als ein paar der Angestellten flüchtig klatschten, während Harmony mich fragend ansah. Nein, Silver Bells wird sich im größten ändern. Ein paar Kinnladen fielen zu Boden und ich durchbohrte Adams Hinterkopf mit meinen Blicken. Dieses kleine Geschäft hat ausgedient und jetzt ist es an der Zeit, dass es in den Ruhestand geht und Platz für etwas Neues und Aufregendes macht. Morgen früh wird Adam mir offiziell die Zügel überreichen, bevor er nach New York zurückfliegt. Dann wird die Arbeit beginnen, um ein Wilson-Luxus-Wellness-Bad zu bauen, er mochte seine dramatischen Pausen, aber als nur Totenstille folgte, runzelte er die Stirn und fuhr dort. Aber keine Sorge, es wird mehr als genug Jobs für alle geben und außerdem wird es der Stadt mehr Umsatz bringen. Also ist es eine Win-Win-Situation. Also, gibt es irgendwelche Fragen? Harmony hob die Hand. Wollen Sie sagen, dass Silver Bells Luxustouren nicht einmal mehr während der Weihnachtstage geöffnet sein wird? Miles lächelte, so wie ein Cartoon-High seine Beute anlächelte. Ich will sagen, dass Silver Bells zu Weihnachten nicht einmal mehr existieren wird. Es ist Zeit für Neuer, Größer und Besser. Als ein Zeichen guten Willens dürfen alle Angestellten das hochmoderne Wellness-Bad mit 10% Rabatt benutzen. Also, ich kann nicht großzügiger sein als das, oder? Hm? Stichwort für mein innerliches Augenrollen. Als das Treffen zu Ende war, war ein leises Murmeln der Uneinigkeit zu hören, während die Mitarbeiter offensichtlich schockiert miteinander flüsterten. Ich konnte Adam und Miles in der Ecke sehen, wo sie in eine Unterhaltung vertieft waren, bevor Miles zur Lobby deutete und dann in Richtung von Adams Büro stolzierte. Ja, stolzierte. Adam fuhr sich mit den Fingern durch die Haare und sah mir in die Augen, bevor er mit dem Kopf in einer vollgemerkt Geste zur Tür nickte. Bis zu unserem gestrigen Streit wäre ich Adam bis ans Ende der Welt gefolgt, aber jetzt wollte ich in die entgegengesetzte Richtung fliehen. Als ich mich dem Büro näherte, konnte ich laute Stimmen hören. Was stimmt mit diesen Leuten nicht? Ich biete ihnen Jobs an und sie beschweren sich nur? Sie sollten sich glücklich schätzen, wenn ich jeden Einzelnen von ihnen feuern könnte. Ernsthaft, Adam, ich nahm an, sie hätten die Vorarbeit erledigt, mir den Weg geebnet, um den Übergang so glatt wie möglich über die Bühne zu bringen. Miles, wenn nicht. Ich nehme an, das ist alles, was ich von Dorfmenschen erwarten sollte. Keine Vorstellungskraft. Keine Vision. Sie alle hängen in einer Zeitschleife fest, wie eine verschneite Version von unserer kleinen Farm. Na, sie fangen besser an zu beten, dass ich sie nicht alle loswerde. Miles hielt inne, um Luft zu holen, als ich an die Tür klopfte. Komm rein, Faith, Adam sah mir nicht in die Augen. Mach die Tür zu. Miles hatte sich wieder mit Sauerstoff angereichert und setzte erneut an. Nein, machen Sie die Tür nicht zu. Machen Sie die Tür überhaupt nicht zu. Lassen Sie sie wissen, wie verärgert ich über Ihre Undankbarkeit bin. So undankbar, obwohl hier mehr als nur ein paar Leute arbeiten, die ein Heilbad brauchen könnten, wenn sie wissen, was ich meine. Ich verschränkte die Arme. Was genau wollen Sie damit andeuten? Sagen wir einfach, dass sie an der Schlange für das Büffet nicht ganz hinten standen. Miles wackelte mit einem Finger, bevor er die Arme in die Luft warf. Jetzt muss ich gehen und mich irgendwo hinlegen, wo es dunkel ist. Mir fiel die Kinnlade herunter und Stille lag in der Luft, nachdem Miles gegangen war. Ich wandte mich Adam zu, fassungslos über das, was er uns hinterließ, aber dem, was zwischen uns bereits gesagt worden war, war nichts mehr hinzuzufügen. Er setzte sich auf die Kante seines Tisches, was mir bereits so bekannt vorkam, dass meine Augen zu brennen begannen. Faith, ich will nicht mit bösem Blut zwischen uns zurück in die Stadt gehen, seine Stimme klang ehrlich, obwohl sein Gesicht wenig Emotionen zeigte, als er eine Hand ausstreckte. Schwamm drüber? Sicher, ich ergriff seine ausgestreckte Hand und schüttelte sie, aber jegliche Wärme, die zwischen uns existiert hatte, war verschwunden. Das war Geschäft, und ich wusste es. Schwamm drüber. Viel Glück mit der Partnerschaft. Leb wohl, Adam. Ich blinzelte die Tränen zurück, als ich den Flur entlang ging, im Wissen, dass ich bei der Arbeit nicht zusammenbrechen konnte, auch wenn sich mein Herz wie ein dumpfer Schmerz in meiner Brust anfühlte. Ich fühlte mich wie eine lebende Tote, meine Beine waren so schwer, dass ich genauso gut auch gefesselt hätte sein können. Es war ausgeschlossen, dass ich für Miles arbeiten konnte, nicht, nachdem ich zuerst Mr. Klein und dann Adam als Boss gehabt hatte, wenn auch nur für kurze Zeit. Trotz seines Plans, zu verkaufen, hatte sich Adam in Silverbells hineingestürzt und jede altmodische Tradition mitgemacht. Er hatte die Arbeit spaßig gemacht, aber Miles? Na ja, bei Miles wäre ein gewaltiges Maß an Geduld sowie eine gewisse Ignoranz jeden widerlichen Kommentars gegenüber nötig, der seinen Mund verließ. Ja, das würde nicht passieren. Ein Mülleimer, der normalerweise neben dem Kopierer stand, war scheinbar während Miles stolzierens umgestoßen worden. Ich blieb stehen, um ihn wieder hinzustellen. Als ich den Deckel richtete, fiel mir etwas im Inneren ins Auge. Mr. Clines Mistelzweig war zerknüllt und weggeworfen worden, die Beeren waren zerdrückt und die Blätter zerrissen und zerrupft. Adam Tränen brannten mir in den Augen, als mir der Gedanke durch den Kopf ging, dass Adam ihn weggeworfen hatte. Aber in meinem Herzen wusste ich, dass er kein gemeiner oder wütender Mensch war. Das wahrscheinlichere Szenario war, dass Miles' Team seine Zerstörung der Weihnachtsdekoration begonnen hatte, noch bevor er unterzeichnet hatte. Eine beängstigende Vorschau darauf, wie die Arbeit sein würde. Ich öffnete die Tür zur Lobby und trat in ein Trommelfeuer aus Fragen, die auf mich einprasselten. Harmony eilte mit Tränen im Gesicht und einer Schachtel Taschentücher in der Hand nach vorn. Sie bot mir eines an, aber ich schüttelte den Kopf, dazu entschlossen, Miles diese Genugtuung nicht zu verschaffen. Ich machte mir die geistige Notiz, Harmony zu fragen, wo sie ihr Make-up gekauft hatte, keine Panda-Augen für sie. Ich spürte einen Luftstoß, als sich hinter mir die Tür zur Toilette öffnete und Miles herauskam, bevor er neben mir stehen blieb. Harmony beeilte sich, ihm ein Taschentuch zu reichen, riss es aber wieder zurück, drehte sich auf dem Absatz um und verschwand, als sie erkannte, dass er der Feind war. Was für eine Drama-Queen. Ernsthaft, Leute, sagte er und hob die Stimme. Es ist nur eine kleine Veränderung. Reißt euch zusammen. Macht mit oder lasst es. In diesem Moment entschied ich, dass ich es lieber lassen würde. Vielleicht war es das, was ich tun sollte. Ich konnte nicht für Miles arbeiten, oder? Vielleicht musste ich meine Kündigung einreichen, sobald Bernice bestätigt hatte, dass ich bei von hier an geht es nur noch bergab anfangen konnte. Aber wie sollte ich mich jemals von Silverbells verabschieden? Kapitel 24 Ich kehrte in meine Wohnung zurück, mit einem schmerzenden Herzen und schrecklicher Sorge darüber, bei Silverbells zu kündigen, oder der bald neu erfundenen Version des Geschäfts. Ich wollte in mein Bett kriechen, aber dann dachte ich daran, was M.S. King sagen würde. Sie würde mir sagen, dass ich, wenn ich den Sinn von etwas nicht verstehen konnte, etwas tun sollte, das für mich Sinn ergab. Ja, es gab nur eine Sache, die mich aufmuntern würde, und das war, Weihnachtsbaumplätzchen zu backen, wie sie meine Mutter und ich immer gebacken hatten. Ich holte alle Zutaten und machte mich an die Arbeit. Als die Dunkelheit hereinbrach, zündete ich Kerzen an, welche die Küche in ein beruhigendes Licht tauchten. Ich brauchte nicht allzu viel Licht, da ich diese Kekse mit verbundenen Augen backen konnte. Als ich die Butter und den Zucker verrückte, sah ich aus dem Fenster auf den fallenden Schnee. Es war ein magisches Bild, über das ich mich normalerweise freuen würde. Aber nach dem heutigen Treffen mit Adam und Miles hätten Sintflutartiger Regen und Donner besser zu meiner Stimmung gepasst. Klopf, klopf, klopf. Mein Herz blieb beim Geräusch des Klopfens stehen und ich drehte den Kopf zur Wohnungstier. Mein erster Gedanke war Adam. So viel zur Verleugnung. Wahrscheinlich war es ein Verkäufer, trotz meines kein Hausieren, danket Schildes, das ich online gekauft und vor meiner Tür aufgehängt hatte. Seufz. Klopf, klopf, klopf. Ich wollte das Klopfen an der Tür ignorieren, aber als es erneut ertönte, nahm ich an, dass es an der Zeit war, dem Verkäufer zu sagen, dass er die Augen aufmachen, das Schild lesen und aufhören sollte, mich zu Hause zu stören. Ich legte den Holzliffel hin und wischte mir die Hände an einem Handtuch ab. Ich war wirklich nicht in der Stimmung zu reden, aber ich nahm einen tiefen Atemzug, damit ich geduldig sein konnte, da ich Weltfriede und all das wollte. Ich habe das Schild nicht ohne Grund gekauft, ich verstummte, als ich die Tür öffnete und mir dabei ein eisiger Luftstoß um die Knöchel wehte. Mir fielen beinahe die Augen aus dem Kopf, als ich in die mandelbraunen Augen blickte, die genauso wie meine eigenen aussahen, naja, mit ein paar zusätzlichen Lachfalten. Mom, was tust du denn hier? Du solltest doch in Florida sein. Oh, gut. Du bist am Leben, sagte Mom, als sie mich auf die Wange küsste. Sie hatte Schneeflocken im Haar, die wie Konfetti auf einer Braut aussahen. Das hätte ich nicht gedacht, wenn man bedenkt, dass du dir nicht die Mühe machst, deine eigene Mutter zurückzurufen. Es tut mir so leid, Mom, sagte ich mit verzogenem Gesicht. Ich wollte ja. Meine Mutter sah mich an, die linke Augenbraue hochgezogen. Naja, ich habe genug CSI gesehen, um zu wissen, dass der erste Ort, an dem man nach einer vermissten Person sucht, der ist, an dem sie zuletzt gesehen wurde. Ich nahm an, dass du hier sein würdest. Ich legte mir eine Hand über den Mund. Ich kann nicht glauben, dass du einfach in ein Flugzeug gestiegen und nach Montana gekommen bist. Es war hier ziemlich hektisch. Ich wollte dich zurückrufen, und dann, naja, du weißt schon, ich nahm ihren Mantel und zeigte in Richtung der Küche, bevor ich ihr folgte. Ich hatte Glück, überhaupt hierher zu kommen, sagte Mom, deren Blick auf den mit Mail bedeckten Tisch und die Rührschüssel fiel. Sie haben den Flughafen wegen schlechten Wetters kurz nach unserer Landung geschlossen, was ich ihnen nicht verübeln kann. Ich war gestern in Florida den ganzen Tag am Strand. Also das? Nicht gerade mein Lieblingswetter. Aber ich dachte, dass es hier eine Krise gibt, also konnte ich nicht fernbleiben. Und es sieht aus, als hätte ich recht gehabt. Ich setzte den Wasserkocher auf und holte zwei Kaffeetassen heraus. Was meinst du? Weihnachtsbaumplätzchen? Kerzenlicht? Das ist genau das, was ich für dich getan habe, als du ein kleines Mädchen warst und dich etwas bedrückt hat. Sie wartete, da der Wasserkocher laut wurde, was ein paar Sekunden lang das einzige Geräusch war. Ich goss heißes Wasser durch den Kaffeefilter und in die Tassen, dann gab ich ein wenig Milch für meine Mutter und Sahne und Zucker für mich hinzu. Ich setzte mich, stellte die beiden dampfenden Tassen auf den Tisch und sah zu, wie Mom den Holzlöffel nahm und die Butter und den Zucker weiter verrührte. Sie arbeitete ein paar Minuten lang still vor sich hin, bevor sie mich schließlich ansah. Wirst du es mir sagen? Oder lässt du mich raten? Es ist die Arbeit, sagte ich, im Wunsch, dass nur die Arbeit das Problem wäre. Ich tauchte meinen Finger in die Schüssel mit dem Plätzchenteig und leckte ihn ab. Manche Traditionen waren immer gut. Sie machen Silver Bells zu und bauen irgendein protziges Wellnessbad. Die Verträge werden morgen unterzeichnet, und dann war es das, kein Silver Bells Luxustouren mehr. Ist das so schlimm? Fragte Mom. Ja, erwiderte ich, energischer als beabsichtigt. Warum erwartete ich, dass meine Mutter es verstand? Es war MS King gewesen, die meine Probleme immer zu verstehen schien. Mom griff über den Tisch und streichelte meine Wange. Du bist so blass, Liebling. Vielleicht ist das zum Besten? Du könntest mit mir zurück nach Florida kommen, in die Sonne gehen, Vitamin D tanken. Dein Stiefvater und ich würden dich liebend gern bei uns aufnehmen, bis du dich eingerichtet hast, sie trank einen Schluck ihres Kaffees. Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht, Faith. Als du nicht zurückgerufen hast, musste ich herkommen und selbst sicher gehen, dass es dir gut geht, und es ist gut, dass ich das getan habe, denn es geht dir eindeutig nicht gut. Ich seufzte. Mom, es liegt an dir und Charles, dass ich ferngeblieben bin, aber jetzt, wo ich zurückgekommen bin, will ich nur hier leben. Jetzt zieh mich nicht so an, ich hielt ihre Hand fest. Nicht ihr beide persönlich, sondern die Scheidung. Ich weiß, dass ich erwachsen war, aber etwas an der Scheidung der Eltern sorgt dafür, dass man sich wieder wie ein Kind fühlt, und ich wusste ehrlich gesagt nicht, wie ich damit umgehen sollte. Ich liebe dich und date gleichermaßen und hatte das Gefühl, als würde ich entzweigerrissen. Nach Hause zu kommen war das Beste, was ich hätte tun können, denn es hat mir geholfen, all den widersprüchlichen Gefühlen, die ich hatte, nicht länger aus dem Weg zu gehen, bis ich stark genug war, die Trennung zu akzeptieren. Meine Mutter betrachtete den Tisch. Und doch bist du hier und backst Weihnachtsbaumplätzchen. Ich war hier glücklich, Mom. Als ich zurückgekommen bin, hat mich MS King unter ihre Fittiche genommen. Auf gewisse Weise war sie eine Mutterfigur für mich. Aber du hast bereits. Sag es nicht, ich hielt inne, als mir Tränen in die Augen traten. Ich weiß, dass ich bereits eine Mutter habe, aber du bist mit deinen eigenen Problemen beschäftigt, und sie war ein sicherer Hafen für mich. Und dann hat sie mich mit Larry Klein bekannt gemacht. Mom schniefte. Und ich nehme an, er war eine Vaterfigur für dich? Ich seufzte. So ist es nicht, Mom. Er hat mir einen Job bei Silver Bells gegeben, und es war das, was mir über MS Kings Tod hinweg geholfen hat. Ich war am Boden zerstört, als sie gestorben ist. Sie war die netteste, strahlendste Frau, die ich je getroffen habe. Sei nicht eifersüchtig, du hast immer dasselbe gesagt. Mom öffnete den Mund, um etwas zu sagen, schien es sich aber anders zu überlegen und schloss ihn wieder. Und es war schrecklich, nachdem sie gestorben war. Mr. Klein hat mir beigebracht, wie man Silver Bells führt, er hat mir alles beigebracht, was es darüber zu wissen gab, über Weihnachten, und jetzt ist er tot und sie werden den besten Ort aller Zeiten in ein Wellnessbad verwandeln. Ich rieb mir die Stirn und dachte daran, dass das Problem mit der Arbeit bereits schlimm genug war, ich aber auch Adam verloren hatte. Der erste Mann, mit dem ich mich auf so tiefe Weise verbunden gefühlt hatte. Mein Herz zog sich zusammen. Meine Mutter rümpfte die Nase. Naja, ein Wellnessbad ist nichts Schlechtes. Ich liebe Wellnessbäder. Ich verdrehte die Augen. Mom, das, was für mich einem Wellnessbad am nächsten kommt, ist, wenn ich die Spülmaschine aufmache. Ich glaube daran, die Seele zu nähren, nicht daran, den Körper zu verwöhnen. Kannst du nicht beides tun? Sie lachte und nahm ihre Tasse in die Hände. Habe ich dir je gesagt, warum wir dich Faith genannt haben? Weil wir es versucht und versucht haben, schwanger zu werden, und je länger es gedauert hat, desto trauriger wurde ich. Aber Dad hat nie aufgegeben, und er hat mir gesagt, dass ich einfach nur daran glauben müsste. Und dann habe ich daran geglaubt. Und dann kamst du. Ich erinnere mich an diese Geschichte, erwiderte ich lächelnd. Aber es ist immer schön, sie wieder zu hören. Das ist, was du im Moment brauchst. Glaube. Genau wie ich, als Daddy mir gesagt hat, dass ich glauben müsse. Meine Augen wurden feucht. Liebst du Dad immer noch? Sie sah mich einen Moment lang an, bevor sie nickte. Natürlich tue ich das. Dein Vater ist ein guter Mann, Faith, und wir hatten viele Jahre lang eine glückliche Ehe. Aber manchmal leben sich Menschen auseinander. Ich werde unsere gemeinsame Zeit nie bereuen, wie könnte ich das auch? Sie hat uns dich geschenkt, sie streichelte meinen Handrücken. Du weißt, dass du Menschen hast, die dich lieben. Du brauchst weder MS-King noch Mr. Cleaner, um dich stark zu machen. Du hast diese Stärke bereits in dir. Danke, Mum, sagte ich, als sich der Trost in mir ausbreitete. Ich verstehe, dass du sie lieb hattest, glaub mir. Ich habe auch Menschen verloren, die ich geliebt habe, und es ist die schmerzhafteste Sache der Welt. Aber Menschen wie Melody Kind und Larry Klein lassen ein kleines Stück ihres Herzens bei den Menschen zurück, die sie lieben, wenn sie gehen. Aber deine Stärke ist in dir. Ich lächelte durch meine Tränen hindurch. Es stimmte, dass ich einen Teil von ihnen beiden mit mir herumtrug, und ich spürte, wie sie mich in diesem Moment anfeuerten. Mir wurde ein anderer Job in einer Skistation weiter den Berg hinauf angeboten. Ich habe heute nach der Arbeit mit der Besitzerin gesprochen, und sie hat mir ein fantastisches Angebot gemacht. Es ist eine ziemliche Beförderung für mich und bringt eine erhebliche Gehaltserhöhung mit sich. Ich hatte Angst, es anzunehmen, bis jetzt, ich stand auf und umarmte meine Mutter. Ich bin froh, dass du gekommen bist, Mum. Ich habe dich vermisst. Sie hielt mich auf armes Länge von sich und sah mich an. Also ist alles gut? Ich nickte. Warum siehst du dann immer noch so am Boden zerstört aus? Für diese Unterhaltung wird mehr als nur Kaffee nötig sein, sagte ich, öffnete die Gefriertruhe und holte einen Becher Pistazieneiscreme heraus, bevor ich zwei Schüsseln nahm und mich wieder hinsetzte. Es würde eine lange Nacht werden. Larry hatte einen Sohn namens Adam, begann ich. Und dann erzählte ich ihr alles. Kapitel 25 Die Weihnachtszeit sollte die Zeit des Jahres sein, zu der man sich am lebendigsten fühlte. Silver Bells gab der Luft gewöhnlich einen zusätzlichen Zauber, aber als ich am nächsten Morgen zur Arbeit kam, hätte ich es bevorzugt, mich mit dem Gesicht voran in den Schneehaufen vor der hölzernen Eingangstür zu stürzen. Vergangene Nacht war eine Schüsse Eiscreme zu zwei geworden, während ich meiner Mutter alles von Adam erzählt hatte, und als ich damit fertig gewesen war, in meine Pistazieneiscreme zu weinen, war es weit nach zwei Uhr morgens gewesen. Ich fühlte mich so erschöpft, es war ein Wunder, dass ich meine Augen offen halten konnte. Harmony war nicht an der Rezeption, als ich hereinkam, also ging ich zur Kaffeebar und machte zwei Kaffees, meinen mit einer zusätzlichen Portion Koffein, um mich aufzuwecken, bevor ich mich an Harmonies Tisch setzte, um auf sie zu warten. Ein Karton auf dem Boden neben ihrem Stuhl fiel mir ins Auge, auf dem Etikett stand True Grit. Du bist ein Engel, danke, schniefte Harmony, deren Augen rot und geschwollen waren, als sie an die Rezeption zurückkehrte und die Tasse Kaffee nahm, die ich ihr gemacht hatte. Ich nickte in Richtung des Kartons. Was ist da drin? Harmony verdrehte die Augen. Der miese Miles hat ihn hergebracht und mich darum gebeten, streicht das, mir befohlen, ein paar Geschenktaschen für die große Eröffnung des Wellnessbads zusammenzustellen. Der miese Miles, ich lachte ungläubig, da ich sehen konnte, dass Harmony genauso von Miles angetan war wie ich. Nicht. Ich sah Harmony dabei zu, wie sie den Karton öffnete, woraufhin ich eine kleine Tüte herausholte. True Grit, gepackt mit Feuchtigkeitscreme und ein wenig Peeling für ein glattes Finish? Verschone mich, Harmony verdrehte die Augen, nahm mir den Beutel ab und hielt ihn sich vor das Gesicht. True Grit, da wir es alle ein wenig grob mögen. Mein Blick traf ihren und wir brachen beide in Gelächter aus. Naja, wenigstens kamen Harmonis Tränen diesmal durch das Lachen. Ich öffnete ein Tütchen und drückte die braune Masse heraus. Was ist dieses Zeug? Schlamm mit Kies? fragte ich und rieb mir die Probe auf den Handrücken. Aua! Dieses Zeug hat mir eine Hautschicht abgerieben, ich nahm eines von Harmonis Taschentüchern und wischte es ab. Also, wo ist Miles? Der miese Miles, korrigierte Harmony mich. Ich lächelte. Wo ist der miese Miles gerade? Immer noch bei Adam, um besonders pingelig zu sein? Nein, er ist weg, Gott sei Dank. Ihr Meeting war schnell fertig, nachdem ich gekommen bin. Der miese Miles ist gegangen, ohne überhaupt meine Anwesenheit zu würdigen. Ein Vorgeschmack auf die Zukunft, nehme ich an, sie öffnete eine weitere Schachtel und holte eine winzige goldene Tube heraus. Stechen Sie mit dieser Selbstbräunungscreme aus der Menge heraus und holen Sie sich Ihren Platz am Strand. Welcher Strand? fragte ich, woraufhin wir beide aus dem Fenster auf den fallenden Schnee und die Berge im Hintergrund sahen. Der Mann schien seine Zielgruppe nicht zu kennen. Was auch immer. Es war nicht so, als wäre mir der Erfolg des Wellnessbads wichtig. Ich dachte an den Umschlag für Miles, der sich in meiner Handtasche befand. Ich muss dir etwas sagen, sagte ich. Was? Bitte sag mir, dass es etwas ist, das mich aufmuntern wird. Naja, ich beäugte die Taschentücher auf dem Tisch, um sicher zu gehen, dass sie in Harmonies Reichweite waren. Ich habe Bernices Angebot angenommen, bei von hier an geht es nur noch bergab zu arbeiten. Sie will, dass ich so schnell wie möglich anfange, also reiche ich meine Kündigung ein. Du gehst? Bedeutet dir schlammiger Kies denn gar nichts? Es tut mir leid, sagte ich und sah sie mitfühlend an. Ich hoffe, dass Miles entschuldige, der miese Miles mich heute vom Haken lässt, ohne die zwei Wochen Frist zu erwarten, da es der letzte Tag ist, an dem Silver Bells geöffnet hat. Ich kann immer noch nicht glauben, dass er es nicht bis Weihnachten offenlassen wollte. Ich kann nicht glauben, dass du Silver Bells verlässt, sagte sie und begann zu schluchzen. Ihre Augen wurden feucht und ich schob ihr die Schachtel Taschentücher zu. Silver Bells verlässt mich, erwiderte ich, umarmte sie und lehnte mich zurück, als sie sich so laut die Nase putzte, dass es sich wie ein Nebelhorn anhörte. Ist es das, was du wirklich willst? Ich meine, ich weiß, dass du es hier so liebst, wie es ist, aber vielleicht ist es als Wellnessbad nicht so schlimm, Harmony sah nicht einmal so aus, als glaubte sie ihre eigenen Worte, geschweige denn klang sie auch nur im geringsten überzeugend. Ich schüttelte den Kopf. Nein, es ist überhaupt nicht das, was ich will. Aber was ich will, kann nicht passieren, also ist es das Beste für mich. Bernices Geschäft ist wunderbar. Ich meine, es ist nicht Silver Bells, aber es ist ein fantastischer Ort. Und ich hatte so viele Ideen dafür, und sie schien meine Gedanken zu schätzen, was mich freut. Ein Wellnessbad ist einfach nicht das Richtige für mich. Das bist nicht du, fragte sie, wobei sie mir eine weitere Schachtel über den Tisch zuschob. Magnetisieren mit Magnetize, den falschen Wimpern, die winzige Magnete nutzen, um an ihren natürlichen befestigt zu werden, lasse ich vor. Dann holte ich eine kleine, durchsichtige Verpackung heraus und öffnete sie. Harmony verzog das Gesicht. Ich gitt, die sehen aus wie Spinnen. Kannst du dir vorstellen, wie jemand die hier trägt und jemanden küsst, der ein Lippenpiercing hat, fragte ich, als mir ein lächerliches Szenario durch den Kopf ging. Die magnetischen Wimpern wandern vielleicht von den Augen zur Lippe des anderen, woraufhin dieser wie Charlie Chaplin aussehe. Harmony hielt sich die Haarstreifen wie einen Schnurrbart an die Lippen, was mich in Gelächter ausbrechen ließ. Ich verzichte auf die magnetischen Wimpern, ich umarmte Harmony erneut, bevor ich aufstand. Da Miles nicht hier ist, rede ich besser mit Adam über meine Kündigung. Sie nickte, als ich schweren Herzens zu Adams Büro ging. Es wäre schwer genug, mich von Harmony zu verabschieden, aber wenigstens würden sie und ich in Kontakt bleiben. Jetzt musste ich mich für immer von Adam verabschieden, und ich war mir nicht sicher, wie ich es schaffen würde. Ich klopfte an Adams Bürotür und wartete auf seine Antwort. Normalerweise würde ich einfach hineingehen, aber die Situation zwischen uns war so angespannt, dass es sich so anfühlte, als bräuchte ich die Erlaubnis, hereinkommen zu dürfen. Herein, rief er. Als ich die Tür öffnete, fand ich ihn hinter seinem Tisch vor, aber anstatt seines üblichen Maßanzuges trug er einen festlichen roten Pullover und Jeans. Einen Moment lang hielt mich der Kloss in meinem Hals vom Reden ab. Er lächelte mich an. Guten Morgen, Faith. Meine Füße blieben wie angewurzelt auf dem Boden, während ich mich räusperte. Guten Morgen, Adam. Entschuldige, ich, dein Pullover hat mich ein wenig aus dem Konzept gebracht, das ist alles. Er blickte an seiner Kleidung hinab. Die rote Wolle war mit weißen Schneeflocken gespickt, der weiße Saum war so gestrickt, dass er eine große Schneewehe darstellte. Gefällt es dir nicht? Ich dachte, Weihnachten wäre dein Ding? Ich nickte. Ja, ist es, aber du siehst so sehr wie dein Vater aus, wenn du hier sitzt und das trägst. Es hat mich nur aus dem Konzept gebracht, das ist alles, ich schluckte schwer, um den Kloss in meinem Hals loszuwerden, der drohte, sich in Tränen zu äußern. Jetzt war ich an der Reihe, vergangene Weihnachten zu besuchen. Adam stand auf und ging um den Tisch herum, um sich an seinen gewöhnlichen Platz dort zu setzen. Was kann ich für dich tun, Faith? Sein Lächeln und entspanntes Verhalten verwirrten mich, da er während unserer letzten Begegnungen so kalt zu mir gewesen war. Ich empfand den starken Drang, mich zu entschuldigen, mich in seine Arme zu werfen und ihn zu küssen. Aber irgendwie widerstand ich. Ich hatte gehofft, Miles wäre hier, sagte ich. Adam zog eine Augenbraue hoch und verschränkte die Arme. Oh, wirklich? Naja, so wie ich gehört habe, musst du die Einzige sein, die hofft, Miles zu sehen. Er ist recht gewöhnungsbedürftig. Ich wollte lächeln, befürchtete aber, dass sich das Lächeln in Tränen verwandeln würde, und es war ausgeschlossen, dass Adams letztes Bild von mir einer Wasserfontäne gleichen würde. Also nahm ich das Schreiben aus meiner Tasche und reichte es ihm. Seine Hand streifte meine, als er den Umschlag entgegennahm, was mir einen köstlichen Schauder über den Rücken jagte, einen Rücken mit Rückgrat, an dessen Existenz ich denken musste, wenn ich diesen Plan durchziehen wollte. Was ist das? fragte er, als er Miles' Namen auf der Vorderseite lass. Ich hatte gehofft, dass der Miese, äh, ich meine Miles hier wäre, damit ich es ihm geben kann. Adams Mundwinkel zuckten. Und? Das war schwerer als erwartet, und das aus all den falschen Gründen. Adams Augen lächelten, auch wenn seine Mundwinkel nicht nach oben zeigten. Bedeutete das, dass er mein Unbehagen genoss? Ich räusperte mich. Der Brief ist mein Kündigungsschreiben. Ich habe es an den Miesen, äh, Miles adressiert, Adams Mundwinkel zuckten erneut. Du weißt schon, da er jetzt mein Chef ist. Aber Harmony sagte, er wäre nach eurem Meeting gegangen, also nahm ich an, dass ich es dir geben sollte. Ich hatte gehofft, dass er mir erlauben würde, ohne die übliche Frist zu gehen, da Silverbells nach heute schließt. Adam legte das Schreiben neben sich auf den Tisch und richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf mich. Ich nahm einen tiefen Atemzug. Ich habe Silverbells geliebt, aber für mich ist es an der Zeit, zu gehen. Es war ohne deinen Vater nicht dasselbe, und wir haben gehofft, ich brach ab, da ich mir nicht sicher war, ob ich ohne zu weinen weitermachen konnte. Wir haben gehofft, dass du dort weitermachen würdest, wo Mr. Klein aufgehört hat, als du herkommst. Aber ich weiß, dass das naiv von uns war. Er nickte. Scheinbar verstand er, was ich sagte. Wie auch immer, so haben sich die Dinge nicht entwickelt, und ich habe es so sehr versucht, deine Liebe für Silverbells zu wecken, aber eine Sache, die ich gelernt habe, ist, dass man die Liebe nicht drängen kann. No, you just have to wait. Ich runzelte die Stirn. Wie bitte? Er lächelte. Phil Collins, ich dachte, du würdest den Text gern zitieren. Ich schüttelte den Kopf, genervt von seinen Späßen, obwohl ich so verzweifelt war. Die Liebe kann nicht erzwungen werden, und es tut mir leid, dass ich dir einen solchen Druck und Erwartungen aufgezwängt habe, das Geschäft zu behalten. Du bist nicht dein Vater, und es war unfair von mir, nicht das zu bedenken, was du wolltest. Du wurdest verstettert. Verstettert? Ja, das meine ich nicht negativ, das Letzte, was ich wollte, war, Adam zu beleidigen, vor allem nicht heute. Ich meine nur, dass du dich an das Gedränge und die Hektik in Manhattan gewöhnt hast, also vermute ich, dass es einfach ein Schock für dich war, hierher zurückzukommen. Manche Menschen mögen ruhig, idyllisch und charmant nicht. Adam stand auf und ging zum Fenster, um die verschneite Landschaft zu betrachten. Oh, es gab einige Momente, glaub mir, sagte er. Wie auch immer, du bist gegangen und zurückgekommen, also hat diese Stadt eindeutig ihre Vorzüge, er wandte sich vom Fenster ab und lehnte sich an die Fensterbank, um mich anzusehen. Ja, aber das war anders, Adam. Ich musste weg von der Scheidung meiner Eltern, ich musste fliehen, und die Rückkehr hierher war, als würde ich einen alten Lieblingspullover anziehen, dessen Existenz ich vergessen hatte. Es war tröstlich und sicher, und warm. Er grinste. Warm? In Christmas Mountain? Ich verdrehte die Augen und fragte mich, warum er so fröhlich war, obwohl es so schwer war. Ich spreche nicht vom Wetter, ich spreche von den Menschen, dem Gemeinschaftsgefühl, den Traditionen. Er nickte. Ich weiß, ich ziehe dich nur auf. Ich sah ihn an, und erneut traf es mich, wie sehr ich seine Necke ein vermissen würde. Ihn vermissen würde. Wie auch immer, das Erste, was ich tun wollte, war, dieses Schreiben abzuliefern, ich nickte in Richtung des Umschlags auf Adams Tisch. Ich wollte kommen und mich von dir verabschieden. Ich weiß, dass wir einander erst seit ein paar Wochen kennen, aber ich habe das Gefühl, dass wir uns nahe gekommen sind. Sein Blick wanderte zur Tür, wo wir uns zum ersten Mal geküsst hatten. Ich habe begonnen, dich nicht nur als meinen Chef, sondern auch als einen Freund zu sehen, ich blinzelte Tränen zurück. Adam starrte einen Moment lang meine Hand an, bevor er aufstand und auf mich zuging. Als er näher kam, trat ich einen Schritt zurück, im Wissen, dass ich zusammenbrechen und weinen würde, wenn er auch nur ein nettes Wort zu mir sagte. Ist es das, was du in mir siehst, Faith? Ich sah ihm in die Augen. Hm? Er kam näher, direkt vor mich, und ich musste meinen Kopf in den Nacken legen, um zu ihm aufsehen zu können. Siehst du mich nur als deinen Chef und einen Freund? Ich blickte verwirrt in seine blauen Augen. Adam, gestern hast du eindeutig klargemacht, dass ich deine Angestellte bin, sonst nichts. Aber um deine Frage zu beantworten, nein, das ist nicht, was ich in dir sehe. Wenn ich alles zurücknehmen könnte, was ich gesagt und getan habe, um deine potenziellen Käufer zu sabotieren, dann würde ich es tun. Das war falsch von mir. War es, sagte er. Aber du sollst wissen, dass es nicht aus Bosheit war. Ich habe Silverbells so sehr geliebt, dass es schwer war, loszulassen, erklärte ich und nahm einen tiefen Atemzug, um das zu sagen, was ich als nächstes sagen musste. Währenddessen habe ich mich irgendwie in dich verliebt, Adam. Zu wissen, wie sehr ich dich verletzt habe, bringt mich um, und wenn ich alles zurücknehmen könnte, dann würde ich das tun. Aber das kann ich nicht, und das weiß ich. Also bitte, lass mich einfach dir und Silverbells lebwohl sagen und uns im Guten auseinander gehen. Er sagte nichts, also legte ich ein letztes Mal meine Arme um ihn und umarmte ihn fest, bevor ich losließ und mich der Tür zuwandte. Lebwohl, Adam. Er erreichte die offene Tür vor mir und schloss sie. Ey, du solltest damit warten, bis ich auf der anderen Seite bin. Er schenkte mir ein halbes Lächeln und ging zurück zu seinem Tisch, wo er sich auf seinen üblichen Platz setzte. Er deutete auf einen der Stühle, also setzte ich mich hin, verwirrter als je zuvor. Der gestrige Tag hat mir die Augen geöffnet, Faith. Als ich gesehen habe, wie verärgert Miles über die Undankbarkeit der Angestellten hier war, sagte er, wobei er Miles' Stimme nachahmte und in einer überladenen Geste mit seinen Armen herumwedelte, was mich ungewollt zum Lachen brachte, habe ich erkannt, dass er nicht hierher passt. Ich konnte mir Dad im Weihnachtsdorf im Himmel vorstellen, wie er zu mir herabblickt und den Kopf darüber schüttelt, dass ich das mit seiner harten Arbeit geschehen lasse. Ich saß stumm da und wartete darauf, dass er fortfuhr. Ich bin gestern Abend ins Bett gegangen, aber irgendetwas hat mich wachgehalten. Dieses Stolzieren ist mir wirklich unter die Haut gegangen, was lächerlich war, da das Geschäft im Grunde genommen nicht mehr mir gehörte, und als der neue Besitzer könnte Miles so viel stolzieren, wie er will. Und doch stimmte etwas nicht. Ich biss mir auf die Lippe, während ich mich fragte, wo das hier hinführte. Ich hatte alles, was ich wollte. Er breitete die Arme aus und zuckte die Achseln. Ich hatte das Geschäft für genug Geld verkauft, um mich in die Partnerschaft einzukaufen und ich konnte ohne unerledigte Dinge nach Manhattan zurückkehren. Es war perfekt, nur, dass es das nicht war. Nicht? Nachdem ich mich ein paar Stunden lang im Bett herumgewälzt habe, bin ich aufgestanden, habe mich angezogen und bin zum Liebesbaum gegangen. Meine Augen wurden groß. Das letzte Mal, als du zum Liebesbaum gegangen hast, war das sehr widerwillig. Außerdem hat es vergangene Nacht so stark geschneit, sagte ich, bevor mir auffiel, was für ein lahmes Argument das war. Er grinste. Wem sagst du das? Wie auch immer, ich musste mit meinem Vater sprechen, er ging erneut zum Fenster und sah hinaus, bevor er sich zu mir umdrehte. Kannst du dich daran erinnern, was du zu mir gesagt hast, als die Eule aufgetaucht ist, Faith? Ich nickte und mir traten Tränen in die Augen. Ich sagte, dass dir dein Vater vergeben hätte. Er kehrte wieder zu seinem Tisch zurück. Genau. Und eben, als du hereinkamst, hast du mir gesagt, dass ich dich an ihn erinnert habe? Ich nickte erneut. Er nahm meine Hände in seine und rieb Gedanken verloren mit seinen Daumen über meine Handgelenke. Wenn ich dich so sehr an ihn erinnere, warum ist es dann schwer zu glauben, dass ich auch ein nachsichtiger Mensch bin? Adam, ich. Lass mich ausreden, Faith. Diesmal waren wesentlich mehr Anhänger am Baum, aber der es war die Nacht vor Weihnachten Anhänger, den du mir gegeben hattest, um ihn für meinen Vater aufzuhängen, war dort, ganz vorne, und als ich ihn angesehen habe, hat es mich getroffen. Der Anhänger hat dich getroffen? fragte ich. Jetzt war ich wirklich verwirrt. Er schüttelte den Kopf. Nein, Faith. Die Wahrheit hat mich getroffen. Dad hatte Silver Bells nicht für sich selbst, sondern für mich gebaut, sagte er. Aber du warst gar nicht hier, Adam. Du warst in New York. Ich weiß. Ich hatte Christmas Mountain hinter mir gelassen und aus meinem Kopf verbannt, er nickte erneut. Es war etwas, das die Johnsons sagten, das den Anstoß gegeben hat, auch wenn es nur eine Idee in meinem Hinterkopf war. Ich konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass ich etwas übersah. Sie haben mir gesagt, dass sie Silver Bells wollten, sodass ihre Kinder und Enkelkinder es eines Tages weiterführen könnten. Aber du hast sie zurückgewiesen. Sie hatten nicht genug Geld für deinen Kaufpreis. Ja, ich weiß. Aber da ist noch mehr. Ich war auch wütend auf dich und verletzt. Nein, entschuldige dich nicht noch einmal. Ich schloss den Mund. Während ich mir den Anhänger angesehen habe, sind mir die vergangenen Wochen wie ein Film durch den Kopf gegangen. Die Schlittenfahrten, die Suche nach Rudi, der Tag im Weihnachtsdorf, und ja, selbst die Blödheit, mich wie ein Elf anzuziehen, die Hundeparade, und all diese Momente, all die besten Momente, die Momente, die mich zum Lächeln gebracht haben, habe ich mit dir verbracht, Faith. Ich hatte endlich den Zauber gefunden, den mein Vater mir hinterlassen hatte. Mir schnürte sich die Kehle zu. Wirklich? Anstatt nach Hause zurückzukehren, bin ich stattdessen hierfür zurückgekommen. Er nahm einen Karton, den ich vor ein paar Wochen geholt hatte, als ich sein Büro dekorieren wollte. Das Klebeband war aufgerissen. Er öffnete ihn und reichte mir die Zeichnung eines Kindes. Die Zeichnung, die eine verschneite Landschaft darstellte, war mit Kreide auf schwarzem Papier gemacht worden. Die Kreide war verwischt und ließ es ein wenig wie Nebel aussehen. Ich sah Adam an. Das ist süß. Er zeigte auf das Papier. Sieh noch einmal hin. Was siehst du? Es ist ein Haus, bei dem Rauch aus dem Schornstein kommt, und auf der Fensterbank kühlt ein Teller Kekse ab? Er nickte und reichte mir ein weiteres Bild. Und das sieht wie ein Spielzeugladen aus? Er legte mir noch eine Zeichnung in die Hand. Und das hier ist größer, es sieht aus wie, ich kniff die Augen zusammen. Ein offenes Feuer? Ich kann es durch die Fenster sehen, oh, und der Weihnachtsmann steht in der Tür. Adam nahm die Zeichnungen und legte sie in einen Kreis, das mit dem Weihnachtsmann platzierte er in der Mitte. Ich schnappte nach Luft. Oh! Das sieht genauso aus wie... Die Hütte des Weihnachtsmanns, Cookies Küche und die Elfenwerkstatt. Er drehte die Bilder eines nach dem anderen um, sodass ich lesen konnte, was auf der Rückseite geschrieben stand. Das Dorf des Weihnachtsmannes im Wald, Adam Kline, sieben Jahre alt. Ich starrte Adam mit aufgerissenen Augen an. Nachdem du New York verlassen hattest, hat dein Vater deine Zeichnungen zum Leben erweckt. Das ist unglaublich. Er reichte mir eine weitere Zeichnung eines Pfeiles, der an einen Baum genagelt war und auf dem die Worte Hütte des Weihnachtsmanns standen. Das ist das Schild, von dem ich dir am ersten Tag gesagt habe, dass es neu gestrichen werden müsse. Und das hier, ein weiteres Bild. Das ist der Schlitten des Weihnachtsmanns. Und das hier war auch im Karton. Ich nahm die silberne Babyrassel in die Hand, auf der Adamsname, Gewicht und Geburtsdatum standen. Silver Bells, rief ich aus. Er hat dieses ganze Geschäft für dich aufgebaut. Ja, ich habe lange genug gebraucht, es zu verstehen, er schüttelte den Kopf, wobei seine Mundwinkel zuckten. Ich habe meinen Eltern in der Zeit vor Weihnachten jeden Abend Geschichten erzählt. Sobald der 1. Dezember gekommen war, wurden Gute-Nacht-Geschichten von meinen Weihnachtsgeschichten ersetzt, in denen ich alles beschrieb, was im Weihnachtsdorf vor sich ging. Dad hat mitgemacht und wir haben diese magische Welt voller Elfen und Rentiere und mit dem Weihnachtsmann beschrieben, und wenn ich müde wurde, haben mir meine Eltern es war die Nacht vor Weihnachten vorgelesen, bis ich eingeschlafen bin. Adam lächelte unter Tränen, aber ich war plötzlich rasend vor Wut. Du hast all das vergangene Nacht erkannt und bist heute Morgen trotzdem mit dem miesen Miles hergekommen, der sowas von mies ist. Es tut mir leid, aber Harmony hat Recht damit, dass er mies ist, und du hast den Vertrag trotzdem unterzeichnet? Dein Vater hat für dich sein Herz und seine Seele in Silver Bells gesteckt, den Teil von dir, den du irgendwie vergessen hattest. Wie kannst du etwas so Besonderes an einen Mann übergeben, der schlammigen Kies benutzt, um sein Gesicht zu reinigen? Faith, er nahm erneut meine Hände und beugte sich zu mir. Ich habe nicht unterzeichnet. Ich habe letzte Nacht entschieden, stattdessen meine Wohnung in Manhattan zu verkaufen. Ich ziehe wieder zurück nach Christmas Mountain. Ich blinzelte. Das tust du? Ja, ich werde Silver Bells genau so belassen, wie mein Vater es beabsichtigt hat, er reichte mir das Schreiben, das auf seinem Tisch gelegen hatte. Natürlich hat Miles einen Wutanfall bekommen und darüber gezetert, dass man Dorfmenschen mit dem Führen eines richtigen Geschäfts sowieso nicht vertrauen könne, Adam grinste. Also habe ich ihm gesagt, es ist nur eine kleine Veränderung. Miles. Mir fiel die Kinnlade herunter. Das hast du getan? Er nickte und sah mich hoffnungsvoll an. Wirst du das Geschäft für mich leiten? Es war so viel, dass ich verarbeiten musste. Ich bin begeistert, dass Silver Bells bleibt. Vielen Dank für das Angebot, aber ich muss ablehnen. Er runzelte die Stirn. Was? Ich habe Bernices Jobangebot bei Von hier aus geht es nur noch bergab angenommen. Ich fange an, sobald ich hier gekündigt habe, und ich freue mich darauf. Silver Bells war mein Trost. Es ist an der Zeit, dass ich auf meinen eigenen Füßen stehe. Aber, sagte ich und blickte hinter mich in Richtung von Harmonis Rezeption. Ich kenne da jemanden, der das Geschäft fantastisch führen würde, auch wenn die Taschentuchfabrik ihre Großaufträge bestimmt vermissen wird. Ich verstehe und unterstütze dich. Natürlich tat er das. So ein Mensch war er eben. Jeder muss das tun, was für ihn richtig ist. Ich hätte dich auch von Anfang an unterstützen sollen. Er reichte mir ein Blatt Papier. Lies das, aber bevor du das tust, solltest du wissen, dass das erste Mal, als wir uns geküsst haben, alles für mich verändert hat. Ich war hergekommen, um ein Geschäft zu verkaufen, nicht, um mich zu verlieben, aber ich habe es getan. Du warst alles, woran ich denken kann, Faith. Mir traten erneut Tränen in die Augen. Als diese Sache mit Connor passiert ist, war ich natürlich verletzt, aber es war mehr als das, wie ich jetzt weiß. Ich glaube, es war eine Ausrede für mich, wütend auf dich zu sein, damit die Rückkehr nach Manhattan leichter wäre. Denn es wäre mir unmöglich, dich hinter mir zu lassen, Faith. Dieser Kuss hat mein Leben verändert. Ich öffnete das gefaltete Papier und begann zu lesen. Es war der Kuss vor Weihnachten, als alles begann. Unter dem Mistelzweig, eine Frau, ein Mann. Das Lametta war aufgehängt, der Baum so schön wie nie. Und alles, woran er denken konnte, war sie. Das Paar sich in den Armen wiegte. Während Adam sich in Faith verliebte. Aber er wusste nicht, es war nur der Beginn. Dieser Mistelzweigkuss, der sein Herz einfing. Die Schlittenfahrten, die sie teilten, das Rentier, das sie fanden. Brachte sie nur enger zusammen, ließ seine Gefühle brannten. Sie brachte ihn zum Liebesbaum, dessen Äste ganz gefroren. Sie ließ ihn sehen, was er hatte aus den Augen verloren. Aber er verliebte sich in sie, das war ihm klar. Auch wenn er bei der Silver Bells Weihnachtsfeier wütend war. Es war nur eine Ausrede, damit sein Herz nicht breche. Denn er würde sie bestimmt verlieren, mit der Entscheidung, die er träfe. Also traf er eine Entscheidung, er würde den Traum gehen. Denn er als Kind gehabt, den sein Vater hatte gesehen. Sag, es ist nicht zu spät, dass es einen Weg geben kann. Dass du mir gehörst, wenn ich zu bleiben verspreche, als dein Mann. Ich versuchte nicht einmal, die Tränen davon abzuhalten, mir über die Wangen zu laufen. Ich warf mich ihm in die Arme und er hielt mich fest, so viel fester, als ich je gehalten worden war, als wäre alles, was wir füreinander empfanden, in dieser Umarmung. Adam blieb in Christmas Mountain. Ich konnte es kaum glauben, als ich mein Gesicht an seiner Brust verbarg und sein roter Pullover an meiner Haut kitzelte. Ich lachte. Er umfasste meine Wangen. Ich liebe dich, Faith. Ich liebe dich auch, Adam, flüsterte ich. Und dann küssten wir uns neben dem Tisch, als ich irgendwo draußen ein leises, aber bekanntes Hohoho hörte, was mich dazu veranlasste, mich von Adam zu lösen. Ich blickte in seine eisblauen Augen, die vor Erstaunen strahlten und in mir die Frage aufarfen, ob er es auch gehört hatte. Aber wir sagten nichts, er lächelte nur und küsste mich erneut, während in der Ferne Glöckchen klingelten. Epilog Die Freundin des Chefs zu sein, brachte gewisse Privilegien mit sich. Zum Beispiel musste ich nicht mit zweiwöchiger Frist bei Silver Bells kündigen. Adam beförderte sofort Harmony, die zwischen Tränen darüber, dass ich ging, und Kreischen darüber, dass sie eine Beförderung bekam, schwankte. So traurig ich auch darüber war, zu gehen, freute ich mich sehr darauf, bei von hier an geht es nur noch bergab anzufangen. Ich sah mich in meinem neuen Büro um und lächelte. Anders als mein kleines, aber geliebtes, Büro bei Silver Bells, war dieses hier groß und geräumig und hatte den fantastischsten Ausblick vom Berg aus. Und natürlich bedeutete mehr Platz auch mehr Platz für Weihnachtsdekoration, auch wenn es bereits der erste Weihnachtsfeiertag war. Ich tanzte, während ich meinem Baum den letzten Schliff verpasste und fröhlich Santa Claus is coming to town, sang. Ich lächelte, als ich mich an das letzte Mal erinnerte, als ich dieses Lied gehört hatte, was mir wie eine Ewigkeit vorkam. So viel hatte sich seither verändert. Es stellte sich heraus, dass Adam doch der Weihnachtsmann war. Er hatte Silver Bells und damit mich gerettet. Es hatte eine Weile gebraucht, um zu erkennen, dass ich gar keine Rettung nötig gehabt hatte. Ich trug Melody King und Larry Klein in meinem Herzen, aber ich konnte auf meinen eigenen Füßen stehen. Ich trat zurück, um meine Arbeit zu begutachten. Es hatte den Großteil des Morgens gedauert, alles in Ordnung zu bringen, aber jetzt, wo ich meinen Tisch und all mein Hab und Gut sowie die Dekoration hier hatte, sah es endlich wie mein Büro aus. Ich hörte ein Husten hinter mir und drehte mich um. Adam Klein, lungerst du zu Weihnachten im Türrahmen jeder Frau herum? fragte ich. Er stand in der offenen Tür, wobei er entspannt und glücklich aussah. Er trug wieder einen Anzug, aber verschwunden war die Krawatte im New Yorker-Stil. An ihrer Stelle befand sich eine Version mit Streifen in der gleichen Farbe wie Zuckerstangen. Ich ging zu ihm und richtete sie, bevor ich mich auf die Zehenspitzen stellte und ihn auf die Wange küßte. Er lächelte mich an. Bist du bereit? Ich sah mich in meinem Büro um und nickte. Ich denke schon, ja, auch wenn ich sagen muss, dass ich froh bin, dass Weihnachten ist, denn ich bin erschöpft. Nicht zu müde für das Weihnachtsessen, hoffe ich. Ich schüttelte den Kopf. Definitiv nicht. Ich kann auch das Weihnachtsspektakel nicht erwarten. Adam ging mit mir zum Abendessen bei Silver Bells, und es wäre das erste Mal, dass ich als Besucherin und nicht als Angestellte hineinging. Ich freute mich darauf, es aus einer anderen Perspektive zu sehen, und ich war froh, dass ich immer noch Teil des Ortes war, der eine so wichtige Rolle in meinem Leben gespielt hatte. Gut, denn die Leute warten auf dich, er hielt mir meinen Mantel zum Anziehen hin und wickelte mir meinen Schal um den Hals. Der Flug deines Stiefvaters ist soeben gelandet, also wird er bald mit deiner Mutter hier sein. Morgan und Dallas haben gesagt, dass sie vorbeischauen würden, zusammen mit ihrem Bruder, genau wie Ruby. Harmonies Freund trifft sich dort mit ihr, sie hat mich allerdings darum gebeten, dir zu sagen, dass sie sich widerstreiten. Ja? Er hob die Hände. Ich will nichts darüber wissen. Ich verdrehte die Augen. Das willst du wirklich nicht? Er sah ernst aus, als er seine Arme um mich legte. Danke, Faith. Ich lächelte ihn an. Wofür? Für alles, sagte er und sah mir in die Augen. Ohne weitere Worte wusste ich genau, was er meinte. Es war mir ein Vergnügen. Er küsste mich auf den Kopf. Ich habe heute wieder an die Johnsons gedacht. Oh! Während du all mein Zeug hierher gefahren hast? Er nickte. Sie hatten den richtigen Gedanken. Ich hätte es gern, dass unsere Kinder und eines Tages auch unsere Enkel Silver Bells übernehmen. Mir traten Tränen in die Augen, als ich nickte, zu gerührt, um etwas zu sagen. Oh, bevor ich es vergesse, er holte etwas aus seiner Tasche heraus und nahm den Hammer und einen der Nägel, die ich vorhin benutzt hatte, um Bilder aufzuhängen. Er ging zur Tür und hielt unseren alten Mistelzweig über den Rahmen, bevor er ihn vorsichtig festnagelte. Die Blätter waren immer noch zerrissen und geknickt, die Beeren waren immer noch zerdrückt. Ich lachte. Er sieht ein wenig lädiert aus, findest du nicht? Adam zog mich zu sich unter den Mistelzweig und legte seine Arme um mich. Egal, wie groß die Herausforderungen sind, manche Dinge sind einfach dazu bestimmt, zu überleben. Und dann presste er seine Lippen auf meine und wir teilten einen langen, innigen Kuss, der versprach, dass unsere Zukunft voller schöner Weihnachtsfeste sein würde. Ende Wenn es Ihnen gefallen hat, Zeit mit diesen Figuren zu verbringen, lesen Sie auch Leses Geschichte in ein zuckersüßes Weihnachten, Liebe in Christmas Mountain, Buch Dritter. Sie haben sich es war der Kuss vor Weihnachten, Liebe in Christmas Mountain, Buch 2, von Susan Hatler angehört. Copyright 2020 von Susan Hatler Hörbuch Copyright 2023 von Susan Hatler Susan Hatler ist eine Bestseller-Autorin der New York Times und von USA Today, die humorvolle, gefühlsbetonte, zeitgenössische Romantik für Erwachsene sowie Romane für Heranwachsende schreibt. Viele ihrer Bücher werden ins Spanische und ins Deutsche übersetzt. Da sie von Natur aus Optimistin ist, glaubt sie, dass das Leben überraschend ist, Menschen faszinierend sind und Fantasie grenzenlos. Gerne verbringt sie ihre Zeit mit den Hauptfiguren ihrer Geschichten und hofft, dass sie das genauso gerne tun.